James Matthew Barry Peter Pan Kapitel 1 Peter taucht auf Alle Kinder außer einem werden groß. Sie wissen sehr früh, dass sie groß werden und genauso war es auch bei Wendy. Eines Tages, sie war zwei Jahre alt, spielte sie im Garten und sie pflückte eine Blume und rannte damit zu ihrer Mutter. Ich glaube, sie sah wunderbar aus, denn Mrs. Darling legte sich die Hand ans Herz und rief Ach, warum kannst du nicht immer so bleiben? Das war alles, was zu diesem Thema gesagt wurde. Doch fortan wusste Wendy, dass sie groß werden musste. Man weiß es immer, sobald man zwei ist. Zwei ist der Anfang vom Ende. Natürlich lebten sie in Nummer 14 und bis Wendy kam, war ihre Mutter die Hauptbewohnerin. Sie war eine reizende Dame mit einem romantischen Herz und so einem süßen spöttischen Mund. Ihr romantischer Kopf war wie diese kleinen Schachteln, eine in der anderen, die aus dem rätselhaften Osten stammen. Egal wie viele man öffnet, es gibt immer noch eine mehr. Und auf ihrem süßen spöttischen Mund lag ein Kuss, den Wendy nie bekam, obwohl er doch da war, deutlich sichtbar im rechten Mundwinkel. Mr. Darling hat sie folgenderweise erobert. Die zahlreichen Herren, die Jungs waren, als sie ein Mädchen war, entdeckten alle zur selben Zeit, dass sie sie liebten. Und allesamt rannten sie zu ihrem Haus, um ihr einen Antrag zu machen. Außer Mr. Darling, der nahm eine Droschke und sauste als erster hinein und bekam sie. Er bekam alles von ihr, außer der innersten Schachtel und dem Kuss. Von der Schachtel hat er nie gewusst. Und den Versuch, an den Kuss zu gelangen, darf er mit der Zeit auf. Wendy dachte, dass Napoleon ihn hätte bekommen können, aber ich kann mir vorstellen, wie er es versucht und dann wutentbrannt davonläuft und die Türen hinter sich zuschlägt. Mr. Darling prallte vor Wendy häufig damit, dass ihre Mutter ihn nicht nur liebte, sondern auch respektierte. Er war einer von diesen schlauen Köpfen, die etwas von Aktien und Kapitalanlagen verstehen. Natürlich versteht niemand wirklich etwas davon, aber er schien zumindest ein bisschen zu verstehen. Und er sagte oft, dass es um das Kapital gut stehe und die Aktien im Keller seien, und zwar so, dass jede Frau vor ihm Respekt gehabt hätte. Mrs. Darling heiratete in weiß und am Anfang führte sie die Bücher vorbildlich, fast heiter, als wäre es ein Spiel. Kein noch so kleiner Rosenkohl fehlte. Doch nach und nach gingen ganze Blumenkohlköpfe verloren und statt ihrer standen dort Bilder von Babys ohne Gesichter. Sie malte sie, wenn sie eigentlich Summen hätte bilden sollen. Sie waren Mrs. Darlings Schätzungen. Zuerst kam Wendy, dann John und dann Michael. Noch ein, zwei Wochen nach Wendys Geburt war ungewiss, ob sie in der Lage sein würden, sie bei sich zu behalten, denn sie war ein weiterer Mund, der gefüttert werden musste. Mr. Darling war fürchterlich stolz auf sie, aber er war auch sehr anständig. Also saß er auf Mrs. Darlings Bettkante, hielt ihre Hand und berechnete die Ausgaben, während sie flehendlich zu ihm hinauf sah. Sie wollte das Wagnis eingehen, komme was wolle, doch das war nicht seine Art. Zu seiner Art gehörten Stift und Papier, und wenn sie ihn mit irgendwelchen Äußerungen verwirrte, musste er von vorn beginnen. Jetzt unterbrich mich nicht, bat er. Ich habe ein Pfund siebzehn Schillinge hier und im Kontor noch zwei Pfund sechs. Den Kaffee im Kontor kann ich streichen. Sagen wir zehn Schillinge. Macht neun Pfund neun Schillinge sechs Pins. Mit deinen achtzehn und drei macht drei neun sieben. Mit fünf null null in meinem Checkbuch macht das zusammen acht neun sieben. Wer bewegt sich denn da acht neun sieben Komma und sieben rüber? Sprich nicht, mein Herz. Plus das Pfund, das du dem Mann an der Tür geliehen hast? Still doch, Kind. Komma und Kind rüber? Na also, du hast es geschafft. Habe ich neun neun sieben gesagt? Ja, ich habe neun neun sieben gesagt. Die Frage ist, können wir ein Jahr lang mit neun neun sieben versuchen? Natürlich können wir das, George, rief sie. Aber sie war befangen zu Wendys Gunsten und er war in der Tat die stärkere Persönlichkeit. Denk an den Mumps, warnte er sie fast drohend und dann ging es wieder los. Mumps, ein Pfund. Das habe ich jedenfalls hier aufgeschrieben. Doch ich vermute, es werden eher dreißig Schillinge. Nicht reden. Ach, Masern, eins, fünf, röteln eine halbe Guinea. Macht zwei, fünf, zehn, sechs. Nun wedel nicht so mit dem Finger. Keuchhusten, sagen wir, fünfzehn Schillinge. Und so ging es weiter. Und jedes Mal kam eine andere Summe heraus. Doch schließlich kam Wendy knapp davon, mit Mumps gesenkt auf zwölf Sex und die beiden Maserarten wie eine behandelt. Die gleiche Aufregung gab es bei John und noch viel geringer war Michaels Chance. Doch beide blieben. Und bald schon hättet ihr beobachten können, wie sie zu dritt in einer Reihe begleitet von ihrer Kinderfrau in Miss Folsom's Vorschule ging. Mrs. Darling liebte es alles genauso. Und Mr. Darling war leidenschaftlich gern ganz genau wie seine Nachbarn. Also hatten sie natürlich eine Kinderfrau. Da sie arm waren, was einer großen Menge Milch lag, die die Kinder tranken, war diese Kinderfrau eine brave Neufundländerin, die Nana hieß. Und niemandem gehört hatte, bis die Darlings sie in ihre Dienste nahmen. Kinder waren ihr allerdings schon immer wichtig gewesen. Und die Darlings hatten sie kennengelernt im Kensington Park, wo sie die meiste Zeit damit verbracht hatte, ihre Nase in fremde Kinderwagen zu stecken, und wo sie von nachlässigen Kindermädchen sehr gehasst wurde, denen sie nach Hause folgte, um sich bei der Hausherrin über sie zu beschweren. Als Kinderfrau erwies sie sich als wahre Perle, wie aufmerksam sie beim Baden war, und nachts jederzeit zur Stelle, wenn einer ihrer Schützlinge ins kleinste Weinen ausbrach. Natürlich stand ihr Hundekorb im Kinderzimmer. Und sie wusste genau, wann mit einem Husten nicht zu spaßen war und wann es einen Halswickel brauchte. Sie glaubte bis zu ihrem Tod an so altmodische Heilmittel wie Rhabarberblätter und hatte für dieses närrische Gerede über Bakterien und so weiter nur ein verächtliches Schnauben übrig. Es war eine Lektion in guten Manieren zu beobachten, wie sie die Kinder zur Schule begleitete. Ruhig ging sie an ihrer Seite, wenn sie sich ordentlich benahmen, doch wenn eines von ihnen davonlief, stieß sie es zurück. An Johns Fußballtagen vergaß sie kein einziges Mal seinen Pullover, und meistens trug sie einen Regenschirm im Maul, falls es regnen sollte. Im Keller von Miss Folsom's Schule gab es einen Raum, in dem die Kindermädchen warteten. Dort saßen sie auf Bänken, während Nana auf dem Boden lag. Das war der einzige Unterschied. Sie gaben vor, sie nicht zu beachten, weil sie von niederer Herkunft war als sie selbst, und Nana verachtete ihr seichtes Geschwätz. Sie mochte es nicht, wenn Mrs. Darlings Freundinnen das Kinderzimmer betraten. Aber wenn sie dann doch kamen, nahm sie zuerst rasch Michaels Schürzchen ab und steckte ihn in das andere mit der blauen Bordüre. Dann strich sie Wendys Kleider glatt und stürzte sich schließlich noch einmal auf Johns Haare. Keiner hätte auf ein Kinderzimmer je besser aufpassen können, und Mr. Darling wusste es. Dennoch fragte er sich manchmal besorgt, ob die Nachbarn wohl redeten. Er musste schließlich an seine Stellung in der Stadt denken. Nana erfüllte ihn auch noch aus einem anderen Grund mit Sorge. Er hatte manchmal das Gefühl, dass sie ihn nicht bewunderte. Ich weiß, dass sie dich ganz fürchterlich bewundert, George, versicherte Mrs. Darling ihn und machte den Kindern ein Zeichen, besonders nett zu Vater zu sein. Dann folgten wunderschöne Tänze, und manchmal gestattete man der einzigen anderen Bediensteten, Lisa, sich einzureihen. So klein sah sie in ihrem langen Kleid und ihrer Dienstmädchenhaube aus, obwohl sie geschworen hatte, als man sie einstellte, nie wieder für zehn gehalten zu werden. Wie fröhlich diese Walgereien waren, und am fröhlichsten von allen war Mrs. Darling, die so weltpirouettierte, dass alles, was man von ihr sah, der Kuss war, und wäre man jetzt zu ihr gestürmt, hätte man ihn vielleicht bekommen. Eine genügsamere, glücklichere Familie hat es nie gegeben, bis zur Ankunft Peter Parns. Mrs. Darling hörte von Peter Parns zum ersten Mal, als sie die Köpfe ihrer Kinder aufräumte. Jede gute Mutter hat die nächtliche Gewohnheit, in den Köpfen ihrer Kinder herumzukramen, sobald sie eingeschlafen sind, und die Dinge für den nächsten Morgen wieder gerade zu rücken und die vielen Gegenstände, die sich im Laufe des Tages verirrt haben, an ihren richtigen Ort zurückzulegen. Wenn du wach bleiben könntest, was natürlich nicht geht, würdest du sehen, wie deine eigene Mutter das tut, und du würdest es sehr interessant finden, sie dabei zu beobachten. Es ist genau wie Schubladen aufräumen. Ich denke, du würdest sie auf Knien sehen, wie sie schmunzelnd bei einigen deiner Fundstücke verweilt, und wie sie sich wundert, wo um Himmels Willen du das jetzt wieder aufgelesen hast, und wie sie süße und nicht ganz so süße Entdeckungen macht und wie sie dies an ihre Wange presst, als wäre es weich wie ein Kätzchen und eilig jenes hinlegt, wo es keiner sieht. Wenn du am nächsten Morgen aufwachst, liegen die Unartigkeiten und die schlimmen Gefühle, mit denen du zu Bett gegangen bist, klein zusammengefaltet unten in deinem Kopf. Und oben, wunderbar gelüftet, sind deine schöneren Gedanken ausgebreitet und warten nur darauf, dass du sie überstreifst. Ich weiß nicht, ob du jemals eine Karte vom Kopf eines Menschen gesehen hast. Ärzte zeichnen manchmal Karten von anderen Teilen des Körpers und eine Karte von dir selbst kann äußerst interessant sein. Doch erwisch sie mal dabei, wenn sie versuchen, eine Karte vom Kopf eines Kindes zu malen, voller Gedanken, die nicht nur ungeordnet sind, sondern auch noch die ganze Zeit durch die Gegend springen. Auf der Karte verlaufen Zickzacklinien, so wie deine Fieberkurve auf einem Blatt. Und diese Linien sind wahrscheinlich Straßen auf der Insel. Denn das Niemalsland ist immer mehr oder weniger eine Insel mit überraschenden Farbspritzern hier und dort, Korallenriffen und schnittigen Booten auf offener See, mit wilden Männern und verlassenen Lagerstätten, Gnomen, die fast alle Schneider sind, und Höhlen, die ein Fluss durchfließt, Prinzen mit sechs älteren Brüdern, einer Hütte, die bald ganz zerfallen ist, und mit einer sehr kleinen alten Frau mit Hakennase. Es wäre eine simple Karte, wenn das schon alles wäre. Es gibt da aber auch noch den ersten Schultag, die Religion, die Vorfahren, den Rundenteich, Handarbeit, Morde, Hinrichtungen durch Strang, Werben mit Dativ, den Schokoladenpuddingtag, Hosenträger anziehen, 99 Sagen, ein Drei-Pens-Stück für den selbstgezogenen Zahn und so weiter. Und entweder ist das alles Teil der Insel oder es steht auf einer anderen Karte, die von hinten durchscheint. Und es ist alles ziemlich verwirrend, besonders, weil nichts davon je stillstehen will. Natürlich unterscheiden sich die Niemalsländer ziemlich stark voneinander. In Johns Niemalsland zum Beispiel gab es eine Lagune. Und über die Lagune flogen Flamingos, auf die John schoss, während Michael, der sehr klein war, ein Flamingo hatte, über den Lagunen flogen. John lebte in einem Boot, das umgedreht im Sand lag. Michael lebte in einem Wigwam und Wendy in einem Blätterhaus, das geschickt zusammengenäht war. John hatte keine Freunde, Michael hatte nachts Freunde und Wendy hatte einen zahmen Wolf, den seine Eltern im Stich gelassen hatten. Doch im Ganzen ähneln sich die Niemalsländer wie eine große Familie und wenn sie in einer Reihe stünden, würde man sagen, dass sie die gleiche Nase haben und so weiter. An diesen magischen Stränden ziehen spielende Kinder für immer ihre Weidenboote an Land. Auch wir waren da. Und wir hören noch immer das Rauschen der Brandung, auch wenn wir dort nie wieder landen werden. Von allen wunderbaren Inseln ist das Niemalsland die gemütlichste und die kleinste. Also nicht groß und endlos hingestreckt mit ermüdenden Entfernungen zwischen einem Abenteuer und dem nächsten, sondern richtig vollgestopft. Wenn ihr am Tag mit Stühlen und Tischtuch Niemalsland spielt, ist es überhaupt nicht schlimm. Doch in den zwei Minuten, bevor du einschläfst, wird es fast ganz Wirklichkeit. Das ist der Grund, warum es Nachtlichter gibt. Manchmal fand Mrs. Darling auf ihren Reisen durch die Köpfe ihrer Kinder Dinge, die sie nicht verstand. Und der mit Abstand verwirrendste Fund war das Wort Peter. Sie kannte keinen Peter. Trotzdem lag er in Johns und Michaels Köpfen hier und dort herum, während Wendy bald über und über damit vollgekritzelt war. Der Name stach in fetteren Buchstaben hervor als irgendeins der anderen Wörter. Und während Mrs. Darling ihn so anstarrte, schien ihr, als wäre er eine seltsame, freche Erscheinung. Ja, er ist ziemlich frech, gab Wendy mit Bedauern zu. Ihre Mutter hatte sie ausgefragt. Aber was ist er denn, mein Mäuschen? Es ist Peter Pan, Mutter, weißt du das denn nicht? Erst wusste Mrs. Darling nicht, doch als sie an ihre Kindheit zurückdachte, erinnerte sie sich vage an einen Peter Pan, von dem es hieß, er lebe mit den Elfen. Man erzählte sich komische Geschichten von ihm, zum Beispiel, dass er Kinder, wenn sie starben, ein Stück des Weges begleitete, damit sie keine Angst haben mussten. Sie hatte damals an ihn geglaubt, aber jetzt, wo sie voller Verstand und verheiratet war, bezweifelte sie stark, dass es ein solches Wesen gab. Außerdem, sagte sie zu Wendy, wäre er inzwischen längst erwachsen. Aber nein, er ist nicht erwachsen, versicherte ihr Wendy mit Nachdruck. Und er ist genau meine Kragenweite. Sie meinte, dass er im Kopf und körperlich genauso groß war wie sie. Sie wusste nicht, woher sie das wusste. Sie wusste es einfach. Mrs. Darling fragte Mr. Darling um Rat, aber er lächelte nur geringschätzig. Hör auf meine Worte, sagte er. Es ist nur irgendein Unsinn, den Nana ihnen in den Kopf gesetzt hat. Hunde haben immer solche Ideen, kümmere dich nicht darum, dann geht es vorbei. Aber es ging nicht vorbei und schon bald jagte der freche Lümmel Mrs. Darling einen ordentlichen Schrecken ein. Kinder erleben die seltsamsten Abenteuer, ohne dass sie sich irgendwelche Sorgen darüber machen. So kann es zum Beispiel sein, dass sie eine Woche, nachdem es passiert ist, plötzlich erzählen, sie hätten im Wald ihren toten Vater getroffen und mit ihm gespielt. In eben dieser beiläufigen Art machte Wendy eines Morgens eine beunruhigende Entdeckung. Auf dem Kinderzimmerboden waren ein paar Blätter von einem Baum gefunden worden, die ganz bestimmt nicht gelegen hatten, als die Kinder zu Bett gegangen waren und Mrs. Darling zerbrach sich darüber den Kopf, als Wendy mit einem milden Lächeln sagte, ich glaube, das war schon wieder dieser Peter. Was redest du denn da, Wendy? Es ist ungezogen von ihm, dass er sich nie die Füße abtritt, sagte Wendy mit einem Seufzer. Sie war ein ordentliches Kind. Sie erklärte ganz sachlich, dass sie glaube, Peter würde manchmal nachts ins Kinderzimmer kommen und am Fußende ihres Bettes sitzen und ihr auf seiner Flöte etwas vorspielen. Unglücklicherweise würde sie niemals aufwachen, also wüsste sie nicht, warum sie das wusste. Sie wusste es einfach. Was redest du denn da für ein Unsinn, mein Schatz? Keiner kommt ins Haus, ohne anzuklopfen. Ich glaube, er kommt durchs Fenster, sagte sie. Meine Liebe, wir wohnen im dritten Stock. Lagen die Blätter nicht unter dem Fenster, Mutter? Das war völlig richtig. Die Blätter waren ganz in der Nähe des Fensters gefunden worden. Mrs. Darling wusste nicht, was sie davon halten sollte, denn Wendy erschien das alles so natürlich, dass man es nicht einfach beiseite schieben konnte, indem man sagte, sie hätte geträumt. Mein Kind, rief die Mutter, warum hast du mir nicht schon früher davon erzählt? Habe ich vergessen, sagte Wendy unbekümmert. Sie wollte lieber schnell ihr Frühstück. Oh, bestimmt hatte sie das nur geträumt. Doch andererseits lagen da diese Blätter. Mrs. Darling untersuchte sie sorgfältig. Es waren gerippte Blätter, aber sie war sich sicher, dass sie von keinem Baum stammten, der in England wuchs. Sie kroch über dem Boden und suchte mit einer Kerze angestrengt nach Spuren eines fremden Fußes. Sie stocherte mit dem Schürhaken den Schornstein hinauf und klopfte die Wände ab. Sie ließ ein Zwirnband vom Fenster bis zum Bürgersteig hinunter und das wäre ein jäher Sturz von 30 Fuß und nicht einmal ein Speirrohr, an dem man hätte heraufklettern können. Bestimmt hatte Wendy geträumt. Doch Wendy hatte nicht geträumt, wie schon die nächste Nacht bewies. Die Nacht, von der man sagen kann, dass in ihr die wundersamen Abenteuer dieser Kinder begannen. In dieser Nacht, von der ich rede, lagen alle Kinder schon im Bett. Zufällig war es Nanas freier Abend, also hatte Mrs. Darling die Kinder gebadet und für sie gesungen, bis sie eines nach dem anderen ihre Hand losgelassen hatten und ins Land des Schlafs geglitten waren. Alle sahen sie so behütet und so wohlig aus, dass sie über ihre Ängste lächelte und sich freilich an dem Kamin setzte, um zu nähen. Es war etwas für Michael, der zum Geburtstag seine ersten Hemden bekam. Doch das Feuer war warm und das Zimmer von drei Nachtlichtern nur schwach erleuchtet. Und so lag das Nähzeug kurz darauf in Mrs. Darlings Schoß. Dann nickte ihr Kopf, oh so anmutig. Sie schlief. Schaut sie euch an, die vier. Wendy und Michael dort drüben. John hier und Mrs. Darling vor dem Kamin. Dort hätte ein viertes Nachtlicht stehen sollen. Während sie schlief, hatte sie einen Traum. Sie träumte, das Niemalsland sei zu nahe gekommen und ein fremder Junge sei von dorthin durchgebrochen. Er erschreckte sie nicht, denn sie dachte, sie habe ihn früher schon in den Gesichtern vieler Frauen gesehen, die keine Kinder haben. Vielleicht begegnet man ihm auch in den Gesichtern einiger Mütter. Doch in ihrem Traum hatte er den Schleier zerrissen, der das Niemalsland verbirgt. Und sie sah Wendy, John und Michael, wie sie durch die Öffnung lugten. Der Traum an sich wäre eine Lappalie gewesen, doch während sie träumte, wehte das Kinderzimmerfenster auf und ein Junge fiel auf den Boden. Er wurde von einem seltsamen Licht begleitet, nicht größer als eure Faust, das durch den Raum hin und her schoss, als wäre es lebendig. Und ich glaube, es war dieses Licht, das Mrs. Darling weckte. Sie schreckte auf mit einem Schrei und sah den Jungen und wusste aus irgendeinem Grund sofort, dass es Peter Pan war. Wenn ihr oder ich oder Wendy dort gewesen wären, hätten wir bestimmt gesehen, dass er dem Kuss von Mrs. Darling sehr ähnelte. Er war ein wunderschöner Junge, ganz in gerübte Blätter und in diese Säfte gekleidet, die aus Bäumen sickern. Doch das Bezauberndste an ihm war, dass er noch alle ersten Zähne hatte. Als er sah, dass sie eine Erwachsene war, knischte er mit den kleinen Perlen in ihre Richtung. Kapitel 2 Der Schatten Mrs. Darling schrie und wie als Antwort auf eine Glocke öffnete sich die Tür und Nana trat herein, zurück von ihrem freien Abend. Sie knurrte und stürzte sich auf den Jungen, der leichten Fuß aus dem Fenster sprang. Mrs. Darling schrie noch einmal, diesmal aus Angst um den Jungen, denn sie dachte, er müsse tot sein. Sie rannte auf die Straße hinunter, um nach seinem kleinen Körper zu sehen, aber er war nicht dort. Und sie sah auf und konnte in der schwarzen Nacht nichts erkennen. Nur etwas, das sie für eine Sternschnuppe hielt. Sie ging zurück ins Kinderzimmer und sah, wie Nana etwas im Maul hielt, das sich als der Schatten des Jungen entpuppte. Als er in Richtung Fenster sprang, hatte Nana es rasch zugemacht. Zu spät, um ihn zu fangen, doch sein Schatten war nicht schnell genug, um hinauszukommen. Das Fenster schlug zu und riss ihn ab. Ihr könnt davon ausgehen, dass Mrs. Darling den Schatten gründlichst untersuchte, aber er war von ganz gewöhnlicher Art. Nana zweifelte keinen Moment, was am besten mit diesem Schatten zu tun sei. Sie hing ihn draußen ans Fenster und meinte damit, er kommt bestimmt zurück, um ihn zu holen. Wir wollen ihn hinhängen, wo er ihn leicht mitnehmen kann, ohne die Kinder zu stören. Doch leider konnte Mrs. Darling ihn draußen am Fenster nicht hängen lassen, denn es sah viel zu sehr nach Wäsche aus und ließ das ganze Haus in einem schlechten Licht erscheinen. Sie dachte daran, ihn Mr. Darling zu zeigen, der aber rechnete gerade an den Wintermänteln für John und Michael herum und trug ein nasses Tuch um die Stirn, um einen klaren Kopf zu bewahren und es wäre eine Schande gewesen, ihn dabei zu stören. Außerdem wusste sie genau, was er sagen würde. Es kommt davon, wenn man einen Hund als Kindermädchen hat. Also beschloss sie, den Schatten aufzurollen und ihn sorgsam in einer Schublade zu verwahren, bis sich eine passende Gelegenheit fände, ihrem Mann davon zu erzählen. Ach je! Die Gelegenheit ergab sich eine Woche später, an diesem für immer unvergesslichen Freitag. Natürlich war es ein Freitag. An einem Freitag hätte ich besonders vorsichtig sein sollen, sagte sie später oft zu ihrem Mann, während vielleicht Nana auf ihrer anderen Seite saß und ihr die Hand hielt. Nein, nein, sagte Mr. Darling dann immer. Ich bin für alles verantwortlich. Ich, George Darling, habe es getan. Mea culpa! Mea culpa! Er war humanistisch gebildet. So saßen sie Abend für Abend und erinnerten sich an diesen unheilvollen Freitag, bis jede Einzelheit ihren Gehirnen aufgeprägt war und auf der anderen Seite wieder hervorkam, wie die Köpfe auf schlechten Münzen. Wenn ich doch nur diese Einladung nicht angenommen hätte, in Nummer 27 zu abends essen, sagte Mrs. Darling. Wenn ich doch nur nicht meine Medizin in Nanas Schale geschüttet hätte, sagte Mr. Darling. Wenn ich doch nur so getan hätte, die Medizin zu mögen, sagten Nanas nasse Augen. Meine Vorliebe für geselliges Zusammensein, George. Mein unheilvoller Sinn für Humor, Liebste. Meine Empfindlichkeiten, wenn es um Napalien geht, lieber Herr und liebe Herren. Dann brach einer von ihnen oder zwei oder drei in sich zusammen. Nana bei dem Gedanken, Es ist wahr, sie hätten niemals einen Hund als Kindermädchen haben dürfen. Und mehr als einmal war es Mr. Darling, der sein Taschentuch an Nanas Augen hielt. Dieser Teufel! schrie Mr. Darling häufig und Nanas Bellen war das Echo. Nur Mrs. Darling warf Peter niemals etwas vor. Irgendetwas saß da in ihrem rechten Mundwinkel, das sie davon abhielt, auf Peter zu schimpfen. So saßen sie dort im leeren Kinderzimmer und erinnerten sich zärtlich an jede kleinste Einzelheit dieses furchtbaren Abends. Er hatte so ereignislos begonnen, genau wie hundert andere Abende. Nana hatte das Wasser für Michaels Bad angestellt und trug ihn auf ihrem Rücken dorthin. Ich will nicht ins Bett, hatte er gerufen, wie jemand, der immer noch glaubte, er hätte, was das betrifft, das letzte Wort. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Nana, es ist noch nicht Sex. Na gut, wie du willst. Dann hab ich dich eben nicht mehr lieb, Nana. Ich sag dir, ich lass mich nicht baden. Ich will nicht, ich will nicht. Dann war Mrs. Darling hereingekommen. Sie trug ihr weißes Abendkleid. Sie hatte sich früh umgezogen, weil Wendy es so sehr liebte, sie mit der Kette, die George ihr geschenkt hatte, in ihrem Abendkleid zu sehen. Sie trug Wendy's Armband. Sie hatte sie gefragt, ob sie es leihen darf. Wendy liebte es so sehr, ihrer Mutter ihr Armband zu leihen. Sie hatte ihre zwei älteren Kinder dabei überrascht, wie sie spielten, Mutter und Vater zu sein, als Wendy geboren wurde und John hatte gesagt, ich freue mich, ihnen mitteilen zu dürfen, dass sie von nun an Mutter sind, Mrs. Darling. Und das in genau dem Tonfall, den wahrscheinlich auch Mr. Darling bei der wirklichen Geburt angeschlagen hatte. Wendy war vor Freude tanzend durchs Zimmer gesprungen, ganz wie die wirkliche Mrs. Darling es getan haben muss. Dann wurde John geboren und zwar mit all dem extra Pomp, den er zur Geburt eines Jungen für angemessen hielt. Und dann kam Michael aus der Badewanne zurück und wollte auch geboren werden. Aber John erwiderte harsch, dass sie jetzt keine Kinder mehr wollten. Michael hatte fast geweint. Keiner will ich, hatte er gesagt und natürlich konnte das die Dame im Abendkleid nicht ertragen. Ich will dich, sagte sie. Ich will so gern ein drittes Kind. Junge oder Mädchen? fragte Michael ohne allzu viel Hoffnung. Junge. Dann war er ihr in die Arme gesprungen. So eine Kleinigkeit, an die sich Mr. und Mrs. Darling und Nana jetzt erinnerten. Aber doch nicht ganz so klein, wenn man bedenkt, dass es Michaels letzter Abend in diesem Kinderzimmer war. Sie fahren mit ihren Erinnerungen fort. Das war der Moment, in dem ich wie ein Tornado ins Zimmer gestürmt kam. Sagte Mr. Darling dann immer und verachtete sich selbst. Und so war es tatsächlich. Wie ein Tornado. Vielleicht gibt es eine Entschuldigung. Auch er war damit beschäftigt gewesen, sich für die Abendgesellschaft umzuziehen und alles war soweit gut gegangen, bis die Fliege an der Reihe war. Es ist eine verblüffende Geschichte, die man da erzählen muss. Aber dieser Mann, der sich mit Aktien und Kapitalanlagen bestens auskannte, hatte seine Fliege nie wirklich im Griff. Manchmal streckte das Ding kampflos die Waffen. Dann wieder gab es Momente, in denen es für sämtliche Bewohner des Hauses besser gewesen wäre, wenn er seinen Stolz überwunden und eine fertig gebundene Fliege benutzt hätte. Dies war ein solcher Moment. Er kam ins Kinderzimmer gerannt, in seiner Hand ein verkrumpeltes, kleines Scheusal von Fliege. Was ist denn los, lieber Vater? Los, schrie er. Und er schrie wirklich. Diese Fliege fliegt nicht. Er wurde gefährlich sarkastisch. Jedenfalls nicht um meinen Hals, um den Bettpfosten. Ja, 20 Mal habe ich sie um den Bettpfosten fliegen lassen, aber um meinen Hals. Nein, oh nein, bitte nicht. Oh, und bitte um Verzeihung. Da er den Eindruck hatte, Mrs. Darling damit noch nicht ausreichend imponiert zu haben, fuhr er unnachgiebig fort, Ich warne dich, Mutter, wenn diese Fliege nicht bald an meinem Hals sitzt, gehen wir heute Abend nicht zum Essen. Und wenn ich heute Abend nicht zum Essen gehe, gehe ich nie wieder ins Büro. Und wenn ich nie wieder ins Büro gehe, werden du und ich verhungern und unsere Kinder wird man auf die Straße werfen. Auch da blieb Mrs. Darling noch gelassen. Lass mich das mal versuchen, Liebling, sagte sie. Und in der Tat war er nur gekommen, um sie eben darum zu bitten. Und mit ihren schönen, kühlen Händchen wandte sie ihm die Fliege, während die Kinder um sie herumstanden und zusahen, wie sich ihr Schicksal wenden würde. Manche Männer hätten ihr sehr verübelt, dass es ihr so leicht fiel, doch Mr. Darling war dafür ein viel zu feiner Charakter. Er dankte ihr beiläufig, vergaß sofort seinen Zorn und im nächsten Moment schon tanzte er mit Michael auf dem Rücken durchs Zimmer. Wie wild, wie getobt haben, sagte Mrs. Darling jetzt, wo sie sich erinnerte. Zum letzten Mal getobt, seufzte Mr. Darling. Oh, George, erinnerst du dich, wie Michael plötzlich zu mir sagte? Wie hast du mich eigentlich kennengelernt, Mutter? Ich erinnere mich. Sie waren schon recht bezaubernd, würdest du nicht, George? Und sie waren unser... unser... besetzte Hose, die er je besessen hatte. Er musste sich auf die Lippen beißen, um nicht in Tränen auszubrechen. Natürlich bürstete Mrs. Darling ihn ab, doch da fing er wieder davon an, dass es ein Fehler sei, einen Hund als Kindermädchen zu haben. George, Nana ist ein Schatz. Ohne Zweifel, aber manchmal beschleicht mich das besorgniserregende Gefühl, dass sie die Kinder als junge Hunde betrachtet. Aber nein, Schatz, ich bin mir sicher, sie ist sich bewusst, dass sie eine Seele haben. Wer weiß, sagte Mr. Darling nachdenklich. Wer weiß. Das war eine gute Gelegenheit, fand seine Frau, ihm von dem Jungen zu erzählen. Am Anfang rümpfte er nur die Nase, doch als sie ihm den Schatten zeigte, kam er ins Grübeln. Niemand, den ich kenne, sagte er und untersuchte ihn sorgfältig, aber er sieht aus wie ein echter Halunke. Wir sprachen noch immer darüber, du erinnerst dich, sagte Mr. Darling. Als Nana mit Michaels Medizin ins Zimmer kam. Du wirst diese Flasche nie wieder in deinem Mund tragen, Nana, und es ist alles meine Schuld. Egal, was für ein starker Mann er war, es steht außer Zweifel, dass er sich mit der Medizin sehr albern angestellt hat. Falls er eine Schwäche besaß, dann die, dass er glaubte, er wäre sein ganzes Leben lang tapfer gewesen, wenn er Medizin nehmen musste. Deshalb sagte er jetzt in tadelnem Ton, als sich Michael vor dem Löffel in Nanas Maul drückte, sei ein Mann, Michael. Ich will nicht, ich will nicht, klärte Michael ungezogen. Mrs. Darling verließ das Zimmer, um etwas Schokolade für ihn zu holen und Mr. Darling dachte, dass das ein Zeichen für mangelnde Entschlossenheit sei. Mutter, du sollst sie nicht so verhätscheln, rief er ihr nach. Als ich so alt war wie du, Michael, habe ich ohne einen Mucks meine Medizin genommen. Ich habe noch Danke, lieber Eltern, gesagt. Danke, dass ihr mir diese Flasche gebt, damit ich gesund werde. Er dachte wirklich, dass er war und Wendy, die jetzt ihr Nachthemd anhatte, glaubte es auch und sie sagte, um Michael zu ermutigen, die Medizin, die du manchmal nimmst, Vater, ist noch viel scheußlicher, oder? Viel scheußlicher, sagte Mr. Darling tapfer. Und wenn ich die Flasche nicht verloren hätte, Michael, würde ich sie jetzt schlucken, um dir ein Beispiel zu geben. Er hatte sie nicht wirklich verloren. Er war mitten in der Nacht auf den Kleiderschrank gestiegen und hatte sie dort versteckt. Was er nicht wusste, war, dass die treue Lisa sie gefunden und zurück auf seinen Waschtisch gestellt hatte. Ich weiß, wo sie ist, Vater, rief Wendy hilfsbereit, wie immer. Ich hole sie! Und war weg, bevor er sie aufhalten konnte. Augenblicklich sank auf höchst seltsame Weise sein Mut. John, sagte er schaudern, es ist das abscheulichste Zeug, es ist dieser scheußliche, klebrige, süße Saft. Das geht schnell vorbei, Vater, sagte John vergnügt und schon kam Wendy mit der Medizin im Glas zurück ins Zimmer gerannt. Ich habe sie schnell gemacht, ich konnte, keuchte sie. Ganz wunderbar schnell, gab ihr Vater mit rachedürstender Höflichkeit zurück, die in diesem Fall ganz verschwendet war. Michael zuerst, zischte er verstockt. Vater zuerst, sagte Michael, der von Natur aus misstrauisch war. Dann muss ich mich übergeben, das weißt du, drohte Mr. Darling. Nun komm schon, Vater, sagte John. Jetzt halt den Mund, John, wählte sein Vater ihn an. Wendy war völlig bewirrt. Ich dachte, es macht dir nichts aus, Vater. Das ist nicht der Punkt, erwiderte er scharf. Der Punkt ist, dass in meinem Glas viel mehr ist, als auf Michaels Löffel. Er platzte fast vor Stolz. Und das ist ungerecht. Und wenn es mein letzter Atemzug wäre, ich würde immer noch sagen, das ist ungerecht. Vater, ich warte, sagte Michael kalt. Wie schön für dich, dass du das sagst. Ich warte auch. Vater, ist ein feiger Soßenkopf. Selber feiger Soßenkopf. Ich habe keine Angst. Ich habe auch keine Angst. Na dann schluck sie. Na dann schluck du sie. Wendy hatte eine glorreiche Idee. Warum schluckt ihr sie nicht beide gleichzeitig? Aber natürlich, erwiderte Mr. Darling. Bist du soweit, Michael? Wendy gab das Kommando. Eins, zwei, drei. Und Michael schluckte seine Medizin. Doch Mr. Darling schüttete sich seinen hinter den Rücken. Michael stieß einen wütenden Schrei aus und Wendy rief, Oh Vater! Was soll das heißen, Oh Vater? wollte Mr. Darling wissen. Hör mit dem Geschrei auf, Michael. Ich wollte meine Medizin ja nehmen, aber ich, ich habe sie verpasst. Es war furchtbar, wie sie ihn alle drei anstarrten, als würden sie ihn nicht bewundern. Hört mal alle her, sagte er mit flehender Stimme, als Nana am Bad verschwunden war. Mir ist gerade ein herrlicher Spaß eingefallen. Ich schütte meine Medizin in Nana Schale und sie trinkt sie, weil sie glaubt, es sei Milch. Sie sah zwar aus wie Milch, aber die Kinder teilten den Humor ihres Vaters ganz und gar nicht, sondern sahen ihn vorwurfsvoll an, als er die Medizin in Nanas Schale schüttete. Was für ein Spaß, sagte er unsicher und sie wagten nicht, ihn zu verraten, als Mrs. Darling und Nana zurückkamen. Nana, guter Hund, sagte er und hätschelte sie. Ich habe ein bisschen Milch in deine Schale getan, Nana. Nana wedelte mit dem Schwanz, lief zur Medizin und begann sie aufzulecken. Dann sah sie Mr. Darling an, nicht böse, sondern zeigte ihm bloß die große rote Träne, die uns stets für edle Hunde so viel Mitleid empfinden lässt und kroch in ihren Korb. Mr. Darling schämte sich ganz fürchterlich, aber er gab nicht auf. Die Stille wurde entsetzlich, während Mrs. Darling an der Schale roch. Oh, George, das ist deine Medizin! Es war nur ein Spaß! Donnerte er, während sie die Jungen tröstete und Wendy Nana an sich drückte. Hervorragend! fuhr er bitter fort. Da rackert man sich ab bis auf die Knochen, um in diesem Haus mal einen Spaß zu machen. Wendy drückte Nana immer noch an sich. So ist recht! schrie er. Verwöhnen Sie nur! Mich verwöhnt ja keiner hier! Oh, bei Leibe nicht! Ich bin ja nur der Brotverdiener, warum sollte man mich verwöhnen? Warum, warum, warum? George, flehte Mrs. Darling ihn an, bitte nicht zu laut, das Hauspersonal kann dich hören. Irgendwie hatten sie sich angewöhnt, Lisa das Personal zu nennen. Soll es doch, antwortete er unbekümmert. Soll die ganze Welt es hören, aber ich lasse nicht zu, dass dieser Köter in meinem Kinderzimmer noch eine Stunde länger Regiment führt. Die Kinder weinten und Nana rannte flehend auf ihn zu, doch er scheuchte sie zurück. Er fühlte, er war wieder ein starker Mann. Umsonst, rief er, umsonst, der richtige Ort für dich ist der Hof und dort wirst du augenblicklich angebunden. George, George, flüsterte Mrs. Darling, vergiss nicht, was ich dir von diesem Jungen erzählt habe. Doch ach, er wollte nicht hören. Er war fest entschlossen, deutlich zu machen, wer der Herr in diesem Haus war und als Befehle Nana nicht aus ihrem Korb holten, lockte er sie mit süßen Worten, packte sie grob und zerrte sie aus dem Zimmer. Er schämte sich dafür, aber trotzdem tat er es. Das war alles seiner viel zu zarten Seele geschuldet, die sich nach Anerkennung sehnte. Nachdem er Nana im Hinterhof angebunden hatte, ging der elende Vater zurück, setzte sich in den Hausflur und schlug die Hände vors Gesicht. In der Zwischenzeit hatte Mrs. Darling die Kinder in ungewohnter Stille zu Bett gebracht und ihre Nachtlichter angezündet. Sie konnten hören, wie Nana bellte und John wimmerte, das ist, weil er sie im Hof ankettet. Aber Wendy war klüger. Das ist nicht Nanas trauriges Bellen, sagte sie. Das ist ihr Bellen, wenn sie Gefahr riecht. Gefahr. Bist du sicher, Wendy? Oh ja. Mrs. Darling zitterte und ging zum Fenster. Es war fest verschlossen. Sie sah hinaus und die Nacht war übersät von Sternen. Sie drängten sich um das Haus, als wollten sie unbedingt wissen, was dort als nächstes geschehen würde. Aber Mrs. Darling bemerkte es nicht. Auch nicht, dass ein, zwei kleinere Sterne ihr zuglinzelten. Und doch griff ihr eine namenlose Angst ans Herz und ließ sie ausrufen. Oh, wie sehr ich wünschte heute Abend nicht auszugehen. Sogar Michael wusste, obwohl er fast schon schlief, dass sie beunruhigt war und fragte, kann irgendetwas uns etwas tun, Mutter, wenn die Nachtlichter an sind? Nichts, mein Liebling, sagte sie. Das sind die Augen, die eine Mutter zurücklässt, um über ihre Kinder zu wachen. Sie ging von Bett zu Bett und sang für jedes Kind ein Zauberlied und der kleine Michael schlang seine Arme um sie. Mutter, rief er, es ist so schön, dass es dich gibt. Das waren die letzten Worte, die sie für lange Zeit von ihm hörte. Nummer 27 war nur ein paar Meter entfernt, aber es war etwas Schnee gefallen und Vater und Mutter Darling bahnten sich flink einen Weg, um ihre Schuhe nicht schmutzig zu machen. Sie waren bereits die letzten Fußgänger auf der Straße und alle Sterne schauten ihnen zu. Sterne sind wunderschön, aber sie dürfen niemals selbst etwas tun. Sie schauen immer und immer zu. Es ist eine Strafe, die über sie verhängt wurde für etwas, das so lange her ist, dass heute kein Stern mehr weiß, was es war. Die Älteren haben glasige Augen bekommen und sprechen nur selten. Augenglinzeln ist die Sprache der Sterne, aber die Kleinen wundern sich noch immer. Sie sind nicht wirklich mit Peter befreundet, der sich gerne mal keck von hinten anschleicht und versucht, sie auszublasen. Aber sie lieben das Vergnügen und so sind sie heute Abend auf seiner Seite und können es kaum erwarten, die Erwachsenen loszuwerden. Sobald sich also die Tür von Nummer 27 hinter Mr. und Mrs. Darling schloss, geriet das gesamte Firmament in Bewegung und der kleinste aller Sterne in der Milchstraße schrie, Jetzt, Peter! Kapitel 3 Kommt mit! Kommt mit! Nachdem Mr. und Mrs. Darling das Haus verlassen hatten, brannten die Nachtlichter an den Betten der drei Kinder noch für einen Augenblick hell weiter. Es waren fürchterlich hübsche kleine Nachtlichter und man kann einfach nicht anders, als sich zu wünschen, sie hätten wach bleiben können, um Peter zu sehen. Wendys Licht aber blinzelte und gähnte so laut, dass die anderen auch gähnen mussten und bevor sie ihre Münder wieder schließen konnten, gingen sie alle drei aus. Jetzt war ein anderes Licht im Raum, das tausendmal heller als die Nachtlichter war und in der Zeit, die wir für diesen Satz gebraucht haben, war das Licht schon in allen Schubladen gewesen, um nach Peters Schatten zu suchen, hatte den Kleiderschrank durchwühlt und alle Taschen von innen nach außen gedreht. Es war kein richtiges Licht. Es machte dieses Licht, weil es so schnell durchs Zimmer flitzte, doch sobald es für eine Sekunde zur Ruhe kam, sah man, dass es eine Elfe war, nicht größer als deine Hand, aber sie wuchs noch. Es war ein Mädchen und hieß Tinkerbell und sie war fein gekleidet in ein geripptes Blatt, das tief und sauber ausgeschnitten war und durch das man ihre Gestalt zu höchstem Vorteil schimmern sah. Sie neigte zu leichter Körperfülle. Kurz nachdem die Elfe hereingekommen war, schwang das Fenster auf, vom Atem der kleinen Sterne aufgeblasen und Peter fiel herein. Er hatte Tinkerbell einen Teil des Weges getragen und seine Hand war noch voll von Elfenstaub. Tinkerbell, rief er leise, nachdem er sich versichert hatte, dass die Kinder schliefen. Tink, wo bist du? Sie saß gerade in einem Krug und mochte es dort sehr, denn sie hatte noch nie in einem Krug gesessen. Oh, jetzt komm schon raus aus diesem Krug und sag mir endlich, ob du weißt, wo sie meinen Schatten versteckt haben. Ihm antwortete das hübscheste Schellen wie von goldenen Glöckchen. Das war die Elfensprache. Ihr gewöhnlichen Kinder könnt es nicht hören, aber wenn ihr es doch einmal hören solltet, dann wisstet ihr, dass ihr es schon einmal gehört habt. Tink sagte, der Schatten sei in der großen Kiste. Sie meinte die Kommode und Peter sprang zu den Schubladen und verteilte den Inhalt mit beiden Händen auf dem Boden, so wie Könige halbe Pennys in die Menge werfen. Einen Augenblick später hatte er seinen Schatten wieder und vergaß vor lauter Freude, dass er Tinkerbell in der Schublade eingesperrt hatte. Falls er überhaupt dachte, aber ich glaube nicht, dass er es jemals tat, dann dachte er jetzt, dass er und sein Schatten, wenn sie sich nur nah genug kämen, sich wie zwei Wassertropfen miteinander verbinden würden. Und er war entsetzt, als sie es nicht taten. Er versuchte, sich den Schatten mit Seife aus dem Badezimmer anzukleben, aber auch das blieb ohne Erfolg. Ein Zittern durchlief Peters Körper. Er setzte sich auf den Boden und weinte. Sein Schluchzen weckte Wendy und sie setzte sich in ihrem Bettchen auf. Es machte ihr keine Angst, einen fremden Jungen auf dem Boden weinen zu sehen. Sie war nur angenehm überrascht. Junge, sagte sie höflich, warum weinst du? Peter konnte ebenfalls überaus höflich sein, denn er hatte gutes Benehmen der alten Schule auf Elfenzeremonien gelernt. Also erhob er sich und verbeugte sich sehr artig vor ihr. Sie war sehr zufrieden und verbeugte sich vom Bett aus sehr artig vor ihm. Wie heißt du? fragte er. Wendy Mara Angela Darling, antwortete sie mit einiger Genugtuung. Und wie heißt du? Peter Pan. Sie wusste schon vorher, dass es Peter sein musste, aber dieser Name war nun doch ziemlich kurz. Ist das alles? Ja, sagte er scharf und hatte zum ersten Mal das Gefühl, dass es ein ziemlich kurzer Name war. Es tut mir leid, sagte Wendy Mara Angela. Ist nicht so wichtig, schluckte Peter. Sie fragte ihn, wo er wohnt. Zweite rechts, antwortete er und dann immer geradeaus bis zum Morgen. Was für eine komische Adresse. Peter sank der Mut. Zum ersten Mal hatte er das Gefühl, dass er womöglich eine komische Adresse hatte. Nein, ist es nicht, sagte er. Ich meine, sagte Wendy freundlich, sie erinnerte sich, dass sie die Gastgeberin war. Schreibt man das bei euch auf die Briefe? Er wünschte, sie hätte Briefe nicht erwähnt. Kriege keine Briefe, sagte er verächtlich. Aber deine Mutter bekommt Briefe. Habe keine Mutter, sagte er. Nicht nur, dass er keine Mutter hatte, er verspürte auch keinerlei Wunsch, eine zu haben. Er war der Meinung, dass Mütter vollkommen überschätzte Personen sind. Wendy aber spürte sofort, dass sie sich in unmittelbarer Nähe einer Tragödie befand. Ach, Peter, kein Wunder, dass du geweint hast, sagte sie, kletterte aus dem Bett und rannte auf ihn zu. Ich habe nicht wegen der Mütter geweint, sagte er ziemlich empört. Ich habe geweint, weil mein Schatten nicht mehr hält. Außerdem habe ich gar nicht geweint. Er ist abgegangen? Ja. Dann sah Wendy den Schatten auf dem Boden liegen und wie dreckig er war. Und Peter tat ihr furchtbar leid. Wie schrecklich, sagte sie, musste aber trotzdem lächeln, als sie sah, dass er versucht hatte, ihn mit Seife anzukleben. Typisch Junge. Zum Glück wusste sie sofort, was zu tun war. Er muss angenäht werden, sagte sie, nur ein ganz klein wenig gönnerhaft. Was heißt angenäht? fragte er. Du bist entsetzlich ungebildet. Nein, bin ich nicht. Sie ahlte sich in seiner Unwissenheit. Ich werde ihn für dich annähen, kleiner Mann, sagte sie, obwohl er genauso groß war wie sie und holte ihr Nähzeug heraus und nähte den Schatten an Peters Fuß fest. Kann sein, dass es ein bisschen weh tut, warnte sie ihn. Ach was, ich heule nicht, antwortete Peter, der bereits der Meinung war, dass er sein ganzes Leben noch nicht geheult hatte. Und er biss die Zähne zusammen und heulte nicht. Bald war sein Schatten wieder ganz der Alte, nur noch ein bisschen zerknittert. Vielleicht hätte ich ihn bügeln sollen, sagte Wendy nachdenklich. Doch Peter war, wie allen Jungs, aussehen gleichgültig. Und jetzt sprang er in übermütigster Freude herum. Aber ach, er hatte bereits vergessen, dass er Wendy dieses Glück verdankte. Er dachte tatsächlich, er selbst hätte den Schatten wieder angenäht. Wie klug ich doch bin, triumphierte er begeistert. Oh, diese Klugheit! Ich schäme mich, zugeben zu müssen, dass diese Großtuerei von Peter eine seiner faszinierendsten Eigenschaften war. Um es klipp und klar in aller Offenheit zu sagen, er war der eingebildetste Junge von allen. Doch fürs Erste war Wendy entsetzt. Du bist so ein Großtuer, rief sie voller Sarkasmus. Ich habe natürlich gar nichts getan. Du hast dir ein bisschen getan, sagte Peter gleichgültig und tanzte weiter. Ein bisschen, erwiderte sie stolz. Wenn ich zu nichts zu gebrauchen bin, dann kann ich ja auch gehen und sprang mit vollendeter Würde ins Bett und zog sich die Decke über den Kopf. Damit sie wieder schaute, tat er, als würde er sich davon schleichen. Doch das misslang. Da setzte er sich ans Ende des Betts und tippte sie sanft mit dem Fuß an. Wendy, sagte er, geht nicht. Ich kann nicht anders als zu jubeln, Wendy, wenn ich zufrieden mit mir bin. Sie sah ihn immer noch nicht an, sog aber jedes Wort begierig auf. Wendy, fuhr er fort mit einer Stimme, der bis heute keine Frau widerstehen konnte. Wendy, ein Mädchen ist mehr wert als 20 Jungs. Jetzt war Wendy mit jedem Zoll ganz Frau, auch wenn es hier nicht viele Zoll gab und sie lugte unter der Decke hervor. Glaubst du das wirklich, Peter? Ja, bestimmt. Das ist sehr, sehr lieb von dir, erklärte sie. Und deshalb stehe ich jetzt wieder auf. Und sie setzte sich zu ihm auf die Bettkante. Außerdem schlug sie vor, ihm einen Kuss zu geben, wenn er mochte. Doch Peter wusste nicht, wovon sie sprach und streckte erwartungsvoll die Hand aus. Aber du weißt doch, was ein Kuss ist, fragte sie entgeistert. Ich weiß es, wenn du ihm mir gegeben hast, antwortete er steil. Und um seine Gefühle nicht zu verletzen, gab sie ihm einen Fingerhut. Soll ich dir jetzt auch einen Kuss geben? fragte er und sie antwortete etwas spröde. Wenn du magst. Sie machte es ihm ziemlich leicht und hielt ihm das Gesicht hin. Er aber ließ nur eine Eichel in ihre Hand fallen. Also zog sie ihre Wange an den alten Ort zurück und sagte artig, dass sie seinen Kuss an einer Kette um den Hals tragen würde. Zum Glück tat sie das wirklich, denn die Eichel sollte später noch ihr Leben retten. Wenn in unseren Kreisen Leute sich einander vorstellen, dann ist es üblich, dass sie sich nach ihrem Alter fragen. Und da Wendy immer gerne das Richtige tat, fragte sie Peter, wie alt er sei. Es war keine sehr glückliche Frage, die sie ihm da stellte. Er war wie bei einer Klassenarbeit, die dich nach Grammatik fragt, wenn du eigentlich die Könige von England gelernt hast. Ich weiß es nicht, antwortete er beklommen. Aber ich bin ziemlich jung. Er hatte in Wahrheit überhaupt keine Ahnung, nur einen vagen Verdacht, aber er sagte auf gut Glück, Wendy, ich bin weggelaufen an dem Tag, an dem ich geboren wurde. Wendy war einigermaßen überrascht, aber interessiert. Und ganz nach Art feiner Salonmanieren bedeutete sie ihm mit einer Berührung ihres Nachthemdes, dass er doch näher rücken solle. Das war, erklärte er mit leiser Stimme, weil ich Vater und Mutter darüber sprechen hörte, was ich werden soll, wenn ich erwachsen bin. Er war jetzt mächtig aufgewühlt. Ich will aber nie erwachsen werden, sagte er in heftiger Erregung. Ich will immer ein kleiner Junge bleiben und Spaß haben, also bin ich weggelaufen nach Kensington Gardens und habe lange, lange bei den Elfen gelebt. Sie schaute ihn mit allergrößter Bewunderung an und er glaubte, es sei, weil er weggelaufen war, aber in Wirklichkeit war es, weil er Bekanntschaft mit den Elfen hatte. Wendy hat bislang ein so häusliches Leben gelebt, dass es ihr ganz wunderbar vorkam, Elfen zu kennen. Sie überschüttete ihn mit Fragen, was ihn überraschte, denn für ihn waren es ziemliche Quälgeister, die ihm ständig im Weg waren und so weiter und tatsächlich musste er ihnen manchmal eine ordentliche Tracht Prügel verpassen. Trotzdem mochte er sie im Großen und Ganzen und er erzählte ihr vom Ursprung der Elfen. Weißt du, Wendy, als das erste Baby zum ersten Male lachte, zersprang sein Lachen in tausend Stücke und die hüpften dann alle in der Gegend herum und das ist der Ursprung der Elfen. Langweiliges Gerede, doch weil sie so ein Stubenhocker war, gefiel es ihr trotzdem. Und deshalb sollte es, fuhr er freundlich fort, für jeden Jungen und jedes Mädchen eine Elfe geben. Sollte es? Ist es nicht so? Nein, weißt du, Kinder wissen heute eine solche Menge, dass sie schon früh nicht mehr an Elfen glauben und jedes Mal, wenn ein Kind sagt, ich glaube nicht an Elfen, dann fällt irgendwo eine Elfe tot zu Boden. Er meinte, sie hätten nun wirklich genug über Elfen gesprochen. Außerdem kam ihm plötzlich in den Sinn, dass Tinkerbell sehr ruhig war. Ich weiß einfach nicht, wo sie abgeblieben ist, sagte er, stand auf und rief Tink beim Namen. Wendys Herz fing vor lauter Schreck an zu flattern. Peter, rief sie und klammerte sich an ihn. Du willst mir doch nicht sagen, dass in diesem Zimmer eine Elfe ist. Eben war sie noch hier, sagte er ein bisschen ungeduldig. Kannst du sie vielleicht hören? Und sie horchten gemeinsam. Das Einzige, was ich höre, antwortete Wendy, klingt wie das Schellen von Glocken. Ja, das ist Tink, das ist die Elfensprache. Ich glaube, ich höre sie auch. Das Geräusch kam aus der Kommode und Peter machte ein fröhliches Gesicht. Niemand konnte je so fröhlich schauen wie Peter und sein Lachen war das bezauberndste Glucksen. Er hatte sein allererstes Lachen nie verloren. Er ließ die arme Tink aus der Schublade und sie fegte lauthals schimpfend durchs Zimmer. Du sollst so etwas nicht sagen, gab Peter zurück. Natürlich tut es mir sehr leid, aber woher hätte ich wissen sollen, dass du in der Schublade bist? Wendy hörte ihm nicht zu. Oh, Peter, rief sie, wenn sie doch einmal stillhalten würde, damit ich sie ansehen kann. Sie halten fast nie still, sagte er. Doch Wendy sah, wie die geheimnisvolle Gestalt auf der Kuckucksuhr für einen Moment zur Ruhe kam. Oh, wie schön, rief sie, obwohl Tinks Züge immer noch wutverzerrt waren. Tink, rief Peter freundlich. Diese Dame sagt, sie wünscht, du wärst ihre Elfe. Tinkerbell gab eine freche Antwort. Was hat sie gesagt, Peter? Er musste übersetzen. Sie ist nicht besonders höflich. Sie sagt, du bist ein großes, hässliches Mädchen und dass sie meine Elfe sei. Er versuchte, mit Tink zu reden. Du weißt, dass du nicht meine Elfe sein kannst, Tink, weil ich ein Gentleman bin und du eine Lady. Darauf antwortete Tink mit den Worten, du bescheuerter Esel, und verschwand im Badezimmer. Sie ist eine ziemlich gewöhnliche Elfe, erklärte Peter entschuldigend. Sie heißt Tinkerbell, die Kesselflickerin, weil sie die Töpfe und Kessel repariert. Inzwischen saßen die beiden zusammen im Lehnstuhl und Wendy überhäufte ihn mit weiteren Fragen. Wenn du jetzt nicht mehr in Kensington Gardens wohnst, manchmal wohne ich da immer noch. Aber wo wohnst du jetzt die meiste Zeit? Bei den verlorenen Jungs. Wer ist das? Das sind die Kinder, die aus dem Kinderwagen fallen, wenn die Amme nicht hinsieht. Wenn sie nach sieben Tagen keiner abholt, naja, schickt man sie weit weg ins Niemalsland, um für die Kosten aufzukommen. Ich bin der Anführer. Das macht bestimmt viel Spaß. Ja, sagte Peter mit verschlagenem Grinsen. Aber wir sind manchmal ziemlich einsam. Wir haben einfach keine weibliche Gesellschaft, weißt du? Es gibt keine Mädchen bei euch? Oh nein, nein, Mädchen sind viel zu schlau, um aus einem Kinderwagen zu fallen, weißt du? Das schmeichelte Wendy wirklich sehr. Ja, ich finde, sagte sie, du hast die wunderbarste Art, über Mädchen zu sprechen. Der da drüben, John, verachtet uns einfach nur. Als Antwort stand Peter auf und beförderte John mit einem Tritt aus dem Bett. Samt Decke und allem mit einem einzigen Tritt. Das schien Wendy dann doch etwas frech für eine erste Begegnung und sie sagte ihm klipp und klar, dass er in diesem Hause nicht der Anführer sei. John aber schlief so friedlich auf dem Fußboden weiter, dass sie ihm gestattete zu bleiben. Außerdem weiß ich, dass es nett gemeint war, sagte sie nachgiebig. Also darfst du mir einen Kuss geben. Sie hatte für einen Moment vergessen, dass er von Küssen keine Ahnung hatte. Ich dachte mir schon, dass du ihn zurückhaben willst, sagte er mit leichter Bitterkeit und bot ihr an, den Fingerhut zurückzugeben. Ach du liebe Zeit, sagte die liebe Wendy. Ich meinte doch gar keinen Kuss, ich meinte einen Fingerhut. Was ist das? Es geht so. Sie küsste ihn. Seltsam, sagte Peter ernst. Soll ich dir jetzt auch einen Fingerhut geben? Wenn du möchtest, sagte Wendy und hielt ihren Kopf diesmal gerade. Peter fingerhütelte sie und fast im selben Augenblick schrie sie gellend auf. Was ist Wendy? Es war, als hat mich jemand in den Haaren gezogen. Das muss Tink gewesen sein. So ungezogen habe ich sie nie erlebt. Und tatsächlich flitzte Tink jetzt abermals herum und fluchte fürchterlich. Sie sagt, sie macht das jetzt jedes Mal, wenn ich dir einen Fingerhut gebe, Wendy. Aber warum? Warum, Tink? Wieder antwortete Tink. Du bescheuerter Esel! Peter verstand einfach nicht warum, aber Wendy verstand. Und sie war ein kleines bisschen beleidigt, als er zugab, dass er nicht ans Kinderzimmerfenster gekommen war, um sie zu sehen, sondern um Geschichten zu hören. Ich kenne keine Geschichten, weißt du? Keiner von den verlorenen Jungs kennt irgendwelche Geschichten. Das ist aber sehr, sehr schlimm, sagte Wendy. Weißt du, fing Peter an, warum Schwalben ihre Nester ein Dach drauf bauen? Weil sie die Geschichten hören wollen. Oh Wendy, deine Mutter hat dir so eine schöne Geschichte erzählt. Welche Geschichte war das? Von dem Prinzen, der das Mädchen mit den Gläsern im Schuh nicht finden konnte. Peter, sagte Wendy aufgeregt, das war Aschenputtel und er fand sie und so lebten sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Peter war so froh, dass er vom Boden aufsprang, wo sie zuletzt gesessen hatten und zum Fenster eilte. Wo willst du hin? rief sie misstrauisch. Den anderen Jungs davon erzählen. Geh nicht, Peter, flehte sie ihn an. Ich kenne so viele Geschichten. Das waren ihre Worte. Es kann also niemand bestreiten, dass sie es war, die ihn zuerst in Versuchung führte. Er kam zurück und in seinen Augen lag eine Gier, die sie hätte warnen müssen, aber es nicht tat. Ach, was könnte ich den Jungs für Geschichten erzählen, rief sie. Dann packte Peter sie und begann sie zum Fenster zu ziehen. Lass mich los, befahl sie ihm. Wendy, bitte komm mit und erzähle es den anderen Jungs. Natürlich gefiel es ihr sehr, dass er sie fragte, aber sie antwortete, Oh je, ich kann nicht. Denk nur an Mama. Außerdem kann ich nicht fliegen. Ich bringe es dir bei. Ach, wie schön ist Fliegen. Ich bringe dir bei, wie man dem Wind auf den Rücken springt und dann fliegen wir los. Ach, rief sie begeistert. Wendy, Wendy, statt in deinem dummen Bett zu schlafen, könntest du mit mir durch die Luft fliegen und den Sternen lustige Dinge sagen. Ach, und es gibt mehr Jungfrauen, Wendy. Mehr Jungfrauen? Mit Schwänzen? Mit wunderbar langen Schwänzen. Oh, rief Wendy, endlich eine mehr Jungfrau sehen. Peter war jetzt fürchterlich gerissen. Wendy, sagte er, wir würden alle großen Respekt vor dir haben. Sie warnt sich vor Entscheidungsnot. Es war, als würde sie gerade noch versuchen, auf dem Boden zu bleiben. Doch er hatte kein Mitleid mit ihr. Wendy, sagte er verschmitzt, du könntest uns abends schön warm zudecken. Ach, keiner von uns ist abends je warm zugedeckt worden. Und sie streckte die Arme nach ihm aus. Und du könntest unsere Kleider stopfen und Hosentaschen für uns annähen. Keiner von uns hat irgendwelche Hosentaschen. Wie konnte sie dem widerstehen? Das ist natürlich furchtbar verlockend, rief sie. Peter, würdest du John und Michael auch das Fliegen beibringen? Wenn du willst, sagte er gleichgültig. Und sie lief zu John und Michael und schüttelte sie. Wacht auf, rief sie. Peter Pan ist hier und bringt uns das Fliegen bei. John rieb sich die Augen. Dann stehe ich jetzt auf, sagte er. Natürlich saß er längst auf dem Boden. Hallo, rief er. Ich bin ja schon lange auf. Inzwischen war auch Michael wach und sah sich um. Mit Augen so scharf wie eine Säge und ein Messer mit sechs Klingen. Doch plötzlich bedeutete ihnen Peter, still zu sein. Ihre Gesichter nahmen einen ungeheuer durchtriebenen Ausdruck an. Typisch für Kinder, die auf Geräusche aus der Erwachsenenwelt lauschen. Alles war still wie ein Salzwerk. Dann war alles wieder in Ordnung. Nein, Halt, nichts war in Ordnung. Denn jetzt war Nana still, die den ganzen Abend über elendig gebellt hatte. Es war ihr Schweigen, dass sie gehört hatten. Macht das Licht aus, schnell, versteckt euch, rief John und übernahm das erste und einzige Mal während des gesamten Abenteuers das Kommando. Und so schien das Kinderzimmer, als Lisa mit dem Hund hereinkam, ganz das Alte zu sein. Sehr dunkel und man hätte schwören können, die drei ungezogenen Bewohner wie Engel atmen zu hören, während sie schliefen. Es war ein echtes Kunststück, wie sie das so hinter den Fenstervorhängen taten. Lisa hatte schlechte Laune, denn sie war gerade dabei gewesen, in der Küche die Plumperrings anzurühren und eine Rosine hing ihr noch an der Wange, als Nana sie mit ihren absurden Verdächtigungen von dort weglockte. Der beste Weg, um endlich etwas Ruhe zu haben, dachte sie, war Nana unter Aufsicht natürlich für einen Moment ins Kinderzimmer zu lassen. »Hier, du misstrauisches Vieh!« sagte sie ohne Mitgefühl, dass Nana in Ungnade gefallen war. »Sie sind hier ganz in Sicherheit, oder etwa nicht? Schlafen tief und fest in ihren Betten. Die kleinen Engel, hör doch, wie sanft sie atmen!« An dieser Stelle atmete Michael, ermutigt vom Erfolg, so laut, dass sie fast entdeckt worden wären. Nana kannte dieses Atmen und sie versuchte, Lisas hartem Griff zu entkommen. Aber Lisa war schwer vom Begriff. »Ich will nichts mehr davon hören«, sagte sie streng und zog sie aus dem Zimmer. »Ich warn dich, wenn du noch einmal bellst, gehe ich sofort rüber zu dem gnädigen Herrn und gnädiger Frau und hole sie nach Hause von Fest. Und dann, oho, setzt es Prügel vom Herrn. Jawohl!« Sie band den glücklosen Hund wieder an. Aber meint ihr, Nana hörte auf zu bellen? »Hol den gnädigen Herrn und die gnädige Frau vom Fest nach Hause, aber ja, das war doch genau das, was sie wollte.« »Glaubt ihr, es stört sie, verprügelt zu werden, solange es ihren Schützlingen nur gut ging?« Leider kehrte Lisa zu ihrem Plomperding zurück. Und als Nana sah, dass von ihr keine Hilfe kommen würde, riss und zerrte sie an ihrer Kette, bis sie endlich brach. Einen Augenblick später stürzte sie auch schon in den Salon von Nummer 27 und warf die Pfoten gen Himmel. Ihre allerstärkste Geste, um etwas Wichtiges zu sagen. Mr. und Mrs. Darling wussten sofort, dass im Kinderzimmer etwas Schreckliches geschah und stürmten auf die Straße, ohne sich von ihrer Gastgeberin zu verabschieden. Doch seit die drei Halunken hinter den Gardinen geatmet hatten, waren zehn Minuten vergangen und Peter Pan kann viel in zehn Minuten. Wir kehren ins Kinderzimmer zurück. »Alles in Ordnung«, verkündete John und kroch aus seinem Versteck. »Sag mal, Peter, kannst du wirklich fliegen?« Statt sich die Mühe zu machen, ihm zu antworten, flog Peter ein paar Mal im Zimmer herum und landete zwischendurch auf dem Kaminsims. »Wie super«, sagten John und Michael. »Wie süß«, rief Wendy. »Ja, ich bin süß«, »oh, ich bin süß«, sagte Peter und vergaß schon wieder seine Manieren. Es sah so herrlich leicht aus und sie versuchten es erst vom Fußboden, dann von den Betten, aber jedes Mal ging es nach unten, nicht nach oben. »Sag mal, wie machst du das?« fragte John und rieb sich das Knie. Er war ein praktisch veranlagter Junge. »Ihr müsst nur schöne, wunderbare Gedanken denken«, erklärte Peter, »und die heben euch dann in die Luft.« Er zeigte es ihnen noch einmal. »Du bist so fix damit«, sagte John. »Kannst du es nicht einmal ganz, ganz langsam machen?« Peter machte es langsam und schnell. »Jetzt hab ich's, Wendy«, rief John, fand aber bald heraus, dass er es nicht hatte. Keiner von ihnen konnte auch nur einen Zoll hochfliegen, obwohl Michael sogar schon Wörter mit zwei Silben lesen, Peter aber nicht einmal ein A von einem Z unterscheiden konnte. Natürlich hatte Peter nur sein Spiel mit ihnen getrieben, denn keiner kann fliegen, wenn er nicht mit Elfenstaub bepustet wurde. Zum Glück war seine Hand, wie schon gesagt, noch voller Elfenstaub und er blies ein bisschen davon auf jedes der drei Kinder. Und zwar mit prächtigem Ergebnis. »Jetzt wackelt einfach so mit euren Schultern«, sagte er, »und dann loslassen!« Sie standen alle in ihren Betten und der tapfere Michael ließ als erster los. Er wollte eigentlich gar nicht loslassen, aber er tat es und augenblicklich schwebte er durch den Raum. »Ich bin gefliegt!« schrie er, während er noch mitten in der Luft war. Jetzt flog auch John und begegnete Wendy in der Nähe des Wadezimmers. »Oh, wie schön! Toll! Schau mal! Schau mal! Schau mal!« Sie flogen nicht halb so elegant wie Peter und sie strampelten noch etwas, aber ihre Köpfe stießen rumpelnd an die Decke und eigentlich gab es doch nichts köstlicheres als das. Zuerst nahm Peter Wendy bei der Hand, doch er musste es wieder lassen. Tink war so entrüstet. Sie flogen rauf und runter, quer durchs Zimmer, rundherum. Wendys Wort dafür war himmlisch. »Sag mal!« rief John. »Warum fliegen wir nicht alle einmal nach draußen?« Natürlich war es das, wo Peter sie die ganze Zeit hinlocken wollte. Michael war bereit. Er wollte unbedingt wissen, wie lange er brauchte, um eine Milliarde Meilen zu fliegen. Aber Wendy zögerte. »Mehr Jungfrauen«, sagte Peter noch einmal. »Aww!« »Und es gibt Piraten!« »Piraten!« schrie John und griff nach seinem Sonntagshut. »Lasst uns sofort losfliegen!« Just in diesem Augenblick eilten »Mr. und Mrs. Darling« mit Nana aus der Nummer 27. Sie rannten mitten auf die Straße, um zum Kinderzimmerfenster hochzuschauen. Und ja, es war noch verschlossen, aber der Raum stand vor Licht wie in Flammen und was ihnen das Herz fast stehen blieben ließ. Als Schatten auf der Gardine konnten sie drei kleine Gestalten im Nachthemd erkennen, die im Zimmer hin und her flitzten, aber nicht auf dem Boden, sondern in der Luft. Nicht drei Gestalten? Vier Zitternd öffneten sie die Haustür. Mr. Darling wäre die Treppe hinaufgestürmt, aber Mrs. Darling machte ihm ein Zeichen, dass er leise gehen soll. Sie versuchte sogar, ihr Herz leise schlagen zu lassen. Würden sie das Kinderzimmer rechtzeitig erreichen? Wenn ja, wie wunderbar für sie und wir werden alle einen Seufzer der Erleichterung tun. Dann aber gibt es keine Geschichte. Sollten sie freilich nicht schnell genug sein, dann verspreche ich hoch und heilig, dass am Ende alles wieder gut wird. Sie hätten das Kinderzimmer rechtzeitig erreicht, wenn die kleinen Sterne sie nicht die ganze Zeit beobachtet hätten. Noch einmal bliesen sie das Fenster auf und der kleinste aller Sterne schrie, Achtung, Peter! Da wusste Peter, dass sie keinen Moment mehr zu verlieren hatten. Kommt, rief er gebieterisch und schwang sich geradewegs hinaus in die Nacht, gefolgt von John und Michael und Wendy. Mr. und Mrs. Darling und Nana stürzten ins Zimmer. Zu spät. Die Vögel waren ausgeflogen. Kapitel 4 Der Flug Zwei rechts und immer geradeaus bis zum Morgen. Das war der Weg zum Niemalsland, hatte Peter Wendy erzählt. Aber nicht einmal die Vögel, die Landkarten mit sich herumtragen und sie an windigen Ecken zu Rate ziehen, hätten es mit dieser Wegbeschreibung finden können. Peter sagte nämlich einfach immer, was ihm gerade in den Sinn kam. Am Anfang vertrauten ihm seine Gefährten blind und sie hatten so viel Spaß am Fliegen, dass sie Zeit damit vergeudeten um Kirchtürme und alle möglichen hohen Gebäude, an denen sie gerade gefallen fanden, im Kreis herumzufliegen. John und Michael flogen um die Wette. Michael war schneller. Verächtlich erinnerten sie sich daran, dass sie sich vor nicht allzu langer Zeit noch für Prachtkerle hielten, weil sie im Zimmer herumfliegen konnten. Vor nicht allzu langer Zeit. Aber vor wie langer Zeit? Sie flogen bereits übers Meer, bevor dieser Gedanke Wendy ernsthaft zu beunruhigen begann. John dachte, es sei das zweite Meer und die dritte Nacht. Manchmal war es dunkel, manchmal hell und jetzt war ihnen ganz kalt und im nächsten Augenblick zu warm. Hatten sie zuweilen tatsächlich Hunger oder taten sie nur so, weil Peter so eine lustige neue Art hatte, ihnen Essen zu beschaffen? Die gingen so, dass Peter Vögel jagte, die Futter in ihrem Schnabel trugen, das auch Menschen essen konnten und es ihnen wegschnappte. Dann jagten die Vögel ihn und schnappten es sich zurück und so jagten sie sich fröhlich viele Meilen, bis sie schließlich auseinander gingen und sich gegenseitig ihrer Zuneigung versicherten. Doch Wendy sah mit leiser Sorge, dass Peter nicht zu wissen schien, dass dies eine ziemlich seltsame Art war, an sein täglich Brot zu kommen, noch gar, dass es auch anders ging. Ganz sicher taten sie nicht nur so, als wären sie müde, sie waren es wirklich. Und das war gefährlich, denn in dem Moment, wo ihnen die Augen zu fielen, stürzten sie ab. Das Schlimme war, dass Peter das lustig fand. Und da fällt er wieder, schrie er fröhlich, als Michael plötzlich wie ein Stein nach unten sackte. Rette ihn, rette ihn, rief Wendy und sah entsetzt auf das tosende Meer tief unter ihnen. Nach einer Weile tauchte Peter durch die Luft und fing Michael auf, kurz bevor er tatsächlich ins Meer fallen konnte. Und es war großartig, wie er das machte. Aber er wartete immer bis zum allerletzten Augenblick und man hatte das Gefühl, es war seine eigene Geschicklichkeit, an der er interessiert war, nicht ein Menschenleben zu retten. Außerdem liebte er die Abwechslung und der Spaß, der ihn in diesem Moment entzückte, hörte im nächsten plötzlich auf, ihn zu locken und so bestand immer die Möglichkeit, dass er dich beim nächsten Mal fallen ließ. Er konnte in der Luft schlafen, ohne runterzufallen, indem er einfach auf dem Rücken lag und sich treiben ließ. Das ging aber nur, teilweise zumindest, weil er so leicht war, dass er schneller wurde, wenn man hinter ihm herflog und blies. Bitte sei etwas höflicher zu ihm, flüsterte Wendy John ins Ohr, als sie Ihr Macht, was ich mache spielten. Dann sag ihm, er soll nicht so angeben, sagte John. Wenn sie Ihr Macht, was ich mache spielten, flog Peter dicht übers Wasser und berührte im Vorbeiflug jede Haifischflosse, so wie man auf der Straße mit dem Finger am Eisenzaun entlang fährt. Sie waren lange nicht so gut wie er, deshalb schien es vielleicht ein bisschen wie angeben, vor allem, weil er sich ständig nach ihnen umsah, um zu schauen, wie viele Flossen sie verpasst hatten. Ihr müsst nett zu ihm sein, bläute Wendy ihren Brüdern ein. Denn was tun wir, wenn er uns hier allein lässt? Wir können zurückfliegen, sagte Michael. Wie sollen wir denn ohne ihn den Rückweg jemals finden? Naja, wir können auch einfach weiterfliegen, sagte John. Das ist ja das Schlimme, John. Wir müssen weiterfliegen, weil wir gar nicht wissen, wie man landet. Das stimmte. Peter hatte vergessen, ihm zu zeigen, wie man landete. John sagte, wenn alle Strecke rissen, wäre alles, was sie tun müssten, immer weiter geradeaus zu fliegen. Denn die Erde sei rund. Und so kämen sie unweigerlich nach einiger Zeit zurück zu ihrem alten Fenster. Und wer besorgt uns etwas zu essen, John? Ein Stückchen habe ich dem Adler auch aus dem Schnabel gezupft. Das war doch nicht schlecht, Wendy. Nach dem zwanzigsten Versuch, erinnerte ihn Wendy. Und selbst wenn wir gut darin werden, uns Essen zu besorgen, schaut doch, wie wir mitten in den Wolken zusammenstoßen. Und all das, wenn er nicht in der Nähe ist und uns hilft. Tatsächlich rammten sie die ganze Zeit irgendetwas. Sie konnten jetzt schnell fliegen, obwohl sie immer noch viel zu viel strampelten. Aber wenn sie vor sich eine Wolke sahen, stießen sie erst recht mit ihr zusammen, je mehr sie versuchten, ihr auszuweichen. Wäre Nana jetzt bei ihnen gewesen, sie hätte Michael schon längst ein Verband um die Stirn gewickelt. Peter war gerade nicht bei ihnen und sie führten sich ziemlich einsam, so ganz allein dort oben. Er war so viel schneller als sie, dass er plötzlich davonschoss und nicht mehr zu sehen war, um irgendein Abenteuer zu erleben, an dem sie nicht teil hatten. Dann kam er zurück und lachte über etwas furchtbar Lustiges, das er oben in der Höhe zu einem Stern gesagt hatte. Aber er hatte bereits vergessen, was es war. Oder er kam von unten herauf und war mit Meerjungfrauenschuppen überdeckt, konnte aber nicht mit Sicherheit sagen, was geschehen war. Das war wirklich ziemlich verwirrend für Kinder, die noch nie eine Meerjungfrau gesehen hatten. Und wenn er die so schnell vergisst, folgerte Wendy. Wie können wir dann erwarten, dass er sich an uns erinnert? Und tatsächlich, manchmal kam er zurück und erinnerte sich nicht mehr an sie, jedenfalls nicht gut. Da war Wendy sich sicher. Sie sah es an seinen Augen, dass er sie langsam wiedererkannte, als er ihnen nur eben die Zeit sagen und dann weiterfliegen wollte. Einmal musste sie ihm sogar sagen, wie sie hieß. Ich heiße Wendy, sagte sie aufgebracht. Es tat ihm sehr leid. Bitte, Wendy, flüsterte er. Immer wenn du siehst, dass ich dich vergesse, sag einfach jedes Mal, ich heiße Wendy, dann erinnere ich mich. Das war natürlich etwas unbefriedigend. Doch um es wieder gut zu machen, zeigte er ihnen, wie man sich flach auf einem starken Wind legt, der in die richtige Richtung weht. Und das war eine so wohltuende Abwechslung, dass sie es gleich mehrmals probierten und entdeckten, dass sie so sicher schlafen konnten. Bestimmt hätten sie noch länger geschlafen, aber Peter hatte das Schlafen schnell satt und schon bald rief er im Anführerton, Endstation, alle aussteigen! So näherten sie sich mit gelegentlichen Meinungsverschiedenheiten, aber im Ganzen sehr ausgelassen dem Niemalsland. Denn nach vielen Monaten erreichten sie es tatsächlich und obendrein waren sie die ganze Zeit ziemlich gerade darauf zugeflogen. Weniger vielleicht, weil Peter und Tink sie geführt hatten, sondern weil die Insel selbst nach ihnen gesucht hatte. Nur so bekommt man die Zauberstrände jemals zu Gesicht. Da ist es, sagte Peter ruhig. Wo? 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 Wohin die ganzen Pfeile zeigen? Tatsächlich zeigten Millionen goldener Pfeile den Kindern die Insel, alle ausgerichtet von ihrer Freundin, der Sonne, die sicher gehen wollte, dass sie den Weg auch fanden, bevor sie in der Nacht verschwand. Wendy, John und Michael standen auf Zehenspitzen in der Luft, um einen ersten Blick auf die Insel zu erhaschen. Es mag seltsam klingen, aber sie erkannten sie alle sofort und bevor die Angst sie beschlich, jubelten sie ihr zu. Nicht wie etwas, von dem man lange geträumt hat und es endlich sieht, sondern wie einem vertrauten Freund, dem man in den Ferien wieder begegnet. John, da ist die Lagune! Wendy, sieh mal! Dort vergrabt die Schildkröten ihre Eier im Sand. Da, John! Ich sehe dein Flamingo mit dem gebrochenen Bein! Schau, Michael, da ist deine Höhle! John, was ist das da unten im Buschland? Das ist deine Wölfe mit ihren Welten. Wendy, ich glaube fast, es ist deine kleine Welpe. Da ist mein Boot, John! Mit den zerlöcherten Seiten! Nein, ist es nicht! Das haben wir doch verbrannt! Ist es doch ganz sicher! Du, John, ich sehe Rauch aus dem Lager der Rothäute aufsteigen. Wo? Zeig's mir! Dann kann ich am Kringeln des Rauchs erkennen, ob sie auf dem Kriegsfad sind. Dort, am anderen Ufer des geheimen Flusses! Ja, ich sehe es! Ja, sie sind auf dem Kriegsfad! Ganz bestimmt! Peter war ein bisschen verärgert, weil sie so viel wussten. Aber wenn er den Herren spielen wollte, lag sein Triumph bereits in Reichweite. Denn habe ich euch nicht erzählt, dass die Kinder schon bald Angst befiel? Sie kam, als die Pfeile verschwanden und die Insel in Düsternis zurückließen. In den alten Zeiten zu Hause hatte das Niemalsland zur Schlafenszeit immer ein bisschen düster und bedrohlich ausgesehen. Dann zeigten sich unerforschte Gegenden und breiteten sich aus. Schwarze Schatten huschten umher. Das Brüllen der Raubtiere klang auf einmal ganz anders und vor allem verlor man die Gewissheit, dass man gewinnen würde. Ihr wart ganz froh, dass die Nachtlichter brannten und es gefiel euch, wenn auch Nana nochmal sagte, das sei bloß der Kaminsims dort drüben und das Niemalsland nur Fantasie. Natürlich war das Niemalsland zu der Zeit nur Fantasie, aber jetzt war es wirklich und es gab keine Nachtlichter. Und mit jedem Augenblick wurde es dunkler. Und wo war Nana überhaupt? Bislang war jeder für sich geflogen, nun aber drängten sie sich alle eng an Peter. Seine gleichgültige Art war endlich verschwunden, seine Augen funkelten und ein Prickeln durchlief sie jedes Mal, wenn sie seinen Körper berührten. Sie waren jetzt direkt über der furchterregenden Insel und flogen so tief, dass manchmal ein Baum ihre Füße leicht kitzelte. In der Luft war nichts Schreckliches zu sehen, dennoch kamen sie nur noch langsam und mühevoll voran, als würden sie sich ihren Weg durch feindliche Kräfte warnen. Manchmal hingen sie in der Luft so lange fest, bis Peter mit den Fäusten darauf eingeschlagen hatte. Sie wollen nicht, dass wir landen, erklärte er. Wer ist sie? flüsterte Wendy schaudern. Aber er konnte oder wollte es nicht sagen. Tinkerbell war auf seiner Schulter eingeschlafen, doch jetzt weckte er sie und schickte sie voraus. Manchmal hielt er mitten in der Luft ganz still, horchte angestrengt mit einer Hand am Ohr und starrte dann wieder mit so strahlend hellen Augen nach unten, dass sie zwei Löcher in die Erde zu bohren schienen. Wenn er damit fertig war, flog er weiter. Sein Mut war fast schon erschreckend. Willst du jetzt ein Abenteuer? fragte er John lässig. Oder willst du zuerst etwas essen? Erst essen, sagte Wendy schnell und Michael drückte ihr dankbar die Hand. Aber John war mutiger und zögerte. Was für ein Abenteuer, fragte er vorsichtig. In den Pampas direkt unter uns schläft ein Pirat, erzählte ihm Peter. Wenn du willst, dann gehen wir runter und töten ihn. Ich sehe ihn nicht, sagte John nach einer langen Pause. Ich aber schon. Angenommen, sagte John mit etwas rauer Stimme. Er wacht auf. Peter antwortete empört. Du glaubst doch nicht etwa, ich würde ihn töten, wenn er schläft? Ich würde ihn erst aufwecken und dann töten. So mache ich es immer. Ach was, tötest du viele von ihnen? Berge. John sagte, na das ist ja toll. Er schloss sich dann aber doch, erst zu essen. Er fragte, ob im Augenblick viele Piraten auf der Insel seien und Peter erwiderte, er habe noch nie so viele gesehen. Wer ist jetzt hier Anführer? Hook, antwortete Peter und sein Gesicht verfinsterte sich sehr, als er das verhasste Wort aussprach. James Hook? Ei. Da fing Michael wirklich an zu heulen und sogar John konnte nur noch würgend sprechen, denn Hooks Ruf war ihnen vertraut. Er war Blackbeards Bootsmann, flüsterte John heiser. Er ist der einzige Mann, vor dem selbst Barbecue sich fürchtete. Genau der, sagte Peter. Wie sieht er aus? Ist er groß? Nicht so groß, wie er mal war. Wie meinst du das? Ich habe ihn ein Stück kürzer gemacht. Du? Ja, ich, sagte Peter scharf. Ich wollte nicht auspektlos sein. Ist schon gut. Und sag schon, welches Stück? Seine rechte Hand. Dann kann er jetzt nicht mehr kämpfen. Wenn du wüsstest. Linkshänder? Da, wo früher die rechte Hand war, sitzt jetzt ein eiserner Haken. David packt er zu. Packt er zu? Hör mal, John, sagte Peter. Ja, sag Ei, Ei, Sir. Ei, Ei, Sir. Es gibt da eine Sache, fuhr Peter fort, die mir jeder Junge, der mir dient, versprechen muss. Du auch. John wurde blass. Die Sache ist die, wenn wir im offenen Kampf auf Hook treffen, musst du ihn mir überlassen. Versprochen, sagte John getreulich. Gerade war ihnen weniger unheimlich zumute, weil Tink mit ihnen flog und in ihrem Licht jeder den anderen erkennen konnte. Leider konnte sie nicht so langsam fliegen wie sie und musste ständig im Kreis um sie herumflitzen. In diesem Kreis bewegten sie sich wie in einem heiligen Schein voran. Wendy gefiel das ganz gut, bis Peter ihnen erklärte, welchen Nachteil es hat. Sie sagt, begann er, dass die Piraten uns schon vor Einbruch der Dunkelheit entdeckt hätten und Long Tom in Position gebracht haben. Die große Kanone? Ja, und natürlich sehen sie ihr Licht und sobald sie darauf kommen, dass wir in der Nähe dieses Lichtes sind, werden sie mit Sicherheit feuern. Wendy, John, Michael, sag ihr, dass sie sofort verschwinden soll, Peter, riefen sie alle drei wie aus einem Mund, aber er weigerte sich. Sie glaubt, dass wir uns verflogen haben, antwortete Peter steif, und sie hat ziemlich große Angst. Ihr glaubt doch wohl nicht, dass ich sie ganz alleine fortschicke, wenn sie Angst hat. Für einen Moment war der Lichtkreis unterbrochen und etwas gab Peter einen zärtlichen kleinen Kniff. Dann sag ihr, bettelte Wendy, dass sie ihr Licht ausmachen soll. Sie kann es nicht ausmachen, das ist ungefähr so das Einzige, was Elfen nicht können. Es geht einfach von selbst aus, wenn sie einschlafen, so wie bei den Sternen. Dann sag ihr, sie soll sofort einschlafen, sagte John fast schon im Befehlston. Sie kann nicht einschlafen, wenn sie nicht müde ist. Das ist das Einzige, was Elfen außerdem nicht können. Mir scheint aber, knurrte John, dies sind die einzigen zwei Dinge, die jetzt nützlich wären. An dieser Stelle wurde auch er gekniffen, aber keinesfalls zärtlich. Wenn einer von uns nur eine Hosentasche hätte, sagte Peter, dann könnten wir sie dahin tragen. Aber sie waren in solcher Eile aufgebrochen, dass nicht einer von den Vieren eine Hosentasche hatte. Da hatte er plötzlich eine gute Idee. Johns Hut. Tink war einverstanden, ab sofort im Hut zu reisen, wenn er in der Hand getragen wurde. John trug ihn, obwohl sie gehofft hatte, von Peter getragen zu werden. Kurz darauf nahm Wendy den Hut, weil John sich beschwerte, dass er ihn beim Fliegen gegen das Knie schlug. Das aber führte, wie wir noch sehen werden, zu Unheil. Denn Tinkerbell hasste es, Wendy in irgendeiner Weise zu Dank verpflichtet zu sein. Aus dem schwarzen Zylinder drang kein Fünkchen Licht und so flogen sie schweigend weiter. Es war das tiefste Schweigen, das ihnen jemals begegnet war, nur einmal unterbrochen von einem entfernten Plätschern, von dem Peter sagte, es wären die wilden Tiere, die am Fluss trinken und nach einmal von ihrem schabenden Geräusch, das von aneinanderreibenden Ästen hätte stammen können, von dem Peter jedoch behauptete, es seien die Rothäute, die ihre Messer wetzten. Dann veräppten sogar diese Geräusche. Michael machte die Einsamkeit Angst. Wenn sich doch irgendetwas regen würde, weinte er. Wie als Antwort auf seine Bitte wurde die Luft plötzlich von dem ohrenbetäubendsten Donner zerrissen, das er je gehört hatte. Die Piraten hatten Long Tom auf sie abgefeuert. Das Dröhnen warf sein Echo durch die Berge und die Echos schienen ungezähmt zu brüllen. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? So blitzartig erkannten die drei zu Tode erschrockenen Kinder den Unterschied zwischen einer Insel, die nur in der Fantasie existierte, und derselben Insel die Wirklichkeit wird. Nachdem sich die Himmel endlich wieder beruhigt hatten, waren John und Michael im Finstern allein. John trat in der Luft mechanisch auf der Stelle und Michael trieb dahin, ohne zu wissen, wie man dahin trieb. Bist du getroffen? flüsterte John ängstlich. Weiß ich noch nicht, flüsterte Michael zurück. Wir wissen inzwischen, dass keiner von ihnen getroffen wurde. Peter jedoch war von dem Wind, den die Kanonenkugel gemacht hatte, weit aufs Meer hinaus getragen worden, während Wendy, ohne irgendjemanden bei sich aus der Tinkerbell, in die Höhe geblasen worden war. Wendy hätte gut daran getan, den Hut in dem Moment fallen zu lassen. Ich weiß nicht, ob Tink plötzlich diesen Einfall hatte oder ob die Sache von langer Hand geplant war. Jedenfalls hüpfte sie mit einem Satz aus dem Hut und begann, Wendy ins Verderben zu locken. Tink war nicht ausschließlich böse, oder besser gesagt, sie war in diesem Augenblick ausschließlich böse, andererseits aber manchmal auch ausschließlich gut. Elfen müssen das eine oder das andere sein, denn sie sind so klein, dass sie leider immer nur für einen Gefühl Platz haben. Sie dürfen das Gefühl zwar wechseln, es muss jedoch immer ein vollständiger Wechsel sein. Im Augenblick war sie ganz und gar eifersüchtig auf Wendy. Was sie mit ihrem bezaubernden Klingeln sagte, konnte Wendy natürlich nicht verstehen und ich glaube, manches davon war tatsächlich lästerliche Rede, aber es klang sehr freundlich und sie flog vor und zurück, was ganz eindeutig hieß, Folge mir und alles wird gut. Was hätte die arme Wendy auch tun sollen? Sie rief nach Peter, John und Michael und erhielt nur spöttische Echos zur Antwort. Sie wusste noch nicht, dass Tink sie hasste mit dem grimmigen Hass einer richtigen Frau und so ließ sie sich von Tink verwirrt und plötzlich taumelnd in ihrem Flug in ihr Verhängnis führen. Die Insel wird Wirklichkeit Als die Insel spürte, dass Peter auf dem Heimweg war, erweckte das Niemalsland zu neuem Leben. Wir sollten das richtige Wort benutzen und Erwachte sagen, aber erweckte ist besser und Peter benutzte es immer. Wenn er nicht da ist, geht auf der Insel normalerweise alles ganz ruhig zu. Die Elfen schlafen am Morgen eine Stunde länger, die Tiere kümmern sich um ihre Jungen, die Rothäute schlagen sich sechs Tage und Nächte lang die Bäuche voll und wenn sich die Piraten und die verlorenen Jungs treffen, kauen sie sich nur gegenseitig auf den Daumen etwas vor. Doch wenn Peter, der Trägheit nicht ausstehen kann, zurückkommt, sind sie alle wieder putzmunter. Wenn du jetzt dein Ohr an den Boden legtest, könntest du hören, wie die gesamte Insel vor lauter Leben nur so wimmelt. An diesem Abend waren die wichtigsten Kräfte der Insel folgendermaßen verteilt. Die verlorenen Jungs waren unterwegs, um Peter zu suchen. Die Piraten waren unterwegs, um die verlorenen Jungs zu suchen. Die Rothäute waren unterwegs, um die Piraten zu suchen. Und die wilden Tiere waren unterwegs, um die Rothäute zu suchen. Sie umrundeten die Insel wieder und wieder, aber sie trafen sich nie, weil sie alle gleich schnell gingen. Alle trachteten nach Blut außer den Jungs, die in der Regel dasselbe taten, aber heute nur losgezogen waren, um ihren Anführer zu begrüßen. Wie viele Jungs auf der Insel sind, ändert sich natürlich, je nachdem, wer getötet wird und so weiter. Und wenn es so aussieht, als würden sie erwachsen, was gegen die Regeln verstößt, dann dünnt Peter sie aus. Im Augenblick waren es sechs, wenn man die Zwillinge als zwei rechnet. Stellen wir uns also vor, wir legen hier im Zuckerrohr und beobachteten sie, wie sie in einer Reihe an uns vorbeischleichen. Jeder mit der Hand an seinem Dolch. Peter hat ihnen verboten, auch nur im Entferntesten so auszusehen wie er. Also tragen sie Bärenfelle von selbsterlegten Bären, in denen sie so rund und pelzig daherkommen, dass sie sich kugeln, wenn sie umfallen. Sie sind deshalb inzwischen sehr sicher auf den Beinen. Der erste, der vorbeikommt, ist Toodles. Nicht der am wenigsten tapfere, aber der größte Unglücksrabe der mutigen Bande. Er war in weniger Abenteuer verwickelt gewesen als die jeder andere, denn die großen Dinge geschahen immer dann, wenn er mal kurz woanders war. Alles war ganz ruhig. Er nutzte die Gelegenheit, um loszuziehen und ein bisschen Feuerholz zu sammeln und plötzlich, wenn er zurückkam, wischten die anderen schon das Blut auf. Dieses Pech hatte eine sanfte Melancholie über sein Gesicht gelegt. Doch statt ihn zu verbittern, war sein Charakter milde geworden, sodass er nun von allen Jungs der bescheidenste war. Armer, lieber Toodles, für dich liegt heute Nacht Gefahr in der Luft. Nimm dich in Acht, falls dir jemand ein Abenteuer anbietet. Es wird dich, wenn du dich darauf einlässt, in tiefstem Kummer stürzen. Toodles, die Elfe Tink, die heute Nacht etwas im Schilde führt, sucht nach einem Werkzeug und sie glaubt, dass man dich am besten hereinlegen kann. Hüte dich vor Tinkerbell. Ich wollte, er könnte uns hören, aber wir sind ja nicht wirklich auf der Insel und er geht weiter und beißt sich auf die Finger. Als nächstes kommt Nips, der immer fröhlich ist und voller Heiterkeit, gefolgt von Slightly, der aus Bäumen Flöten schneidet und zu seinen eigenen Melodien ekstatische Tänze aufführt. Slightly ist der Eingebildetste von den Jungs. Er glaubt, dass er sich an die Tage erinnert, bevor er verloren ging, auch an die Sitten und Gebräuche jener Zeit und das hat seiner Nase einen üblen Schwung nach oben verliehen. Der vierte ist Curly. Er ist ein Rotzlöffel und musste sich schon so oft stellen, wenn Peter streng befahl, wer immer das getan hat, trete vor, dass er auf diesen Befehl hin jetzt schon automatisch vortritt, egal, ob er es getan hat oder nicht. Als letztes kommen die Zwillinge, die man nicht beschreiben kann, weil wir bestimmt den Falschen beschreiben würden. Peter hat nie ganz begriffen, was Zwillinge sind und da keiner aus seiner Bande etwas wissen durfte, was er selbst nicht wusste, sagten auch diese beiden nie genau, wer sie waren und taten ihr Bestes, um dafür gerade zu stehen, indem sie in einer irgendwie entschuldigenden Art zusammenhielten. Die Jungs verschwinden in der Dunkelheit und nach einer Weile aber keiner lang, denn auf der Insel geht es immer frisch voran, erscheinen auf demselben Pfad die Piraten. Wir hören sie, bevor sie zu sehen sind und es ist immer das gleiche furchtbare Lied. Mach fest, hey, hobe, legt das Tau, Piraten losgreift an und wenn uns trifft ein kühner Schuss, dann sehen wir uns am Meeresgrund. Kein schurkenhafterer Haufen baumelte jemals am Richtplatz in einer Reihe am Galgen. Hier ist, ein bisschen vorneweg und dann und wann den Schädel am Boden, um zu horchen, seine starken Armen nackt und Goldstücke von acht Karat als Schmuck an den Ohren, der schöne Italiener Kekko, der dem Gefängnisdirektor von Gao mit blutigen Lettern seinen Namen in den Rücken schnitt. Der riesige Schwarze hinter ihm hat viele Namen getragen, seit er den hat fallen lassen, mit dem schwarze Mütter ihre Kinder an den Ufern des Guadjomont noch immer erschrecken. Und hier Bill Jukes, jeder Zoll seines Körfers tätowiert, derselbe Bill Jukes, der auf Flints Walrus sechs Dutzend Peitschenhiebe über sich ergehen ließ, bevor ihm der Sack mit Moidoren aus den Händen blitt. Und Kuxen, von dem man munkelt, er sei Black Murphys Bruder, was aber nie bewiesen wurde. Und Gentleman Starkey, ein Hilfslehrer an einer Privatschule und immer noch sehr stilvoll in seiner Art zu töten. Und Skylights, der aus Morgans Meute, und der irische Bootsmann Smee, ein auffällig herzlicher Mann, der Leute niederstach, ohne, so könnte man sagen, Anstoß zu erregen, und der der einzige Non-Konformist in Hooks Mannschaft war. Und Noodler, dessen Hände verkehrt herum angewachsen waren, und Robert Mullins und Alf Mason und so manches andere Raubein, so lange schon bekannt und gefürchtet in den spanischen Gewässern. Mitten unter ihnen als der schwärzeste und gewaltigste Juwel in diesen trüben Aufmarsch ruhte James Hook oder, wie er sich selbst beschrieb, Jess Hook, von dem erzählt wird, dass er der einzige war, vor dem sich der Schiffskoch fürchtete. Er lag bequem in einem roh zusammengezimmerten Wagen, den seine Leute zogen und schoben, und anstelle einer rechten Hand trug er einen eisernen Haken, mit dem er sie von Zeit zu Zeit ermutigte, sich doch ein wenig mehr zu beeilen. Wie Hunde behandelte und rief sie dieser schreckliche Mann, und wie Hunde gehorchten sie ihm. Sein Körper war ausgezehrt und dunkel seiner Haut, sein Haar trug er in langen Locken, die aus einiger Entfernung wie schwarze Kerzen wirkten, und seinem hübschen Gesicht einen seltsamen, bedrohlichen Ausdruck verliehen. Seine Augen waren blau wie das Vergissmeinicht, und sie waren tief melancholisch, außer wenn er seinen Haken in dein Fleisch grub. Dann zeigten sich zwei rote Punkte darin und ließen sie grausam blitzen. In seinem Gebaren lag immer noch ein Rest von Grand Seigneur. Selbst wenn er dich aufschlitzte also, tat er es mit Stil, und man hat mir gesagt, dass er ein brillanter Geschichtenerzähler war. Er wirkte nie bedrohlicher, als wenn er sich besonders höflich gab, wahrscheinlich der beste Beweis für seine guten Manieren. Und die Eleganz seiner Rede, selbst wenn er fluchte, zeigte ebenso wie die Würde seines Auftretens, dass er aus anderem Holz geschnitzt war als seine Mannschaft. Als ein Mann von unbezähmbarem Mut sagte man ihm nach, dass das Einzige, wovor er zurückschreckte, der Anblick seines eigenen Blutes sei, das zähflüssig und von eigentümlicher Farbe war. Mit seiner Kleidung äffte er ein wenig die Garderobe nach, die man mit dem Namen Charles II. in Verbindung bringt, wobei man in einer früheren Ära seiner Laufbahn hatte sagen hören, dass er eine seltsame Ähnlichkeit mit dem vom Unglück verfolgten Stewards aufwies. Außerdem steckte in seinem Mund ein selbst erfundener Zigarrenhalter, der es ihm erlaubte, zwei Zigarren zur gleichen Zeit zu rauchen. Doch zweifellos war das Grausigste an ihm die eiserne Klaue. Wir wollen nun gemeinsam einen Piraten töten, um Hooks Methode vor Augen zu führen. Skylights reicht. Während sie vorüberziehen, rempelt Skylights ihn ungeschickt an und zerknautscht ihm den Spitzenkragen. Der Haken schnellt nach vorne, es gibt ein reißendes Geräusch, einen gellenden Schrei. Dann wird der Körper zur Seite getreten und die Piraten ziehen weiter. Hook hat nicht mal seine Zigarren aus dem Mund genommen. Das ist der furchtbare Mann, den Peter Pan zum Gegner hat. Wer wird gewinnen? Auf der Spur der Piraten folgen die Rothäute, die den Kriegspfad, den das ungeübte Auge gar nicht wahrnimmt, auf zehn Spitzen hinunterschleichen, während jeder einzelne von ihnen wachsam um sich späht. Sie tragen Tomahawks und Messer bei sich und ihre nackten Körper glänzen vor lauter Farbe und Öl. Sie tragen aufgefädelte Skalps um die Hüfte, Skalps von den Jungs und von Piraten, denn dies ist der Stamm der Picanini, den man mit den weichherzigeren Delawaren oder den Huronen nicht verwechseln darf. Vorneweg auf allen Vieren kriecht großer, starker, kleiner Panther. Ein Krieger mit so vielen Skalps, dass sie ihn in dieser Haltung bei der Fortbewegung doch behindern. Die Nachhut, die man bekanntlich am leichtesten angreifen kann, bildet Tigerlily, stolz und aufrecht, eine Prinzessin der ganz eigenen Art. Sie ist die schönste aller schönen, dunkelhäutigen Dianas und die Venus der Picaninis. Abwechselnd eingebildet, kalt oder verliebt. Es gibt keinen Krieger, der das eigensinnige Ding nicht heiraten möchte. Sie aber wendet den Altar mit dem Kriegsbeil ab. Schaut, wie sie über abgebrochene Zweige steigen, ohne das geringste Geräusch zu machen. Der einzige Laut, den man hört, ist die etwas schwerer Atem. Denn Tatsache ist, dass sie nach der schweren Schlemmerei gerade alle ein bisschen fett sind. Aber das werden sie bei Zeiten durch Bewegung wieder los. Im Augenblick geht davon für sie jedoch die größte Gefahr aus. Die Rothäute verschwinden, wie sie gekommen sind. Schatten gleich. Und bald schon nehmen ihren Platz die wilden Tiere ein. Eine lange, bunte Prozession. Löwen, Tiger, Bären und die zahllosen, kleineren, ungezähmten Dinger, die vor ihnen fliehen. Denn auf ihrer Lieblingsinsel leben sämtliche Arten von wilden Tieren und besonders alle Menschenfresser Kiefer an Kiefer. Die Zunge hängt ihnen aus dem Maul. Sie sind hungrig heute Nacht. Wenn sie alle vorbeigezogen sind, kommt ganz zum Schluss das allerletzte Tier. Ein riesenhaftes Krokodil. Wir werden gleich noch sehen, nach wem es sucht. Das Krokodil verdrückt sich, doch da tauchen auch die Jungs schon wieder auf, denn die Prozession muss ewig weitergehen. Solange, bis einer der Parteien stoppt oder langsamer wird. Dann putzeln plötzlich alle übereinander. Alle halten nach vorne wachsam Ausschau, aber keiner rechnet, damit es die Gefahr sich auch von hinten anschleichen könnte. Das zeigt, wie wirklich diese Insel ist. Die ersten, die aus der Kreisbewegung ausbrachen, waren die Jungs. Sie warfen sich in der Nähe ihres unterirdischen Hauses auf den Rasen. Ich wünschte, Peter käme zurück, flüsterte jeder von ihnen nervös, obwohl sie in der Höhe und mehr noch in der Breite alle größer waren als die Anführer. Ich bin der Einzige, der keine Angst vor den Piraten hat, sagte Slytli in einem Ton, der dafür sorgte, dass er nicht bei allen beliebt war. Doch vielleicht bewirrte ihn ein entferntes Geräusch, denn er fügte hastig hinzu, aber ich wünschte, er käme zurück und würde uns sagen, ob er noch irgendetwas vom Aschenbrödel gehört hat. Sie redeten über das Aschenbrödel und Tuttle zwar überzeugt, dass seine Mutter ihr ähnlich gewesen sein musste. Über Mütter konnten sie nur sprechen, wenn Peter nicht da war, denn er hatte das Thema verboten, weil es albern sei. Alles, was ich von meiner Mutter noch weiß, erzählte Nips, ist, dass sie oft zu Vater sagte, oh, wie gern hätte ich mein eigenes Scheckbuch. Ich weiß zwar nicht, was ein Scheckbuch ist, aber ich würde meiner Mutter gern so eins schenken. Während sie redeten, hörten sie aus der Ferne ein Geräusch. Du und ich, wir würden nichts gehört haben, weil wir keine wilden Waldbewohner sind, aber sie hörten es und es war das grimmige Lied. Oho, das wilde Piratenleben, Flagge mit Schädel und Knochen, hier das Glück und dort der Strick, Ahoi für Davy Jones. Plötzlich sprangen die verlorenen Jungs. Aber wo sind sie? Sie sind nicht mehr da. Kaninchen hätten nicht schneller verschwinden können. Ich will euch sagen, wo sie sind. Sie sind, mit Ausnahme von Nips, der war als Speer davongeschossen, längst in ihrem Haus unter der Erde, einem ganz wunderbaren Wohnort, von dem wir gleich eine ganze Menge zu sehen bekommen. Aber wie sind sie hineingekommen? Denn man sieht hier nirgends einen Eingang, nicht einmal irgendwo ein Bündel reisig, hinter dem sich die Öffnung einer Höhle verbergen könnte. Aber wenn du genauer hinsiehst, fällt dir womöglich auf, dass hier drüben sieben große Bäume stehen, die in ihrem hohlen Stamm ein Loch haben. Ein Loch, so groß wie ein Junge. Dies sind die sieben Eingänge zum Haus unter der Erde, nachdem all die vielen Monde Hook vergeblich gesucht hat. Wird er es heute Nacht finden? Als die Piraten aufrückten, saß Darkie mit scharfem Auge gerade noch wie Nips im Wald verschwand und augenblicklich blitzte die Pistole auf. Doch eine eiserne Klaue packte ihn bei der Schulter. Loslassen, Käpt'n! schrie er und wand sich. Jetzt hören wir zum ersten Mal Hooks Stimme. Es war eine finstere Stimme. Steck zuerst die Pistole zurück, sagte sie drohend. Es war einer von den Jungs, die du so hast. Ich hätte ihn totschießen können. Ei, und der Knall hätte uns Tigerlilis Rothäute auf den Hals gesetzt. Willst du deinen Skalp verlieren? Soll ich ihm nachkippten? fragte der mitleidvolle Smee. Und ihn mit Johnnys Korkenzieher kitzeln? Smee hatte hübsche Namen für alles und sein Endermesser war Johnnys Korkenzieher, weil er es in einer Wunde hin und her drehte. Smee hatte viele liebenswerte Züge, die man hier erwähnen könnte. Zum Beispiel putzte er sich die Brille, nicht seine Waffe, wenn er getötet hatte. Johnny ist ein stiller Bursche, erinnerte er Hook. Jetzt nicht Smee, sagte Hook finster. Das ist nur einer und ich will alle sieben. Verteilt euch und sucht sie. Die Piraten verschwanden zwischen den Bäumen und kurz darauf waren ihr Käpt'n und Smee allein. Hook stieß einen tiefen Seufzer aus und ich weiß nicht warum, vielleicht weil der Abend so sanft und schön war, jedenfalls überkam ihn der Wunsch, seinem getreuen Bootsmann seine Lebensgeschichte anzuvertrauen. Er redete lange und ernst, doch leider hatte Smee, der ziemlich dumm war, nicht die leiseste Ahnung, worum es überhaupt ging. Irgendwann schnappte er das Wort Peter auf. Vor allem aber, rief Hook hitzig, will ich ihn anführer Peter Pan. Er war es, der mir meinen Arm abgesäbelt hat. Drohend schwang er den Haken. Ich habe lange gewartet, um ihm die Hand mit dieser zu schütteln. Ich reiße ihn ein Stück. Und doch, erwiderte Smee, habe ich dich häufig sagen hören, dass dieser Haken zwanzig händewert ist, gut fürs Haarekämmen etwa und andere häusliche Zwecke. Ei, antwortete der Käpt'n. Wenn ich eine Mutter wäre, würde ich darum beten, dass meine Kinder mit dieser hier und nicht mit der hier geboren werden. Und er schaute voller Stolz auf seine eiserne Hand und voller Verachtung auf die andere. Dann runzelte er wieder die Stirn. Peter warf meinen Arm, sagte Hook und zuckte zusammen, einem Krokodil vor, das gerade vorbeikam. Mir ist eine seltsame Angst vor Krokodilen, sagte Smee, schon häufiger aufgefallen. Nicht vor Krokodilen, verbesserte ihn Hook, sondern vor diesem einen Krokodil. Er senkte die Stimme. Dem schmeckte mein Arm so gut, Smee, dass es mich seither ständig verfolgt, von Meer zu Meer, von Land zu Land und sich die Lippen leckt nach dem ganzen Rest von mir. In gewisser Weise, überlegte Smee, ist das ein Kompliment? Ich will solche Komplimente nicht, bellte Hook störrisch. Ich will Peter Pan, der dieses Viehast auf den Geschmack gebracht hat. Er setzte sich auf einen großen Pilz und plötzlich lag ein Beben in seiner Stimme. Smee, sagte er heise, dieses Krokodil hätte mich schon längst geschnappt, aber durch einen glücklichen Zufall hat es eine Uhr verschluckt, die in ihm tickt. Tick, tack. Und bevor es mir zu nahe kommt, höre ich das Ticken und nehme Reißaus. Er lachte, aber es war ein hohles Lachen. Eines Tages, sagte Smee, bleib die Uhr stehen oder krieg dich. Hook benetzte sich die trockenen Lippen. Ei, sagte er, das ist die Angst, die mich verfolgt. Seit er sich hingesetzt hatte, war ihm eigenartig warm geworden. Smee, sagte er, dieser Sitz ist heiß. Er sprang auf. Himmel, deine Arsch und Zwirn, ich brenne. Sie untersuchten den Pilz, der von einer Größe und Festigkeit war, wie man es auf dem Festland nicht kannte. Sie versuchten, ihn herauszureißen und hielten ihn gleich in der Hand, denn er hatte keine Wurzeln. Noch merkwürdiger war, dass augenblicklich Rauch aufstieg. Die Piraten sahen sich an. Ein Schornstein, krakeelten sie beide. Sie hatten tatsächlich den Schornstein vom Haus unter der Erde entdeckt. Die Jungs hatten sich angewöhnt, ihn mit einem Pilz zu verschließen, wenn Feinde in der Nähe waren. Aber es stieg nicht nur Rauch auf, auch Kinderstimmen drangen zu ihnen herauf, denn die Jungs fühlten sich in ihrem Versteck so sicher, dass sie fröhlich miteinander schwatzten. Die Piraten lauschten mit grimmigen Gesichtern. Dann stellten sie den Pilz zurück. Sie sahen sich um und entdeckten die Löcher in den sieben Bäumen. Hast du gehört, was sie gesagt haben, dass Peter Panik zu Hause ist? Flüsterte Smee und fuchtelte nervös mit Johnnys Korkenzieher herum. Hook nickte. Lange stand er gedankenverloren da, bis endlich ein Lächeln sein dunkles Gesicht erhellte, das einem das Blut in den Adern gefrieren ließ. Darauf hat es Mie gewartet. Enthüll mir deinen Plan, Käpt'n, rief er ungeduldig. Zurück aufs Schiff, zischte Hook langsam durch die Zähne und einen großen, schweren, herrlich dicken Kuchen mit grünen Zuckerstreuseln backen. Es kann da unten nur einen einzigen Raum geben, denn es gibt nur einen Schornstein. Die dummen Maulwürfe waren zu blöd, um zu begreifen, dass nicht jeder von ihnen seine eigene Tür braucht. Das beweist, sie haben keine Mutter. Wir stellen den Kuchen ans Ufer der Nixenlagune. Dort gehen die Jungs immer schwimmen und spielen mit den Meerjungfrauen. Sie finden den Kuchen und schlingen ihn runter, denn weil sie keine Mutter haben, wissen sie nicht, wie gefährlich es ist, so schweren, saftigen Kuchen zu essen. Er brach ein Lachen aus. Nur war es jetzt kein hohles, sondern ein Lachen, das von Herzen kam. Sie werden sterben. Smee hatte mit wachsender Bewunderung gelauscht. Das ist die hässlichste, schönste Taktik, von der ich je gehört habe, rief er und in ihrem Jubel tanzten sie und sangen. Macht fest, heho, wenn ich dir schein, packt sie alle die Angst, nackt bis auf die Knochen, bis du, wenn Fuchshaken dich streift. Sie setzten mit der Strophe an, aber brachten sie nie zu Ende, denn plötzlich mischte sich ein anderes Geräusch hinein und ließ sie verstummen. Es war am Anfang so ein winzig kleines Geräusch, dass ein Blatt, das darauf fällt, es hätte ersticken können. Doch als es näher kam, wurde es deutlicher. Tick, tack, tick, tack. Huck stand schaudernd still, mit einem Fuß in der Luft. Das Krokodil! keuchte er und sprang gefolgt von seinem Bootsmann davon. Es war tatsächlich das Krokodil. Es hatte die Rothäute überholt, die jetzt der Spur der anderen Piraten folgten. Es schlich Huck noch immer hinterher. Noch einmal trauten sich die Jungs aus ihrem Haus hervor, aber die Gefahren der Nacht waren noch nicht vorüber, denn im selben Augenblick stürzte Nips atemlos auf sie zu, verfolgt von einem Rudel Wölfe. Die Zungen hingen seinen Verfolgern aus dem Hals. Ihr Geheul war fürchterlich. Rettet mich! Rettet mich! schrie Nips und schlug lang hin. Aber was können wir tun? Was können wir tun? Es war ein großes Kompliment an Peter, dass er ihnen in diesem entsetzlichen Moment in den Sinn kam. Was würde Peter tun? schrien sie alle gleichzeitig. Und fast im selben Atemzug fügten sie hinzu, Peter würde ihnen durch die Beine ins Gesicht sehen. Und dann? Wir machen, was Peter machen würde. Es ist ziemlich die beste Methode, sich gegen Wölfe zu wehren und wie ein Junge beugten sie sich hinunter und schauten durch die Beine. Der nächste Augenblick ist lang. Doch der Sieg war nahe, denn als die Jungs in dieser furchterregenden Haltung auf die Wölfe zugingen, zogen sie den Schwanz ein und flohen. Dann stand Nips vom Boden auf und die anderen dachten, dass er noch immer den Wölfen hinterher starrte. Aber es waren keine Wölfe, die er sah. Ich habe etwas viel Schöneres gesehen, rief er, als sie sich ungeduldig um ihn scharrten. Einen großen weißen Vogel, er fliegt in diese Richtung. Was denkst du, was das für ein Vogel ist? Ich weiß es nicht, flüsterte Nips ehrfurchtvoll. Aber er sieht sehr müde aus und im Fliegen klagt er, arme Wendy. Arme Wendy? Ich erinnere mich, sagte Slightly auf Anip, dass es Vögel gibt, die Wendy heißen. Schaut, da kommt er, rief Curly und zeigte auf Wendy am Himmel. Wendy war jetzt fast über ihn und ihr klagendes Weinen drang an ihr Ohr. Deutlicher aber erreichte sie das schrille Stimmchen von Tinkerbell. Die eifersüchtige Elfe hatte nun alle Masken der Freundschaft abgeworfen und schoss aus jeder erdenklichen Richtung auf ihr Opfer zu und kniff es böse bei jeder Berührung. Hallo Tink, riefen die Jungs erstaunt. Tinks Antwort schrillte, Peter will, dass ihr den Wendy abschießt. Es war nicht ihre Art, Fragen zu stellen, was Peter befohlen hatte. Wir tun, was Peter will, riefen die törichten Jungs. Schnell, Pfeil und Bogen. Alle außer Tutels sprangen in ihre Bäume, denn er trug Pfeil und Bogen bei sich und Tink bemerkte es und rieb sich die kleinen Hände. Schnell, Tutels, schnell, schrie sie. Peter wird sehr zufrieden sein. Tutels legte aufgeregt den Pfeil an die Sehne. Aus dem Weg, Tink, rief er und dann schoss er und mit einem Pfeil in der Brust flatterte Wendy zu Boden. Kapitel 6 Das kleine Haus Der dumme Tutels stand wie eine Eroberer über Wendys Körper, als die anderen Jungs bewaffnet aus ihren Bäumen sprangen. Ihr kommt zu spät, rief er stolz. Ich habe den Wendy abgeschossen. Peter wird sehr zufrieden mit mir sein. Du Dummkopf, rief Tinkerbell über ihnen und schoss davon, um sich zu verstecken. Die anderen hörten sie nicht. Sie hatten sich um Wendy gedrängt und wie sie so schauten, legte sich eine fürchterliche Stille über den Wald. Wenn Wendys Herz geschlagen hätte, sie würden es alle gehört haben. Slightly sprach als Erster. Das ist kein Vogel, sagte er mit ängstlicher Stimme. Ich glaube, es ist eine Dame. Eine Dame? fragte Tutels und begann zu zittern. Und wir haben sie getötet, flüsterte Nips heiser. Alle rissen sich die Mützen vom Kopf. Jetzt verstehe ich, sagte Curly. Peter hat sie zu uns gebracht. Er warf sich klagend auf die Erde. Eine Dame, die sich endlich um uns kümmern sollte, sagte einer der Zwillinge. Und du hast sie getötet. Er tat ihnen leid, aber noch mehr taten sie sich selbst leid und als er einen Schritt auf sie zukam, wandten sie sich ab. Tutels Gesicht war totenbleich, doch jetzt umgab ihm eine Würde, die so nie dagewesen war. Ich habe es getan, sagte er nachdenklich. Als im Traum Damen zu mir kamen, sagte ich, Schöne Mutter, schöne Mutter, doch als sie endlich kam, schoss ich sie tot. Er ging langsam fort. Geh nicht, riefen die anderen voller Mitleid. Ich muss, erwiderte er bebend. Ich habe solche Angst vor Peter. Genau in diesem tragischen Moment hörten sie ein Brummen, das jedem von ihnen das Herz bis zum Halse schlagen ließ. Sie hörten, wie Peter jubelnd krähte. Peter, riefen sie, denn so kündigte er immer seine Rückkehr an. Versteckt sie, flüsterten sie und stellten sich hastig um Wendy. Aber Tutels stand abseits. Wieder ertönte diese schallende Krähen und Peter sank vor ihnen auf die Erde herab. Grüßen, Jungs, rief er und sie grüßten mechanisch. Dann war alles wieder still. Er runzelte die Stirn. Ich bin wieder da, rief er gereizt. Warum jubelt ihr nicht? Sie sperrten ihre Münder auf, aber die Jubelrufe blieben stecken. In seiner Eile, ihnen die wunderbare Botschaft zu verkünden, sah er großzügig darüber hinweg. Große Neuigkeiten, Jungs, rief er. Ich habe euch endlich eine Mutter mitgebracht. Immer noch Muck's Mäuschen still, außer ein kleiner, dumpfer Aufschlag, als Tutels auf die Knie fiel. Habt ihr sie nicht gesehen? fragte Peter unruhig. Sie ist in diese Richtung geflogen. Oh mein Gott, sagte eine Stimme und eine andere ergänzte. Was für ein trauriger Tag. Tutels erhob sich. Peter? sagte er leise. Ich zeige sie dir. Und während die anderen sie lieber noch weiter versteckt hätten, rief er. Zurück, Zwillinge, lasst Peter sie sehen. Also traten sie alle einen Schritt zurück und ließen Peter sehen. Und als er eine Weile geschaut hatte, wusste er nicht, was er als nächstes tun sollte. Sie ist tot, sagte er verlegen. Vielleicht hat sie Angst vom Todsein. Er dachte daran, einfach lustig davon zu hoppeln, bis er sie nicht mehr sehen konnte und dann nie wieder an diesen Ort zurückzukehren. Sie wären ihm alle nur zu gerne gefolgt, wenn er es getan hätte. Aber da war auch noch der Pfeil. Er zog ihn Wendy aus dem Herzen und baute sich vor seiner Bande auf. Wessen Pfeil? fragte er streng. Es ist meiner, Peter, sagte Tutels auf Knien. Du Feigling, zischte Peter und holte aus, um den Pfeil als Dolch zu benutzen. Tutels blieb vollkommen ruhig. Er entblößte seine Brust. Stoß zu, Peter, sagte er entschlossen. Stoß zu! Peter holte zweimal mit dem Pfeil aus und zweimal sank ihm die Hand wieder herab. Ich kann es nicht, sagte er voller Ehrfurcht. Irgendetwas hält meine Hand davor zurück. Alle starrten ihn verwundert an, außer Nips, der zum Glück zu Wendy sah. Sie ist es! rief er. Die Wendy-Dame seht doch ihr Arm! So seltsam es auch klingen mag, Wendy hatte ihren Arm gehoben. Nips beugte sich über sie und horchte er fürchtig. Ich glaube, sie hat Arma Tutels gesagt, flüsterte er. Sie lebt, sagte Peter lakonisch. Slightly fing sofort an zu weinen. Die Wendy-Dame lebt! Dann kniete sich Peter neben sie und fand die Eichel. Ihr erinnert euch, sie hatte sie an eine Kette gehängt, die sie um den Hals trug. Seht doch, sagte er, der Pfeil ist hier dagegen geflogen. Es ist der Kuss, den ich ihr geschenkt habe. Er hat ihr das Leben gerettet. Ich erinnere mich an Küsse, warf Slightly rasch dazwischen. Lass mich sehen! Ja, das ist ein Kuss! Peter hörte ihn nicht. Er flehte Wendy an, es möge ihr schnell besser gehen, damit er ihr die Meerjungfrauen zeigen konnte. Natürlich konnte sie noch nicht antworten, weil sie noch immer in einer fürchterlichen Ohnmacht lag. Doch über ihren Köpfen erhob sich ein Klagegesang. Hört euch Tink an, sagte Curly. Sie weint, weil die Wendy-Dame lebt. Dann mussten sie Peter von Tinks Freveltat erzählen und noch nie hatten sie ihn so finster schauen sehen. Hör zu, Tinkerbell! rief er. Ich bin nicht mehr dein Freund, tritt mir nie wieder unter die Augen! Sie flog auf seine Schulter und flehte inständig, aber er scheuchte sie weg. Erst als Wendy noch einmal ihren Arm hob, wurde er nachgiebig genug, um zu sagen, na gut, nicht nie wieder, aber eine Woche lang nicht. Glaubst du, Tinkerbell wäre Wendy dankbar, dass sie ihren Arm gehoben hatte? Oh nein, bestimmt nicht. Sie hatte nie stärker das Bedürfnis, sie zu knallten, als jetzt. Elfen sind wirklich sonderbar und Peter, der sie am besten verstand, zog ihn häufig mit der flachen Hand eins über. Aber was sollten sie mit Wendy machen in ihrem gegenwärtigen, etwas kritischen Zustand? Wir sollten sie ins Haus hinuntertragen, schlug Curly vor. Ja, sagte Slightly, so macht man das mit Damen. Nein, keinesfalls, sagte Peter, ihr dürft sie nicht anrühren, ihr würdet ihr damit nicht den nötigen Respekt erweisen. Das, sagte Slightly, dachte ich auch gerade. Aber wenn sie dort einfach liegen bleibt, sagte Tootles, dann stirbt sie. Ja, dann stirbt sie, räumte Slightly ein, aber es geht nicht anders. Doch, es geht, rief Peter. Wir bauen einfach ein kleines Haus um sie herum. Alle waren begeistert. Schnell, befah er. Jeder von euch bringt mir das Beste, was wir haben. Räumt das Haus aus, beeilt euch. Im nächsten Moment waren alle so emsig bei der Sache wie die Schneider am Abend vor der Hochzeit. Sie hasteten holterdiepolter hierhin und dorthin, unten das Bettzeug, oben das Feuerholz und während sie so räumten, wer erschien? John und Michael. Sie schleppten sich am Boden dahin und schliefen stehend ein. Dann hielten sie an, wachten auf, gingen einige Schritte weiter und schliefen schon wieder. John, John, rief Michael. Wach auf, wo ist Nana, John und wo ist Mutter? Da rieb sich John die Augen und murmelte, es stimmt wirklich, wir sind geflogen. Und ihr dürft sicher sein, sie waren sehr erleichtert, als sie Peter entdeckten. Hallo Peter, riefen sie. Hallo, antwortete Peter freundschaftlich, obwohl er sie ganz vergessen hatte. Er war gerade sehr damit beschäftigt, Wendy mit den Füßen abzumessen, um herauszufinden, wie groß das Haus für sie sein musste. Natürlich wollte er auch Platz für Tisch und Stühle lassen. John und Michael sahen ihm zu. Schläft Wendy? fragten sie. Ja. John? schlug Michael vor. Lass uns Wendy wecken, sie soll uns etwas zu essen machen. Doch während er das sagte, rannten ein paar von den anderen Jungs vorbei, mit Ästen für den Hausbau im Arm. Schau dir die an, rief er. Curly, sagte Peter mit strengster Anführerstimme. Sieh zu, dass diese Jungs beim Hausbau helfen. Aye aye, Sir. Ein Haus bauen? platzte John heraus. Für die Wendy-Dame, erwiderte Curly. Für Wendy? rief John entgeistert. Aber sie ist doch nur ein Mädchen. Eben darum, erklärte Curly, sind wir ihre Diener. Ihr? Wendy's Diener? Ja, mischte sich Peter ein. Und ihr genauso, nehmt sie mit. Die verblüfften Brüder wurden fortgeschleppt, um zu hacken, hauen und zu tragen. Stühle und Kamingitter zuerst, befahl Peter. Dann bauen wir das Haus um sie herum. Aye, sagte Slightly. Genau so baut man Häuser. Jetzt fällt mit mir alles wieder ein. Peter dachte an alles. Slightly, befahl er, hol einen Arzt. Aye aye, gab Slightly prompt zurück und verschwand und kratzte sich ratlos am Kopf. Doch ihm war klar, dass man Peter gehorchen musste. Also kam er kurz darauf mit ernster Miene und Johns Hut auf dem Kopf zurück. Bitte Sir, sagte Peter und ging auf ihn zu. Sind Sie Arzt? Der Unterschied zwischen ihm und den anderen Jungs war bei solchen Gelegenheiten, dass sie wussten, dass es nur gespielt war, während für Peter gespielt und war genau dasselbe waren. Das machte ihnen manchmal Sorge, zum Beispiel, wenn sie spielen mussten, dass sie schon am Abend gegessen hatten. Wenn sie das Spiel unterbrachen, klopfte er ihnen auf die Finger. Ja, kleiner Mann, antwortete Slightly ängstlich, der schon ganz aufgesprungene Knöchel hatte. Bitte Sir, erklärte Peter. Da liegt eine Dame, die ist sehr krank. Sie lag vor ihren Füßen, aber Slightly war schlau genug, sie nicht zu sehen. Ähm, äh, tja, sagte er, wo liegt die denn? Auf der Lichtung da drüben. Ich werde ihr so ein Glasding in den Mund stecken, sagte Slightly und er spielte, dass er es tat und Peter wartete. Es war ein banger Moment, als das Glasding wieder herausgezogen wurde. Wie geht es ihr? erkundigte sich Peter. Ähm, äh, tja, erwiderte Slightly. Dies hat sie gesund gemacht. Bin ich froh, rief Peter. Ich saue heute Abend noch einmal vorbei, sagte Slightly. Gebt ihr Rinderbrühe aus der Knabeltasse. Nachdem er John den Hut zurückgegeben hatte holte er dreimal kräftig Luft. Das tat er immer, wenn er eine Schwierigkeit gemeistert hatte. In der Zwischenzeit war der Wald vom Schall der Äxte erfüllt gewesen und fast alles, was man für ein gemütliches Häuschen brauchte, lag bereits zu Wendys Füßen. Wenn wir nur wüssten, fragte einer, was für ein Haus sie am liebsten mag. Peter, rief ein anderer, sie bewegt sich im Schlaf. Sie öffnet den Mund, jauchzte ein Dritter und schaute ehrfurchtsvoll hinein. Oh, wie wunderschön! Vielleicht kann sie im Schlaf etwas singen, sagte Peter. Wendy, sing uns von dem Haus, das du gern möchtest. Unverzüglich fing Wendy, ohne die Augen zu öffnen, an, zu singen. Ich wünsche mir ein kleines Haus, das kleinste, das je war, mit Wänden lustig klein und rot und einem Dachmoos grün. Darüber glucksten sie vor Freude, denn wie der größte Zufall es wollte, waren die Äste, die sie herbeigetragen hatten, klebrig von lauter rotem Saft und überall war der Boden mit einem Teppich aus Moos bedeckt. Als sie das kleine Haus zusammenhämmerten, fingen sie selbst an zu singen. Wir haben Wänd und Dach gebaut und eine schöne Tür, nun sag uns Mutter Wendy lieb, was willst du jetzt noch mehr? Darauf antworteten sie etwas gierig. Oh, wie schön, denn will ich jetzt die Fenster drumherum und Rosen schauen herein, bitte schön, und Babys schauen heraus. Mit einem Faustschlag hieben sie Fenster hinein und aus großen, gelben Blättern machten sie Vorhänge. Aber Rosen? Rosen! orderte Peter streng. Schnell spielten sie, als würden sie die wunderschönsten Rosen an den Wänden emporwachsen lassen. Und Babys? Damit Peter nicht auch noch Babys bestellte, hasteten sie rasch zum nächsten Lied. Da sind die Rosen schauen hervor und Babys vor der Tür, wir können uns ja nicht selber bauen, wir sind ja schon gebaut. Peter fand, das sei eine hervorragende Idee und tat sofort, als wäre es seine. Das Haus war recht hübsch und bestimmt hatte Wendy es drin sehr gemütlich, außer natürlich, dass sie sie jetzt nicht mehr sehen konnten. Peter schritt auf und ab und ordnete letzte Handgriffe an. Nichts entgegen seinem Adlerauge, doch als alles fix und fertig schien, der Türklopfer fehlt, sagte er. Das war den Jungs sehr unangenehm, doch Tutels gab seine Schuhsohle her und die machte sich als Türklopfer ausgezeichnet. Jetzt ist alles fix und fertig, dachten sie. Kein Stück. Der Schornstein fehlt, sagte Peter. Wir brauchen unbedingt noch einen Schornstein. Das Haus braucht auf jeden Fall einen Schornstein, sagte John wichtig-tourisch. Das brachte Peter auf eine Idee. Er schnappte sich Johns Hut von dessen Kopf, schlug ihm den Boden aus und stellte den Zylinder aufs Dach. Das kleine Haus war so froh über seinen fabelhaften Schornstein, dass auf der Stelle Rauch aus dem Zylinder stieg, als wollte es Dankeschön sagen. Jetzt war wirklich und wahrhaftig alles fertig. Man konnte nichts mehr tun, außer anzuklopfen. Zeigt euch von eurer besten Seite, warnte Peter. Der erste Eindruck ist furchtbar wichtig. Er war froh, dass niemand fragte, was ein erster Eindruck ist. Sie waren alle viel zu sehr damit beschäftigt, sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Er klopfte höflich und der Wald war jetzt so still wie die Kinder. Kein Laut war zu hören, außer von Tinkerbell, die von einem Zweig aus zusah und unverhohlen ihren Spott trieb. Was die Jungs sich fragten, war, ob jemand öffnen würde und wenn es eine Dame wäre, wie würde sie aussehen? Die Tür ging auf und eine Dame trat heraus. Es war Wendy. Sie rissen sich alle die Mützen vom Kopf. Sie sah wirklich überrascht aus und das war ganz genau, was sie erhofft hatten. So sollte sie aussehen. Wo bin ich? fragte sie. Natürlich war Slightly der erste, der die Stimme erhob. Wendy, Dame, sagte er hastig. Für dich haben wir dieses Haus gebaut. Oh, bitte sag, dass du zufrieden bist, rief Nips. Ein reizendes, entzündendes Haus, sagte Wendy und das war genau, was sie erhofft hatten. Das sollte sie sagen. Und wir sind deine Kinder, riefen die Zwillinge. Dann knieten sich alle auf den Boden, streckten ihre Arme aus und riefen, oh, Wendy, Dame, sei unsere Mutter. Soll ich? fragte Wendy strahlend. Natürlich wäre das fürchterlich aufregend, aber ich bin doch nur ein kleines Mädchen. Ich habe überhaupt keine richtige Erfahrung. Das macht nichts, sagte Peter. als wäre er der Einzige, der über alles Bescheid wüsste, obwohl er in Wirklichkeit derjenige war, der am wenigsten wusste. Was wir brauchen, ist einfach nur ein nettes, mütterliches Geschöpf. Wie schön, sagte Wendy. Wisst ihr, ich habe das Gefühl, genau das bin ich. Genau, genau, riefen alle. Das haben wir auch gleich gewusst. Na gut, sagte sie. Ich werde mein Bestes tun. Kommt sofort ins Haus, ihr frechen Kinder. Ihr habt bestimmt nasse Füße. Und bevor ich euch zu Bett bringe, habe ich noch Zeit, die Geschichte vom Aschenbrödel zu Ende zu erzählen. Sie gingen hinein. Ich weiß zwar nicht, wie sie alle hineinpassten, aber im Niemalsland kann man sehr, sehr eng zusammenrücken. Und das war der erste von vielen fröhlichen Abenden, die sie gemeinsam mit Wendy verbrachten. Einen nach dem anderen deckte sie warm zu im großen Bett im Haus unter den Bäumen, doch sie selbst schlief in dieser Nacht im kleinen Haus und Peter hielt mit gezogenem Degen draußen Wache, denn in der Ferne konnte man die Piraten lärmend Zechen hören und die Wölfe waren auf der Jagd. Das kleine Haus sah in der Dunkelheit so sicher und gemütlich aus, ein helles Licht schien durch die Fensterläden und der Schornstein rauchte prächtig, während Peter Wache hielt. Nach einer Weile schlief er ein und ein paar Schwanken der Elfen mussten auf ihrem Weg von einer Orgie nach Hause über ihn hinwegsteigen. Jedem anderen Jungen, der nachts den Elfenpfad versperrt, hätten sie böse mitgespielt, doch Peter zwickten sie nur in die Nase und schwankten weiter. Kapitel 7 Das Haus unter der Erde Eine der ersten Aufgaben, die Peter am nächsten Tag erledigte, war, Wendy, John und Michael für die hohlen Bäume zu vermessen. Hook, ihr erinnert euch, hatte sich lustig gemacht über die Jungs, die meinten, jeder von ihnen bräuchte seinen eigenen Baum. Aber das war reine Unwissenheit, denn wenn dein Baum nicht passte, war es schwierig, hoch und runter zu kommen und keiner der Jungs war so groß wie ein Zweiter. Sobald es passte, holte man oben tief Luft und schon ging es mit genau der richtigen Geschwindigkeit nach unten. Und wenn man hinaufsteigen wollte, atmete man abwechselnd ein und aus und schlängelte sich so nach oben. Wenn man das einmal richtig beherrscht, kann man diese Sachen natürlich auch ohne nachzudenken und dann ist nichts eleganter als das. Aber du musst eben passen und Peter vermisst dich für deinen Baum so sorgfältig wie für einen Maßanzug. Mit dem einzigen Unterschied, dass dort der Anzug dir angepasst wird, während hier du dem Baum angepasst wirst. Normalerweise geht das ganz leicht, weil du entweder zu viele Sachen anhast oder zu wenige. Aber wenn du an den falschen Stellen etwas verbeult bist oder der einzige verfügbare Baum eine ausgefallene Form hat, macht Peter ein paar Dinge mit dir, dann passt es. Sobald es einmal passt, muss man groß sorgfält darauf verwenden, dass man nicht aufhört zu passen und das, wie Wendy später mit Freude feststellte, hält eine ganze Familie bestens in Form. Wendy und Michael passten gleich beim ersten Versuch in ihre Bäume. Nur an John mussten ein paar kleine Änderungen vorgenommen werden. Nach ein paar Tagen Übung konnten sie so schwungvoll hoch- und runtersteigen wie ein Eimer im Brunnen. Und wie glühend sie bald schon ihr neues Haus unter der Erde zu lieben begann, besonders Wendy. Es bestand aus einem einzigen großen Raum, wie es bei allen Häusern sein sollte, und hatte einen Boden, in dem man nach Würmern graben konnte, wenn man angeln gehen wollte. Und auf diesem Boden wuchsen dicke Pilze in bezaubernden Farben, die sie als Hocker benutzten. Ein Niemalsbaum gab sich große Mühe, in der Mitte des Zimmers zu wachsen, doch jeden Morgen sägten sie den Stamm auf Bodenhöhe wieder ab. Zur Teezeit war er immer ungefähr zwei Fuß hoch. Dann legten sie ein Türblatt obendrauf und das Ganze wurde ein Tisch. Sobald sie abgeräumt hatten, sägten sie den Stamm wieder ab, damit sie mehr Platz zum Spielen hatten. Es gab einen riesigen Kamin, der war im ganzen Zimmer und eigentlich überall dort, wo du ihn gerade anzünden wolltest. Darüber spannte Wendy Leinen aus Pflanzenfasern, an denen sie die Wäsche aufhängte. Das Bett wurde tagsüber gegen die Wand gekippt und um halb sieben heruntergelassen. Es füllte dann fast den halben Raum und alle Jungs außer Michael schliefen darin, eng angeschmickt wie Sardinen in der Dose. Es gab eine strenge Regel, dass niemand sich umdrehen durfte, bevor nicht einer das Signal gab und sich alle gleichzeitig drehten. Eigentlich sollte Michael auch in dem Bett schlafen, aber Wendy wollte ein Baby und er war der Kleinste und ihr wisst ja, wie Frauen sind und also mit einem Wort, er wurde in einen Korb gehängt. Das Haus war roh und schlicht und nicht viel anders, als was kleine Bären unter denselben Umständen aus einer unterirdischen Wohnstadt gemacht hätten. Aber es gab eine Nische in der Wand, nicht größer als ein Vogelkäfig. Das war das Privatgemach von Tinkerbell. Es konnte mit einem winzigen Vorhang vom Rest des Hauses abgetrennt werden und Tink, die es damit sehr genau nahm, hielt ihn immer fest verschlossen, wenn sie sich an- oder auszog. Keine Frau, egal wie groß, hätte über eine erlesenere Mischung aus Damen und Schlafzimmer verfügen können. Die Chaiselon, wie sie es immer nannte, war eine echte Frau Mab. Mit barock geschwungenen Beinen und mit wechselnder Obstblüte tauschte sie die Tagesdecke. Ihr Spiegel war ein gestiefelter Carter, von denen es heute, soweit die Feenhändler wissen, überhaupt nur noch drei Stück gibt, die nicht zersprungen sind. Der Waschtisch war Pastete und von beiden Seiten zu benutzen. Die Kommode, eine verbürgte Liebreiz, die sechste. Teppich und Vorleger stammten aus der besten, nämlich der frühen Marjorie und Robbins Epoche. Außerdem hing dort, weil er so prachtvoll daherkam, ein Kronleuchter der Firma Flo. Aber natürlich verbreitete Tink in ihrem Anwesen selber ausreichend Licht. Den Rest des Hauses verachtete sie sehr, was vielleicht auch gar nicht anders ging. Und ihr Zimmer, obwohl es schön war, sah ziemlich selbstgefällig aus, ganz so, als würde jemand seine Nase ständig ganz weit oben tragen. Ich vermute, dass für Wendy das alles besonders überwältigend war, denn ihre wilden Jungs machten ihr so viel Arbeit. Es gab wirklich ganze Wochen, in denen sie das unterirdische Haus, außer vielleicht am Abend mit einem Strumpf, nicht verließ. Die Kocherei, das kann ich euch sagen, fesselte sie mit der Nase an den Topf. Hauptsächlich gab es geröstete Brotfrüchte, Jamswurzeln, Kokosnüsse, gebackenes Schwein, Mamia-Äpfel, Maulbeerröllchen und Bananen, hinuntergespült mit Kalibassen voller Perlenmilch. Allerdings wusste man nie genau, ob es echtes Essen gab oder nur Gespieltes. Das hing stets von Peters Laune ab. Er konnte essen, wirklich essen, wenn es zum Spiel gehörte, aber er konnte sich den Bauch nicht vollstopfen, nur um sich vollgestopft zu fühlen, was den meisten Kindern ja mehr Spaß macht als alles andere. Das Nächstbeste ist dann darüber zu reden. Spielen war für Peter so echt, dass man bei einem Spielessen zusehen konnte, wie er immer runder wurde. Natürlich war es mühsam, aber man musste seinem Beispiel einfach folgen und wenn man ihm beweisen konnte, dass man für seinen Baum zu dünn wurde, durfte man sich auch vollstopfen. Nähen und Flicken erledigte Wendy am liebsten, wenn die Jungs schon alle im Bett waren. Dann hatte sie, wie sie sich ausdrückte, Zeit, um etwas Luft zu holen und sie nutzte sie, um ihnen neue Sachen zu schneidern oder Doppelflicken auf die Hosen zu nähen, denn sie setzten ihren Knien immer fürchterlich zu. Wenn sie sich an einem Korb voller Strümpfe machte, jede Ferse mit einem Loch, dann warf sie die Arme in die Luft und rief, oh je, manchmal glaube ich wirklich, dass alte Jungfern zu beneiden sind. Ihr Gesicht glühte, wenn sie das rief. Ihr erinnert euch doch an ihren zahmen Woll. Nun ja, der fand sehr bald heraus, dass sie auf die Insel gekommen war und wo sie wohnte. Und dann liefen sie sich irgendwann über den Weg. Seitdem folgte er ihr auf Schritt und Tritt. Und wie die Tage so verstrichen, dachte sie da viel an ihre geliebten Eltern, die sie zurückgelassen hatte? Das ist eine schwierige Frage, denn man kann unmöglich sagen, wie die Zeit im Niemandsland vergeht, wo sie nach Monden und nach Sonnen berechnet wird, aber es gibt davon ja so viel mehr als auf dem Festland. Ich fürchte allerdings, dass Wendy sich nicht wirklich Sorgen um ihren Vater und ihre Mutter machte. Sie war sich vollkommen sicher, dass sie das Fenster immer offen lassen würden, damit sie wieder hineinfliegen konnte. Und das gab ihr alle Ruhe der Welt. Was sie hingegen zuweilen beunruhigte war, dass sich John nur vage an seine Eltern erinnerte, als wären es Menschen, die er früher mal gekannt hatte, während Michael nur allzu bereit war zu glauben, dass sie wirklich seine Mutter war. Diese Dinge machten ihr ein wenig Angst und weil sie redlich bemüht war, ihre Pflicht zu tun, versuchte sie ihr altes Leben in ihren Köpfen zu verankern, indem sie ihren Prüfungsbögen vorlegte, die denen, die sie früher in der Schule ausfüllen musste, so ähnlich wie möglich waren. Die anderen Jungs fanden das furchtbar interessant und bestanden darauf, mitmachen zu dürfen. Also bauten sie sich ihre eigenen Schiefertafeln, setzten sich um einen Tisch und schrieben und dachten angeschränkt über Fragen nach, die Wendy auf eine andere Schiefertafel geschrieben und herumgereicht hatte. Es waren die gewöhnlichsten Fragen. Welche Augenfarbe hat deine Mutter? Wer war größer, Vater oder Mutter? War Mutter blond oder braunhaarig? Beantworte alle drei Fragen, wenn möglich. A. Schreibe einen Aufsatz mit nicht weniger als 40 Wörtern über wie ich meine letzten Ferien verbrachte oder der Charakter von Vater und Mutter im Vergleich. Schreibe nur über eins von beiden oder 1. Beschreibe Mutters Lachen 2. Beschreibe Vaters Lachen 3. Beschreibe Mutters Ausgekleid 4. Beschreibe die Hundehütte und ihre Bewohner Es waren ganz alltägliche Fragen wie diese und wenn man sie nicht beantworten konnte, sollte man ein Kreuz machen. Und es war schrecklich, wie viele Kreuze sogar John machte. Natürlich war Slytli der einzige von den Jungs, der auf sämtliche Fragen antwortete und keiner machte sich größere Hoffnungen, der Beste zu sein. Doch alle seine Antworten waren vollkommen lächerlich und in Wirklichkeit war er am Ende der schlechteste. Eine traurige Sache. Peter machte nicht mit. Zum einen verachtete er alle Mütter außer Wendy, zum anderen war er der einzige Junge auf der Insel, der weder schreiben noch lesen konnte. Nicht das kleinste Wort. Er stand einfach überall diesen Dingen. Übrigens waren alle Fragen in der Vergangenheit geschrieben. Welche Augenfarbe hatte deine Mutter und so weiter. Ihr seht, auch Wendy hatte angefangen zu vergessen. Natürlich erlebten sie, wie wir noch sehen werden, jeden Tag irgendwelche Abenteuer. Doch ungefähr um diese Zeit erfand Peter mit Wendy's Hilfe ein neues Spiel, das ihn gewaltig faszinierte, bis er plötzlich das Interesse verlor. Was, wie ihr wisst, mit seinen Spielen ja immer passierte. Das Spiel bestand darin, keine Abenteuer zu erleben. Also das zu tun, was John und Michael ihr ganzes Leben lang getan haben. Auf Stühlen herumsitzen und Bälle in die Luft werfen, sich schubsen, spazieren gehen, wiederkommen und dann nicht einmal ein Grizzly erlegt haben. Peter dabei zuzusehen, wie er auf einem Stuhl saß und nichts tat, war ein großartiger Anblick. Er musste dann immer so feierlich gucken. Stillsitzen hatte für ihn so etwas furchtbar lustiges. Er prallte damit, spazieren gegangen zu sein, nur um seiner Gesundheit etwas Gutes zu tun. Mehrere sonnenlang waren dies die fantastischsten Abenteuer für ihn und John und Michael mussten ebenfalls zu tun, als wären sie begeistert, sonst hätte er sie streng gemaßregelt. Er zog oft allein los und wenn er zurückkam, konnte man nie vollkommen sicher sein, ob er ein Abenteuer erlebt hatte oder nicht. Es konnte auch sein, dass er es so vollständig vergessen hatte, dass er nichts davon erzählte. Und wenn du dann selber losgezogen bist, hast du den Kadaver gefunden. Andererseits erzählte er manchmal unglaublich viel. Doch der Kadaver war nirgends zu finden. Hin und wieder kam er mit verbundenem Kopf nach Hause und dann umgurte Wendy ihn und wusch ihm den Kopf mit laubarmen Wasser, während er ihr eine funkelnde Geschichte erzählte. Aber sicher war sie sich nun. Es gab aber auch viele Abenteuer, von denen sie wusste, dass sie stimmten, weil sie sie selbst erlebt hatte. Und es gab noch viel mehr, die zumindest teilweise stimmten, weil die anderen Jungs sie erlebt hatten und ihr erzählten, dass sie hundertprozentig stimmten. Alle Abenteuer zu beschreiben, würde ein ganzes Buch füllen, so groß wie ein lateinisch-deutsches, deutsch-lateinisches Lexikon. Wir können also höchstens eins beschreiben, als Beispiel dafür, was normalerweise in einer Stunde auf der Insel so passierte. Es ist nur so schwer, sich zu entscheiden, nehmen wir das Gefecht mit den Rothäuten in der Sleipzig-Schlucht? Das war eine blutige Angelegenheit und besonders interessant, weil eine von Peters Spezialitäten im Spiel war, nämlich mitten im Gefecht plötzlich die Seite zu wechseln. Als in der Schlucht der Sieg noch in der Schwebe war und sich mal dieser, mal zu jener Seite neigte, rief er plötzlich, ich bin heute Rothaut-Tutels und was bist du? Tutels antwortete, Rothaut, was bist du Nips? Und Nips rief, Rothaut und du Zwilling? Und so weiter, bis sie schließlich alle Rothaut waren und natürlich wäre der Kampf damit eigentlich beendet gewesen. Hätten nicht die echten Rothäute von Peters Taktik fasziniert, sich bereit erklärt, für dieses eine Mal die verlorenen Jungs zu sein. Das sonderbare Ergebnis dieses Abenteuers war, aber wir haben ja noch gar nicht entschieden, ob wir dieses Abenteuer erzählen. Besser wäre doch vielleicht die nächtliche Attacke der Rothäute auf das unterirdische Haus, als mehrere von ihnen in den hohlen Bäumen stecken blieben und wie Korken wieder herausgezogen werden mussten. Oder wir könnten erzählen, wie Peter in der Nixen Lagune Tigerlilis Leben rettete und sie so zu seiner Verbündeten machte. Oder wir könnten von dem Kuchen erzählen, den die Piraten buken, damit die Jungs ihn essen und im Tal des Todes verschwenden. Und wie sie ihn an eine ausgefuchste Stelle nach der anderen legten, Wendy ihn den Kindern aber jedes Mal aus der Hand riss, sodass er seine Saftigkeit mit der Zeit verlor und hart wie Stein wurde. Und wie sie ihn dann als Schleuderwaffe benutzten und Hook im Dunkeln darüber stolperte. Oder stellt euch vor, wir erzählten von den Vögeln, die Peters Freunde waren und besonders von dem Niemalsvogel, der sein Nest in einem Baum gebaut hatte, der über die Lagune hing. Und wie das Nest ins Wasser fiel und das Vogelweibchen immer noch auf ihren Eiern saß und wie Peter befahl, dass keiner sie stören durfte. Dies ist eine schöne Geschichte und das Ende zeigt, wie dankbar ein Vogel sein kann. Doch wenn wir sie erzählen, müssen wir gleich die ganze Lagunengeschichte erzählen und das hieße natürlich, dass wir eigentlich zwei und nicht ein Abenteuer erzählen. Ein kürzeres Abenteuer, aber mindestens genauso aufregend war Tinkerbells Versuch, mithilfe einiger Straßenelfen die schlafende Wendy auf einem großen, schimmernden Blatt hinaus aufs Festland zu schaffen. Glücklicherweise fing das Blatt an zu sinken und Wendy wachte auf und dachte es sei Badezeit und schwamm zurück. Oder wir nehmen Peters Revolte gegen die Löwen, als er mit einem Pfeil einen Kreis um sich zog und die Löwen herausforderte, die Linie zu überschreiten. Und obwohl er stundenlang wartete und die anderen Jungs und Wendy von den Bäumen aus atemlos zuschauten, wagte es keiner von ihnen, die Herausforderung anzunehmen. Welches von diesen Abenteuern sollen wir nehmen? Das Beste wird sein, ich werfe die Münze. Ich habe die Münze geworfen und die Lagune hat gewonnen. Da wünscht man sich doch fast, es hätte die Schlucht gewonnen oder der Kuchen oder Tinkerbells Blatt. Ich kann natürlich noch einmal werfen und dann noch einmal und mir von dreien das Beste aussuchen. Doch bei der Lagune bleiben ist vielleicht das Fährste. Kapitel 8 Die Nixenlagune Wenn du deine Augen schließt und ein Glückspilz bist, siehst du manchmal vor dir einen nebelhaften See von zarten, bezaubernden Farben in der Dunkelheit schweben. Wenn du deine Augen dann noch fester zukneifst, nimmt der kleine See Gestalt an und die Farben fangen so sehr an zu leuchten, dass sie, wenn du noch fester zukneifst, im nächsten Moment zu brennen beginnen. Doch bevor sie Feuer fangen siehst du die Lagune. Näher kommt man ihr vom Festland nie und auch das nur diesen einen himmlischen Augenblick lang. Wenn es zwei Augenblicke wären, könntest du die Brandung sehen und die Meerjungfrauen singen hören. Die Kinder verbrachten häufig lange Sommertage in dieser Lagune, schwammen die meiste Zeit oder ließen sich treiben und spielten die Spiele der Nixen im Wasser und so weiter. Nur dürft ihr deshalb nicht glauben, dass die Meerjungfrauen gut auf sie zu sprechen waren. Im Gegenteil bedauerte Wendy noch lange, dass sie die ganze Zeit, die sie auf dieser Insel verbracht hat, von keiner je ein freundliches Wort vernommen hat. Wenn sie sich leise an den Rand der Lagune schlich, konnte sie ganz viele von ihnen sehen. Besonders auf den Piratenfelsen, wo sie sich so gerne sonden und gemächlich das Haar kämmten, dass es ihr jedes Mal sonderbar vorkam. Oder sie schwammen, auf Zehenspitzen sozusagen, bis auf drei Fuß an sie heran. Doch dann erkannten sie sie, sprangen ins Wasser und spritzten sie mit ihren Schwänzen nass. Nicht aus Versehen, sondern mit Absicht. Sie behandelten alle Jungs gleich, außer Peter natürlich, der auf dem Piratenfelsen stundenlang mit ihnen schwatzte und sich auf ihre Schwänze setzte, wenn sie frech wurden. Er schenkte Wendy einen ihrer Kämme. Am unheimlichsten ist es, ihnen bei wechselndem Mond zu begegnen, wenn sie seltsam klagende Schreie ausstoßen. Doch versterblich ist die Lagune dann gefährlich und bis zu dem Abend, von dem wir nun erzählen wollen, hatte Wendy die Lagune bei Mondlicht nie gesehen. Nicht, weil sie Angst gehabt hätte, denn Peter wäre natürlich bei ihr gewesen, sondern weil sie strikte Anweisungen hatte, dass alle um sieben im Bett liegen mussten. An sonnigen Tagen aber, wenn es geregnet hatte, war sie häufig an der Lagune. Dann kamen Muraden von Nixen hervor, um mit ihren Seifenblasen zu spielen. Die Seifenblasen glitzerten in tausend Farben und sind aus Regenbogenwasser gemacht. Sie spielen mit ihnen wie mit Bällen, schlagen sie mit ihren Schwänzen fröhlich hin und her und versuchen sie im Regenbogen zu halten, bis sie platzen. Die Tore stehen an beiden Enden des Regenbogens und nur die Torwarte dürfen ihre Hände benutzen. Manchmal spielen hunderte von Meerjungfrauen zur gleichen Zeit in der Lagune und das ist ein ziemlich schöner Anblick. Doch sobald die Kinder mitmachen wollten, mussten sie alleine spielen, denn die Nixen verschwanden sofort. Trotzdem wissen wir aus sicherer Quelle, dass sie die Eindringlinge heimlich beobachteten und dass sie sich nicht zu schade waren, ihnen etwas abzugucken. John nämlich machte sie mit einer neuen Art bekannt, die Seifenblasen zurückzuspielen und zwar mit dem Kopf statt mit der Hand und die Nixentorwarte übernahmen es von ihm. Das ist die eine Spur, die John im Niemalsland hinterlassen hat. Es muss auch sehr schön ausgesehen haben, wenn die Kinder nach dem Mittagessen eine halbe Stunde auf einem der Felsen ruhten. Wendy bestand darauf, dass sie es taten und es musste eine echte Ruhepause sein, auch wenn das Essen nur Spiel war. So lagen sie in der Sonne und ihre Körper glitzerten im Licht, während sie daneben saß und ein bedeutungsvolles Gesicht machte. Es war einer dieser Tage und sie lungerten alle auf dem Piratenfelsen herum. Der Felsen war nicht viel größer als ihr großes Bett, aber natürlich wussten sie alle, wie man nicht viel Platz einnimmt und so dösten sie vor sich hin oder lagen zumindest mit geschlossenen Augen da und manchmal kniffen sie sich, wenn sie glaubten, dass Wendy gerade nicht hinsah. Sie war sehr mit ihrer Näherei beschäftigt. Während sie nähte, veränderte sich die Lagune. Ein leichtes Zittern lief über sie hinweg und die Sonne verschwand und Schatten schlichen über das Wasser und ließen es kalt werden. Wendy sah nicht mehr genug, um ihre Nadel einzufädeln und als sie aufschaute, kam ihr die Lagune, die bis dahin so ein lachender Ort gewesen war, furchtbar und unwirklich vor. Sie wusste, es war nicht die Nacht, die hereingebrochen war, sondern da war plötzlich etwas anderes so dunkel wie die Nacht. Nein, schlimmer als das. Es war noch gar nicht da, sondern hatte dieses Zittern durch das Meer geschickt, um zu sagen, dass es kommen würde. Was war das? All die Geschichten stürmten auf sie ein, die sie über den Piratenfelsen gehört hatte, der so hieß, weil niederträchtige Kapitäne ihre Matrosen dort aussetzten und ertrinken lassen. Sie ertrinken, wenn die Flut steigt, denn dann ist er überschwemmt. Natürlich hätte sie sofort die Kinder wachrütteln müssen, nicht nur wegen des Unbekannten, das sich ihnen schleichend näherte, sondern auch, weil es nicht länger gut für sie war, auf einem kalt gewordenen Felsen zu schlafen. Doch sie war eine junge Mutter und sie wusste es nicht. Sie dachte, dass man sich einfach an die Regeln halten muss, die mit der halben Stunde Mittag schlafen. Obwohl ihr die Angst im Nacken saß und sie liebend gerne männliche Stimmen gehört hatte, weckte sie niemanden auf. Selbst als sie den Klang gedämpfter Ruderschläge hörte und obwohl das Herz ihr bis zum Hals schlug, weckte sie niemanden auf. Sie wachte über sie, damit sie schlafen konnten. War das nicht mutig von Wendy? Da hatten diese Jungs also Glück, dass es unter ihnen jemanden gab, der selbst im Schlafgefahren wittern konnte. Peter sprang auf und war sofort hellwach wie ein Hund und weckte mit einem einzigen Warnruf die anderen. Reglos stand er da, die eine Hand am Ohr. Piraten! rief er. Die anderen kamen näher. Ein seltsames Lächeln huschte über sein Gesicht und Wendy sah es und erschauderte. Während dieses Lächeln seine Lippen umspielte, wagte niemand zu sprechen. Abwarten und Gehorchen war alles, was sie jetzt noch tun konnten. Der Befehl kam scharf und schneidend. Tauchen! Da schimmerten gerade noch ein paar Beine auf und augenblicklich schien die Lagune wie leergefegt. Verlassen stand der Piratenfelsen in den drohlichen Wassern, als wäre er selber ausgesetzt worden. Das Boot kam näher. Es war das Beiboot der Piraten und drei Gestalten saßen darin. Smee und Stalky. Und die dritte, eine Gefangene und zwar niemand anderes als Tigerlily. Sie war an Händen und Füßen gefesselt und sie wusste, welches Schicksal ihr blühte. Man würde sie auf dem Felsen aussetzen und umkommen lassen. Ein Ende, das für jede Indianerin schrecklicher war als der Tod durch Feuer oder Folter. Denn steht nicht im Stammesbuch geschrieben, dass zu den ewigen Jagdgründen durch das Wasser kein Weg führt? Und dennoch war ihre Mine ungerührt. Sie war die Tochter eines Häuptlings und sie würde wie die Tochter eines Häuptlings sterben. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Sie hatten sie gefangen, als sie mit einem Messer zwischen den Zähnen an Bord des Piratenschiffes kletterte. Auf dem Schiff hält nie jemand Wache, weil Hook damit prallt, dass allein der Klang seines Namens das Schiff im Umkreis einer Meile beschütze. Nun würde auch das Schicksal Tigerlilis dazu beitragen, es zu beschützen. Und eine weitere Wehklage würde nachts in diesem Klang die Runde machen. In der Düsternis, die sie selbst verbreiteten, sahen die beiden Piraten den Felsen erst, als sie ihn rammten. In den Wind, du Dösbaddel, rief eine irische Stimme. Es war mies. Hier ist der Felsen. Na los jetzt. Wir müssen die Rothaut darauf hieven. Da soll sie da bleiben und da saufen. Es dauerte nur einen kurzen, brutalen Moment, das schöne Mädchen auf den Felsen zu werfen. Sie war zu stolz, um sinnlos Widerstand zu leisten. Ganz in der Nähe des Felsens, aber den Blicken verborgen, schaukelten zwei Köpfe auf und ab. Die von Peter und Wendy. Wendy weinte, denn es war die erste Tragödie, die sie erlebte. Peter hatte viele Tragödien erlebt, sie aber alle wieder vergessen. Er hatte weniger Mitleid mit Tigerlili als Wendy. Ihn ärgerte vor allem, dass es zwei gegen eine war und er war entschlossen, sie zu retten. Es wäre ein leichtes gewesen, zu warten, bis die Piraten verschwunden waren, aber Peter war nie jemand gewesen, der es sich leicht machte. Es gab fast nichts, was er nicht konnte und jetzt ahmte er die Stimme von Hook nach. Ahoi, ihr Volltrottel, rief er und klang fantastisch. Der Käpt'n, sagten die Piraten und glotzten sich entgeistert an. Er schwimmt wohl hinter uns her, sagte Starkey, nachdem sie vergeblich nach ihm Ausschau gehalten hatten. Wir schaffen die Rothaut auf dem Felsen, rief Smee. Lasst sie frei, kam die überraschte Antwort. Frei? Ja, schneidet ihr die Fesseln durch und lasst sie frei. Aber Käpt'n! Sofort, ist das klar, rief Peter. Oder ich jag euch meinen Haken ins Fleisch. Das ist merkwürdig, keuchte Smee. Besser wir machen, was der Käpt'n befiehlt, sagte Starkey nervös. Ei, ei, sagte Smee und zerschnitt Tigerlillys Fesseln. Augenblicklich schlüpfte sie durch Starkys Beine hindurch ins Wasser wie ein Aal. Natürlich war Wendy von Peters Schlauheit ganz begeistert, aber sie wusste, dass auch er begeistert sein und sehr wahrscheinlich jubilieren und sich damit verraten würde. Also streckte sie schnell die Hand aus und wollte ihm den Mund zuhalten, doch die Bewegung wurde mittendrin von einem Schiff Ahoi unterbrochen, das mit Hooks Stimme über die Lagune scholl. Nur drang es diesmal nicht aus Peters Kehle. Kann sein, dass Peter jubilieren wollte, doch stattdessen spitzte er die Lippen und stieß einen erstaunten Pfiff aus. Schiff Ahoi! Er tönte noch einmal derselbe Ruf. Jetzt verstand Wendy. Der echte Hook war auch im Wasser. Er schwamm auf das Boot zu und da seine Männer ihm mit einem Licht den Weg leuchteten, hatte er sie bald erreicht. Im Schein der Laterne sah Wendy, wie sich der Haken in die Bootsplanken krallte. Sie sah sein böses, düsteres Gesicht, als er tropfnass aus dem Wasser stieg und zitternd vor Angst wäre sie am liebsten weggeschwommen. Doch Peter rührte sich nicht vom Fleck. Er konnte es kaum erwarten und platzte vor Einbildung. Bin ich nicht wunderbar? Oh, ich bin so wunderbar! Flüsterte er Wendy ins Ohr und obwohl sie genau dasselbe dachte, war sie, besorgt um seinen guten Ruf, in Wahrheit froh, dass niemand außer ihr ihn hörte. Er machte ihr ein Zeichen, dass sie zuhören sollte. Die beiden Piraten waren sehr neugierig, was ihren Käpt'n veranlasst hatte, zu ihnen zu kommen. Er aber saß nur da, den Kopf auf seinen Haken gestützt und in einer Haltung tiefster Traurigkeit. »Käpt'n, ist alles in Ordnung?« fragten sie unsicher, doch er antwortete nur mit einem hohlen Stöhnen. »Er seufzt«, sagte Smee. »Er seufzt schon wieder«, sagte Starkie. »Und jetzt seufzt er noch ein drittes Mal«, sagte Smee. »Was ist los, Käpt'n?« Dann endlich sprach er in heftiger Erregung. »Das Spiel ist aus«, rief er. »Diese Jungen haben eine Mutter gefunden.« Obwohl sie Angst hatte, hob sich vor Stolz Wendys Brust. »Oh, verflucht sei dieser Tag«, schrie Starkie. »Was ist deine Mutter?«, fragte der ahnungslose Smee. Wendy war so schockiert, dass ein »Er weiß es nicht« aus ihr herausplatzte und seitdem hatte sie immer das Gefühl, dass Smee ihr Favorit wäre, wenn man einen Kuscheltierpiraten halten könnte. Peter zog sie unter Wasser, denn Hook war aufgesprungen und rief »Was war das?« »Ich habe nichts gehört«, sagte Starkie und ließ die Laterne über das Meer leuchten. Und während die Piraten Ausschau hielten, kam ihnen etwas Seltsames unter die Augen. Es war das Nest, von dem ich euch erzählt habe. Es trieb auf der Lagune und der Niemalsvogel saß darin. »Seht ihr?«, sagte Hook und antwortete damit auf Smee's Frage. »Das ist deine Mutter. Und was uns das sagt?« »Das Nest muss ins Wasser gefallen sein, aber würde eine Vogelmutter jemals ihre Eier am Stich lassen?« »Nein.« Seine Stimme wurde ganz weich, als würde er sich für einen Moment an unbeschwerte Tage erinnern, als... Doch diesen kurzen Anfall von Schwäche scheuchte er mit seinem Haken davon. Smee war sehr beeindruckt und starrte auf den Vogel, als das Nest vorbeitrieb. Doch Starkie war misstrauischer und gab zu bedenken, »Wenn sie eine Mutter ist, dann treibt sie sich vielleicht hierherum, um Peter zu helfen.« Hook zuckte zusammen. »Ei«, sagte er, »das ist die Angst, die mich verfolgt.« Smee's aufgeregte Stimme riss Hook aus seiner Schwermut. »Captain«, rief Smee, »können wir die Mutter dieser Jungen nicht entführen und sie zu unserer Mutter machen?« »Das ist ein prachtvoller Plan«, rief Hook und augenblicklich nahm er in seinem machtvollen Hirn greifbare Formen an. »Wir packen die Kinder und schleppen sie aufs Schiff.« »Die Jungs lassen wir über die Planke springen und Wendy soll unsere Mutter sein.« Wendy verlor schon wieder die Beherrschung. »Niemals!«, schrie sie und war wieder untergetaucht. »Was war das?« Aber sie konnten nichts sehen. »Das war nur ein Blatt im Wind«, dachten sie. »Seid ihr einverstanden, Männers?« »Darauf gebe ich meine Hand«, sagten beide. »Und ich meinen Haken. Schwört!« Sie schworen. Inzwischen waren sie auf den Felsen geklettert und plötzlich erinnerte sich Hook an Tigerlilly. »Wo ist die Rothaut?«, fragte er schroff. Er war zuweilen zu munteren Späßen aufgelegt und sie dachten, dies sei ein solcher Moment. »Das ist erledigt, Käpt'n«, antwortete Smee zufrieden. »Wir haben sie laufen lassen.« »Laufen lassen?«, schrie Hook. »Hast du uns selbst befohlen?«, stammelte der Bootsmann. »Du hast uns übers Wasser zugerufen, dass wir sie laufen lassen sollen«, ergänzte Starkey. »Himmel, Arsch und Zwirn!«, donnerte Hook. »Was ist das für ein Betrug?« Sein Gesicht war schwarz vor Wut, aber er sah, dass sie es ernst meinten und bekam einen Schreck. »Männer«, sagte er und zitterte ein wenig, »ich habe nie diesen Befehl gegeben.« »Das ist doch äußerst faul«, sagte Smee, und sie wurden alle ganz nervös. Hook erhob die Stimme, aber sie bebte. »Geist, der du heute Nacht in dieser dunklen Lagune dein Unwesen treibst«, schrie er, »kannst du mich hören?« Natürlich hatte Peter an seinen Mund halten sollen, aber natürlich tat er es nicht. Er antwortete ohne zu zögern mit Hooks Stimme. »Zufall, Sinkblei! Hammer und Zange, ich höre dich!« In diesem Augenblick höchster Gefahr wurde Hook nicht blass, nicht einmal um die Nasenspitze. Doch Smee und Starkey klammerten sich voller Ansätzen aneinander. »Wer bist du, Fremder? Sprich!«, forderte Hook. »Ich bin James Hook«, antwortete die Stimme. »Käpt'n der Jolly Roger!« »Das bist du nicht! Das bist du nicht!«, schrie Hook heiser. »Himmelarsch und Zwirn«, gab die Stimme zurück. »Sag das noch einmal und ich werfe den Anker nach dir aus!« Hook versuchte es in schmeichelhafterem Ton. »Wenn du wirklich Hook bist«, sagte er fast unterwürfig, »dann komm und sag mir, wer ich bin.« »Ein Kabeljau«, erwiderte die Stimme. »Nichts als ein Kabeljau!«, »Ein Kabeljau«, wiederholte Hook verdutzt, und erst in diesem Augenblick nicht früher brach sein stolzer Mut. Er sah, wie seine Männer sich von ihm abwandten. »Wir sind die ganze Zeit von einem Kabeljau befähigt worden?«, mummelten sie. »Das verletzte unseren Stolz!« Sie waren seine Hunde, die jetzt nach ihm schnappten, doch obwohl er inzwischen zu einer tragischen Figur geworden war, schenkte er ihnen kaum Beachtung. Obgleich es grausamerweise ganz danach aussah, war es nicht ihr Glaube an ihn, den er so nötig hatte, sondern sein eigener. Er spürte förmlich, wie sein Ich ihm langsam entschlüpfte. »Lass mich nicht allein, mein alter Knabe!«, flüsterte er ihnen heiser zu. In seiner düsteren Natur lag ein Hauch von Weiblichkeit, so wie bei allen großen Piraten, und ihr verdankte er gelegentlicher Eingebungen. Unvermittelt versuchte er das Ratespiel. »Huck«, rief er. »Hast du noch eine andere Stimme?«, Nun konnte Peter niemals einem Spiel widerstehen. Also erwiderte er unbekümmert in seiner eigenen Stimme, »Aber klar!« »Und ein anderer Name?« »Ei-Ei!« »Pflanze?«, fragte Hook. »Nein!« »Stein?« »Nein!« »Tier?« »Ja!« »Mann?« »Nein!« Diese Antwort klang verächtlich. »Junge?« »Ja!« »Normaler Junge?« »Nein!« »Wunderbarer Junge?« Sehr zu Wendys Verdruss, erklang zur Antwort diesmal, »Ja!« »Bist du in England?« »Nein!« »Bist du hier?« »Ja!« »Huck war völlig verwirrt.« »Stellt ihr ihm ein paar Fragen?«, sagte er zu den anderen und wischte sich die nasse Stirn. Smee dachte nach. »Mir fällt nichts ein«, sagte er bedauernd. »Ihr wisst es nicht, ihr wisst es nicht«, jubelte Peter. »Gebt ihr auf?« »Natürlich trieb er das Spiel in seinem Stolz zu weit und die Schurken sahen ihre Chance.« »Ja, ja«, antworteten sie ungeduldig. »Also gut«, rief er. »Ich bin Peter Pan.« »Pan« »Sofort war Huck wieder ganz er selbst und Smee und Starkey waren seine getreuen Diener.« »Jetzt haben wir ihn«, schrie Huck. »Ab ins Wasser, Smee. Starkey, du passt auf das Boot auf. Den holen wir uns tot oder lebendig.« Er sprang noch, während er sprach und gleichzeitig ertönte Peters fröhliche Stimme. »Seid ihr alle bereit, Jungs?« »Ei, ei«, scholl es von allen Seiten der Lagune. »Dann holt euch die Piraten!« Der Kampf war kurz und heftig. Blut vergoss als erster John, der tapfer ins Boot geklettert war und sich gegen Starkey stemmte. Es gab ein wildes Gerangel, in dem das Entermesser dem harten Griff des Piraten entrissen wurde. Er schwang sich über Bord und John sprang ihm nach. Das Beiboot trieb davon. Hier und da tauchte ein Kopf im Wasser auf und dort blitzte Stahl, gefolgt von einem Aufschrei in Schmerz oder Freude. Im Eifer des Gefechts trafen ein paar auch die eigenen Leute. Smees Korkenzieher erwischte Toodles an der vierten Rippe. Dafür wurde Smee von Curly durchlöchert. Etwas weiter vom Felsen entfernt brachte Starkey Slightly und die Zwillinge in arge Bedrängnis. Und wo war Peter die ganze Zeit? Er war auf der Suche nach dem ganz großen Spiel. Die anderen waren alles tapfere Jungs und man darf ihnen keinen Vorwurf machen, wenn sie vor dem Piratenkäpten zurückwichen. Seine eiserne Klaue zog einen Kreis von Todesmeer um ihn herum, vor dem sie flohen wie aufgeschreckte Fische. Doch es gab einen, der sich nicht vor ihm fürchtete. Es gab einen, der bereit war, diesen Kreis zu betreten. Seltsamerweise begegneten sie sich nicht im Wasser. Hook stemmte sich auf den Felsen, um nach Luft zu schnappen und gleichzeitig kletterte Peter auf der anderen Seite hinauf. Der Felsen war glatt wie ein Ball, sodass sie mehr krochen als kletterten. Keiner von ihnen wusste, dass der andere da war. Beide suchten Halt und fassten den Arm des anderen. Entgeistert hoben sie die Köpfe. Ihre Gesichter berührten sich fast, so also trafen sie zusammen. Einige der größten Helden haben zugegeben, dass sie, kurz bevor sie sich in den Kampf stürzten, ein Gefühl von Schwäche verspürten. Wenn es in diesem Augenblick auch Peter so ergangen wäre, ich würde es euch sagen. Schließlich war dies der einzige Mann, vor dem der Schiffskoch sich gefürchtet hatte. Doch Peter verspürte keine Schwäche. Er fühlte nur eins. Glück. Und vor lauter Freude knirschte er mit seinen hübschen Zähnen. Blitzschnell riss er ein Messer aus Hooks Gürtel und wollte es ihm gerade zurück in den Leib jagen, als er sah, dass er auf dem Felsen höher stand als sein Gegner. Das wäre kein fairer Kampf gewesen. Er streckte dem Piraten die Hand hin, um ihn hochzuhelfen. In dem Moment hat Hook ihn gebissen. Es war nicht der Schmerz. Es war die Gemeinheit, die Peter betäubte. Sie machte ihn vollkommen hilflos. Er konnte nur entsetzt ins Leere starren. So geht es jedem Kind, wenn es zum ersten Mal ungerecht behandelt wird. Auf nichts anderes glaubt das Kind ein Recht zu haben, wenn es auf dich zukommt und sich dir anvertraut, dass es fair behandelt wird. Wenn du es unfair behandelst, wird es dich zwar wieder lieben, aber es wird nie wieder ganz dasselbe Kind sein. Niemand kommt jemals über die erste Ungerechtigkeit hinweg. Niemand außer Peter. Sie widerfuhr ihm oft, doch jedes Mal vergaß er sie wieder. Ich glaube, das war der eigentliche Unterschied zwischen ihm und all den anderen. Also widerfuhr sie ihm jetzt, als wäre es das erste Mal. Und er konnte nur hilflos ins Leere starren. Zweimal packte ihn die eiserne Hand. Ein paar Minuten später sahen die Jungs Hook im Wasser, wie er wild um sich schlagend auf das Schiff zu paddelte. Kein Fünkchen Stolz mehr in seinem grässlichen Gesicht, nur die blanke Angst. Denn das Krokodil war ihm dicht auf den Fersen. Normalerweise wären die Jungs jubelnd neben ihnen hergeschwommen. Jetzt aber war ihnen unwohl, denn sie hatten Peter und Wendy verloren und sie suchten die ganze Lagune nach ihnen ab und riefen ihre Namen. Sie fanden das Beiboot, machten sich damit auf den Rückweg und riefen im Fahren Peter! Wendy! Doch niemand antwortete ihnen, nur das spöttische Gelächter der Nixen halte zurück. Bestimmt sind sie nach Hause geschwommen oder geflogen, folgerten die Jungs. Ernsthaft Sorgen machten sie sich nicht, so sehr vertrauten sie Peter. Bübel schlachten sie in sich hinein, weil sie zu spät ins Bett kommen würden und weil das alles Mutter Wendys Schuld war. Als ihre Stimmen verheilt waren, legte sich ein kaltes Schweigen über die Lagune. Und dann ein schwacher Schrei. Hilfe! Hilfe! Zwei kleine Gestalten schlugen gegen den Felsen. Das Mädchen war ohnmächtig geworden und der Junge trug es auf den Armen. Mit letzter Kraft zog Peter sie den Felsen hinauf und legte sie dann neben sie. Als auch ihn die Ohnmacht überkam, sah er gerade noch das Wasser steigen. Er wusste, dass sie nun bald ertrinken würden, aber er konnte nichts mehr tun. Als sie dort nebeneinander lagen, fasste eine Meerjungfrau Wendy beim Fuß und begann sie sanft ins Wasser zu ziehen. Peter spürte, wie sie ihm langsam entglitt und schreckte auf, gerade noch rechtzeitig, um sie wieder hochzuziehen. Aber er musste ihr die Wahrheit sagen. Wir sind auf dem Felsen, Wendy, sagte er. Aber der Felsen wird kleiner und kleiner. Bald wird das Wasser ihn ganz bedecken. Sie verstand ihn immer noch nicht. Wir müssen hier fort, fragte sie, fast heiter. Ja, antwortete er matt. Sollen wir schwimmen oder fliegen, Peter? Er musste es ihr sagen. Glaubst du, du könntest ohne meine Hilfe zur Insel schwimmen und fliegen, Wendy? Sie musste zugeben, dass sie dafür zu müde war. Er stöhnte auf. Was ist? Fragte sie plötzlich voller Sorge. Ich kann dir nicht helfen, Wendy. Hook hat mich verwundet. Ich kann weder schwimmen noch fliegen. Soll das heißen, dass wir beide ertrinken müssen? Schau, wie das Wasser steigt. Sie hielten sich die Augen zu, um nichts mehr sehen zu müssen und waren überzeugt, dass ihr Ende nahte. Doch wie sie so da saßen, streifte ihn etwas so sanft wie ein Kuss und blieb, als würde es zaghaft fragen, kann ich dir irgendwie behilflich sein? Es war der Schwanz eines Drachen, den Michael vor ein paar Tagen gebaut hatte. Er hatte sich losgerissen und war fortgetrieben. Michaels Drachen, sagte Peter gleichgültig, doch im nächsten Augenblick hatte er den Schwanz gepackt und zog den Drachen zu sich heran. Er hat Michael in die Luft gehoben, rief er. Warum sollte er dich nicht genauso tragen? Uns beide. Zwei schafft er nicht. Michael und Curly haben es versucht. Dann losen wir, sagte Wendy tapfer. Du bist eine Dame. Niemals. Peter hatte ihr den Schwanz schon um den Bauch gebunden. Sie klammerte sich an ihn und wollte ohne ihn nicht gehen. Doch er rief, auf Wiedersehen, Wendy, und stieß sie vom Felsen hinunter und schon wenige Minuten später war sie außer Sichtweite. Peter war allein in der Lagune. Der Felsen war jetzt sehr klein, bald würde er ganz vom Wasser überspült sein. Wahle Lichtstreifen huschten wie auf Zehenspitzen über das Wasser und nach einer Weile hörte man hier und da einen Klang, der zugleich der schönste und der traurigste Klang der Welt war. Es war der Gesang der Meerjungfrauen. Sie riefen den Mond an. Peter war nicht wie andere Jungs, aber schließlich fürchtete sich auch er. Ein Schauder durchlief seinen Körper wie ein Zittern, das über das Meer zieht. Doch auf dem Meer folgt eins dem nächsten, bis es hundert sind, und Peter spürte nur das eine. Im nächsten Augenblick stand er wieder aufrecht auf dem Felsen und hatte dieses Lächeln im Gesicht. Und in ihm schlug diese Trommel, die sagte, Sterben wird ein furchtbar spannendes Abenteuer. Kapitel 9 Der Niemalsvogel Die letzten Geräusche, die Peter hörte, bevor er ganz allein war, stammten von den Nixen, die sich eine nach der anderen in ihre Schlafzimmer unter dem Meer zurückzogen. Er war zweitweg, um ihre Türen schlagen zu hören, doch an jeder Tür in der Korallenhöhle, wo sie wohnten, erklingt, wenn man sie öffnet oder schließt, eine kleine Glocke, wie in den schönsten Häusern auf dem Festland. Und er hörte die Glocken. Das Wasser stieg und stieg und knispelte ihm schon an den Füßen. Um sich die Zeit zu vertreiben, bis es ihn ganz verschluckte, beobachtete er das Einzige, was sich auf der Lagune bewegte. Er dachte, es sei ein Stück vorübertreibendes Papier, vielleicht ein Stück vom Drachen. Und er fragte sich müde, wie lange es wohl dauern würde, bis es ans Ufer gespült wurde. Dann fiel ihm plötzlich etwas Eigenartiges auf. Zweifellos trieb irgendetwas in einer bestimmten Absicht auf der Lagune herum, denn es kämpfte gegen die Flut und manchmal gewann es. Und wenn es gewann, konnte Peter gar nicht anders, als zu klatschen. Denn er stand immer auf der Seite der Schwächeren. Es war so ein tapferes Stück Papier. Es war nicht wirklich ein Stück Papier. Es war der Niemalsvogel, der verzweifelt versuchte, Peter auf seinem Nest zu erreichen. Indem es mit seinen Flügeln schlug, und zwar so, wie er es gerade erst gelernt hatte, seit das Nest ins Wasser gefallen war, konnte er sein seltsames Boot halbwegs steuern. Doch als Peter ihn erkannte, war er schon sehr erschöpft. Er war gekommen, um ihn zu retten, ihm sein Nest zu überlassen, obwohl noch Eier darin lagen. Ich muss mich über diesen Vogel wundern, denn obwohl Peter ihm geholfen hatte, hatte er ihn manchmal auch gequält. Ich kann nur vermuten, dass er, wie Mrs. Darling und wer sonst noch weich geworden war, weil Peter noch alle Milchzähne hatte. Der Vogel rief ihm zu, warum er gekommen war, und Peter rief dem Vogel zu, was er denn hier zu suchen hätte, aber natürlich verstand keiner die Sprache des anderen. In Fantasiegeschichten können die Menschen ungehindert mit den Vögeln sprechen, und ich wünschte in diesem Moment, ich könnte so tun, als sei das eine solche Geschichte, und könnte sagen, dass Peter dem Niemalsvogel verständlich antwortete. Aber am besten ist doch immer die Wahrheit, und ich will nur erzählen, was wirklich passiert ist. Nun ja, sie konnten sich also nicht nur nicht verstehen, sie vergaßen auch beide, wie man sich benimmt. Ich will, dass du in das Nest steigst, rief der Vogel so langsam und deutlich wie möglich. Und dann kannst du ans Ufer treiben, aber ich bin zu müde, um damit noch näher zu kommen, also musst du versuchen, her zu schwimmen. Was schnatterst du da? antwortete Peter. Warum lässt du das Nest nicht einfach treiben, wie immer? Ich will, dass du, sagte der Vogel und wiederholte alles noch einmal von vorn. Dann versuchte es Peter langsam und deutlich. Was schnatterst du da? Und so weiter. Der Niemalsvogel wurde ärgerlich. Sie haben sehr wenig Geduld. Du dämlicher Trottel, schrie er. Warum tust du nicht, was ich dir sage? Peter hatte das Glück, dass er beschimpft wurde, und auf gut Glück gab er hitzig zurück. Selber. Dann schnauzten sie sich, was etwas seltsam war, beide mit denselben Worten an. Halt's Maul! Halt's Maul! Trotzdem war der Vogel fest entschlossen, Peter zu retten, wenn er konnte, und mit einer letzten kraftvollen Anstrengung ruderte er das Nest gegen den Felsen. Dann flog er auf und ließ die Eier zurück, um seine Absicht deutlich zu machen. Da endlich verstand er, packte das Nest und winkte ein Dankeschön hinauf zu dem Vogel, der über ihm flatterte. Doch nicht, um Peters Dank entgegenzunehmen, schwebte er dort oben in der Luft. Auch nicht, um zu schauen, ob er das Nest erreichte, sondern nur, um zu verfolgen, was Peter mit den Eiern machte. Zwei große, weiße Eier lagen in dem Nest, und Peter hob sie auf und dachte nach. Der Vogel hielt sich die Augen mit den Flügeln zu, um nicht zum letzten Mal die Eier sehen zu müssen. Dann aber linste er doch durch die Federn. Ich weiß nicht, ob ich euch erzählt habe, dass es auf dem Felsen einen Stock gab, den vor langer Zeit ein Pirat in den Stein getrieben hatte, um die Stelle zu bezeichnen, an der ein Schatz vergraben lag. Die Kinder hatten den glitzernden Hort entdeckt und wenn sie gehässiger Laune waren, warfen sie Massen von Diamanten, Perlen und Pesos nach den Möben, die sich darauf stürzten wie auf Futter und dann wieder wegflogen, wütend über den niederträchtigen Streich, den man ihnen gespielt hatte. Der Stock war immer noch da und über diesen Stock hatte Starkey seinen Hut gehängt, einen schweren Persening, wässerdicht und mit einer breiten Krempe. Peter legte die Eier in diesen Hut und setzte ihn auf die Lagune. Er schwamm fantastisch. Der Niemalsvogel begriff sofort, was er vorhatte und schrie ihm seine Bewunderung entgegen. Und ach, wie stimmte Peter in den Jubel ein. Dann kletterte er ins Nest, richtete den Stock darin als Mast auf und hängte sein Hemd als Segel daran. Im selben Augenblick flatterte der Vogel hinunter zum Hut und ließ sich abermals gemütlich auf den Eiern nieder. Der Vogel trieb in eine Richtung und Peter wehte es in die andere. Beide in bester Stimmung, als Peter ans Ufer gelangte, zog er sein Schiff natürlich dort an Land, wo der Vogel es leicht finden würde. Aber der Hut war ein derartig großer Erfolg, dass er sein Nest nie wieder benutzte. Es trieb auf dem Wasser herum, bis es auseinanderfiel und Starkey kam oft ans Ufer der Lagune und beobachtete mit vielen bitteren Gefühlen, wie der Vogel auf seinem Hut saß. Da wir ihm nicht mehr begegnen werden, sei es an dieser Stelle erwähnenswert, dass von nun an alle niemals Vögel ihre Nester in Hutform bauen, mit einem breiten Rand, auf dem die Küken spazieren gehen. Die Freude war groß, als Peter das Haus unter der Erde erreichte, fast zur gleichen Zeit wie Wendy, die vom Drachen hierhin und dorthin getrieben worden war. Jeder Junge hatte ein Abenteuer zu erzählen, doch das größte Abenteuer von allen war, dass sie eigentlich schon vor Stunden ins Bett gemusst hätten. Das machte sie so aufgekratzt, dass sie sich die verrücktesten Dinge einfallen ließen, um noch länger aufbleiben zu können. Zum Beispiel um Verbände bitten. Doch Wendy, obwohl sie strahlte vor Glück, dass alle gesund und munter wieder zu Hause waren, war erschrocken, dass es schon so spät war und rief in einem Ton, dem man gehorchen musste, Ab ins Bett! Ab ins Bett! Am nächsten Morgen aber war sie furchtbar lieb und machte jedem einen Verband. Und bis zur Bettgitzzeit spielten sie damit und humpelten herum und trugen ihren Arm in der Schlinge. Kapitel 10 Glückliches Zuhause Ein wichtiges Ergebnis des Scharmützels auf der Lagune war, dass die Roth heute ihre Freunde wurden. Peter hatte Tigerlili vor einem grauenvollen Schicksal bewahrt und jetzt gab es nichts, was sie und ihre tapferen Krieger nicht für ihn tun würden. Die ganze Nacht saßen sie oben und hielten Wache über das Haus unter der Erde und warteten auf den großen Überfall der Piraten, der offensichtlich unmittelbar bevorstand. Sogar am Tage lauerten sie dort herum, rauchten ihre Friedenspfeife und sahen dabei so aus, als wollten sie lieber etwas Süßes essen. Sie nannten Peter den großen weißen Vater und warfen sich vor ihm auf den Boden und ihm gefiel das Kolossal, so sehr, dass es nicht wirklich gut für ihn war. Der große weiße Vater, sagte er zu ihnen in sehr gebieterischer Art, während sie um seine Füße krochen, freut sich, dass die Picanini-Krieger seinen Wigwam vor den Piraten beschützen. »Ich, Tigerlili«, antwortete diese zauberhafte Kreatur, »Peter Pan mich gelettet. Ich sei eine sel-nette Flornin. Ich nicht lassen Pilaten verletzen ihn.« Sie war viel zu schön, um sich in dieser Weise zu erniedrigen, aber Peter fand, dass ihm das zustand, und er antwortete herablassend, »Es ist gut, Peter Pan hat gesprochen.« Immer wenn er sagte, »Peter Pan hat gesprochen«, hieß das, dass sie jetzt alle den Mund halten mussten, und sie fanden sich unterwürfig damit ab. Keinesfalls aber verhielten sie sich genauso respektvoll den anderen Jungs gegenüber, die sie als gewöhnliche Krieger betrachteten. Sie sagten zu ihnen, »Was geht?« und solche Sachen. Und die Jungs ärgerten sich, dass Peter das offenbar für angemessen hielt. Heimlich stand Wendy ein bisschen auf ihrer Seite, aber sie war eine viel zu loyale Hausfrau, als dass sie auf irgendwelche Klagen über den Vater hörte. »Vater weiß es am besten«, sagte sie immer, egal wie sie selbst darüber dachte. Ihre persönliche Meinung war, dass die Rothäute sie nicht Squaw nennen sollten. »Wir haben nun den Abend erreicht, den sie wegen ihrer Abenteuer und deren Ausgang unter sich fortan »die Nacht der Nächte« nannten. Der Tag war fast ereignislos verlaufen, als würde er heimlich Kräfte sammeln, und die Rothäute saßen jetzt in ihre Decken gehüllt, oben auf ihren Posten, während unten die Kinder ihr Abendbrot aßen. Alle außer Peter, der noch einmal hinausgegangen war, um die Zeit zu holen. Und wie holte man auf der Insel die Zeit? Man musste das Krokodil finden und dann so lange neben ihm stehen, bis der Wecker klingelte. Zufällig war dieses Abendbrot nur gespielt, und sie saßen um die Tischplatte und futterten, was das Zeug hielt. Nur der Krach mit all dem Geschnatter und den gegenseitigen Beschuldigungen war wirklich und, wie Wendy sagte, absolut ohrenbetäubend. Natürlich hatte sie gegen Krach nichts einzuwenden, aber sie konnte es einfach nicht leiden, wenn sie nach irgendetwas grabschten und sich dann damit herausredeten, dass Tootles sie am Ellbogen geschubst hatte. Es gab eine feste Regel, dass sie beim Essen nie zurückhauen durften, sondern die Streitsache Wendy übergeben mussten, indem sie höflich den rechten Arm hoben und sagten, ich beschwere mich über den und den. Doch normalerweise vergassen sie es oder machten es viel zu häufig. Ruhe, schrie Wendy, wenn sie ihnen zum zwanzigsten Mal erklärt hatte, dass sie nicht alle gleichzeitig reden sollten. Ist deine Kalibasse leer, Slightly, Liebling? Noch nicht ganz leer, Mami, antwortete Slightly, nachdem er in seinen nicht vorhandenen Becher geschaut hatte. Er hat ja noch nicht mal angefangen, seine Milch zu trinken, rief Nips dazwischen. Das war gepetzt und Slightly packte die Gelegenheit beim Schopf. Ich beschwere mich über Nips, sagte er prompt. Aber John hatte die Hand zuerst gehoben. Nun, John, kann ich auf Peters Stuhl sitzen? Er ist doch nicht da. Auf Vaters Stuhl sitzen? John! Wendy war schockiert. Auf keinen Fall! Er ist doch nicht wirklich unser Vater, antwortete John. Er wusste nicht einmal, wie ein Vater sich benimmt, bis ich es ihm gesagt habe. Das war gemauelt. Wir beschweren uns über John, riefen die Zwillinge. Tootles hob die Hand. Er war so sehr der schüchternste von allen. Er war überhaupt der einzige Schüchterne, dass Wendy besonders sanft mit ihm umging. Ich glaube nicht, sagte Tootles zögernd, dass ich Vater sein könnte. Nein, Tootles. Wenn Tootles einmal anfing, was nur sehr selten geschah, hörte er meistens auf irgendwie blöde Art nicht wieder auf. Wenn ich nicht Vater sein kann, sagte er bedrückt, dann wirst du mich wohl auch nicht Baby sein lassen, oder Michael? Nein, werde ich nicht, zischte Michael. Er lag schon in seinem Korb. Wenn ich nicht Baby sein kann, fuhr Tootles fort und wurde immer bedrückter. Glaubt ihr, ich könnte ein Zwilling sein? Nein, bestimmt nicht, erwiderten die Zwillinge. Es ist furchtbar schwierig, ein Zwilling zu sein. Wenn ich überhaupt nichts richtig sein kann, sagte Tootles, will dann vielleicht irgendjemand, dass ich einen Zaubertrick mache? Nein, antworteten alle. Dann hörte er endlich auf. Hab ich mir schon gedacht. Da ging das abscheuliche Pätzen wieder los. Slightly hustet auf den Tisch. Die Zwillinge haben mit den Mamiäpfeln angefangen. Curly nimmt sich Maulbeerröllchen und Jamswurzel. Nips redet mit vollem Mund. Ich beschwere mich über die Zwillinge. Ich beschwere mich über Curly. Ich beschwere mich über Nips. Ach du liebe Zeit, rief Wendy. Manchmal glaube ich wirklich, Kinder machen mir Ärger, als sie wert sind. Sie ließ sie den Tisch abräumen und setzte sich an ihren Stopfkorb. Ein großer Berg mit Strümpfen und in jedem Knie ein Loch. Wie immer. Wendy, protestierte Michael, ich bin zu groß für eine Wiege. Jemand muss aber in der Wiege liegen, entgegnete sie fast schnippisch. Und du bist der Kleinste. Eine Wiege ist so etwas schön behagliches. Die gehört in jedes Haus. Während sie stopfte, spielten die Jungs zu ihren Füßen. So viele glückliche Gesichter und tanzende Beine von einem romantischen Feuer beschienen. Das war zu einem sehr vertrauten Bild in diesem Haus unter der Erde geworden. Doch wir sehen es jetzt zum letzten Mal. Oben war ein Schritt zu hören und Wendy, das dürft ihr mir glauben, war die erste, die ihn hörte. Kinder, ich höre den Schritt eures Vaters. Er möchte, dass ihr ihn an der Tür empfangt. Oben machten die Rothäute vor Peter einen Buckel. Seid wachsam, Männer. Ich habe gesprochen. Und dann zogen ihnen die fröhlichen Kinder wie schon so oft den Baum hinunter. Wie schon so oft, doch niemals wieder. Er hatte den jungen Nüsse und Wendy die richtige Zeit mitgebracht. Peter, du verwöhnst sie doch, sagte Wendy und lächelte unsicher. Ja, alte Frau, erwiderte Peter und hängte seine Flinte auf. Das war ich, der ihm gesagt hat, dass man Mütter alte Frau nennt, flüsterte Michael Curly ins Ohr. Ich beschwere mich über Michael, rief Curly sofort. Der erste Zwilling ging zu Peter. Vater, wir wollen tanzen. Na dann mal los, kleiner Mann, sagte Peter, der beste Laune war. Aber du sollst auch tanzen. Peter war in Wirklichkeit der beste Tänzer von allen, aber er tat, als wäre er empört. Ich? Da würden meine alten Knochen kloppern. Und Mami auch. Was? rief Wendy. Die Mutter einer solchen Bagage soll tanzen? Aber es ist doch dann Tagabend, beschwors Lightly sie. Es war nicht wirklich Samstagabend, aber das konnten sie ja nicht wissen, denn sie hatten längst aufgehört, die Tage zu zählen. Und immer, wenn sie etwas Besonderes tun wollten, sagten sie, es sei Samstagabend. Und dann taten sie es. Natürlich ist es Samstagabend, Peter, sagte Wendy nachgiebig. Leute in unserem Alter, Wendy. Aber es ist doch nur für unseren eigenen Kindern. Das ist wahr. Also gestatteten sie ihnen zu tanzen, aber sie mussten zuerst ihre Nachthemden anziehen. Ach ja, alte Frau, sagte Peter leise zu Wendy, während er sich am Feuer wärmte und zu ihr sah, wie sie da saß und eine Ferse auf links drehte. Es gibt doch für dich und mich am Abend, wenn die Mühen des Tages vorüber sind, nichts Schöneres, als am Feuer auszuruhen und die kleinen Turnen um uns herum. Ja, das ist wunderbar, Peter, sagte Wendy voller Genugtuung. Peter, ich glaube, Curly hat deine Nase. Und Michael kommt ganz nach dir. Sie ging zu ihm und legte ihre Hand auf seine Schulter. Lieber Peter, sagte sie, mit einer so großen Familie liegt meine beste Zeit natürlich hinter mir. Aber du willst doch keine andere, oder? Nein, Wendy. Er wollte ganz bestimmt keine andere. Trotzdem sah er sie beunruhigt an und blinzelte, versteht ihr, wie einer, der nicht weiß, ob er wach ist oder schläft. Peter, was ist? Ich habe nur gerade überlegt, sagte er etwas erschrocken. Wir spielen doch nur, dass ich ihr Vater bin, oder? Ja, natürlich, sagte Wendy steif. Weißt du, fuhr er entschuldigend fort, ihr richtiger Vater zu sein, würde mich so alt erscheinen lassen. Aber es sind unsere Peter, deine und meine. Aber nicht wirklich, oder, Wendy? fragte er ängstlich. Nicht, wenn du nicht willst, antwortete sie und sie hörte deutlich seinen Seufzer der Erleichterung. Peter? fragte sie und versuchte, mit fester Stimme zu sprechen. Was genau sind deine Gefühle für mich? Die eines treuen Sohnes, Wendy. Das habe ich mir gedacht, mummelte sie und ging und setzte sich allein ans äußerste Ende des Zimmers. Du bist so seltsam, sagte er völlig verwirrt. Und Tigerlili ist genauso. Irgendetwas will sie für mich sein, aber nicht meine Mutter, sagt sie. Nein, natürlich nicht deine Mutter, antwortete Wendy mit fürchterlichem Nachdruck. Jetzt wissen wir, warum sie die Rot heute nicht mochte. Was ist es dann? Das kann eine Dame nicht sagen. Na dann eben nicht, gab Peter etwas gereizt zurück. Vielleicht sagt Tinkerbell mir ja, was es ist. Aber klar doch, Tinkerbell wird es dir sagen, erwiderte Wendy spöttisch. Sie ist ein liederliches kleines Ding. An dieser Stelle piepste Tink, die in ihrem Boudoir saß und lauschte irgendeine Unverschämtheit. Sie sagt, sie genießt es, so liederlich zu sein, übersetzte Peter. Plötzlich hatte er eine Idee. Vielleicht will Tink meine Mutter sein. Du bescheuerter Esel, schrie Tinkerbell wütend. Sie hatte das so oft gesagt, dass Wendy keine Übersetzung brauchte. Ich glaube, ich bin ganz ihrer Meinung, schnauzte Wendy. Nun stellt euch vor, dass Wendy schnauzt. Aber man hatte ihr sehr zugesetzt und sie ahnte ja nicht, was noch geschehen würde, bevor die Nacht zu Ende war. Wenn sie es geahnt hätte, sie hätte nicht geschnauzt. Keiner von ihnen ahnte etwas. Es war vielleicht auch das Beste, nichts zu ahnen. Ihrer Unwissenheit verdanken sie noch eine weitere glückliche Stunde und da es ihre letzte Stunde auf der Insel sein sollte, sind wir alle froh, dass diese Stunde 60 glückliche Minuten hatte. Sie sangen und tanzten in ihre Nachthemden. Es war so ein herrlich gruseliges Lied und während sie es sangen, taten sie, als hätten sie Angst vor ihren eigenen Schatten. Ohne gewahr zu werden, dass bald schon Schatten über sie hereinbrechen würden, vor denen sie wirklich Angst haben sollten. Es war so ein überschäumend, fröhlicher Tanz und wie sie sich gegenseitig aufs Bett und wieder hinunterwarfen. Es war eigentlich kein Tanz. Es war eine Kissenschlacht und als sie zu Ende war, bestanden die Kissen auf eine allerletzte Runde, wie zwei, die sich lieben und wissen, dass sie sich vielleicht nie wiedersehen werden. Und die Geschichten, die sie erzählten, bevor es Zeit für Wendys Gute-Nacht-Geschichte war, sogar Slytly versuchte, an diesem Abend eine Geschichte zu erzählen. Doch schon der Anfang war so entsetzlich langweilig, dass es ihn selbst erschreckte und er sagte bedrückt, Ja, es ist ein langweiliger Anfang, also sag ich mal, wir tun so, als sei das das Ende. Und dann gingen sie endlich alle ins Bett, um Wendys Geschichte zu hören. Die Geschichte, die sie am meisten liebten und die Peter hasste. Normalerweise verließ er das Zimmer oder hielt sich die Ohren zu, wenn sie begannen, diese Geschichte zu erzählen. Und wenn er auch diesmal eins von beidem getan hätte, wären sie alle vielleicht noch auf der Insel. Heute Abend allerdings blieb er auf seinem Hocker sitzen und wir werden sehen, was geschah. Kapitel 11 Wendys Geschichte Also hör zu, sagte Wendy und machte es sich mit Michael zu ihren Füßen und sieben Jungs im Bett verteilt, für ihre Geschichte gemütlich. Es war einmal ein Gentleman. Ich finde eine Dame besser, sagte Curly. Ich will aber eine weiße Ratte, sagte Nips. Still, ermahnte sie ihre Mutter. Es gab auch eine Dame und Oh Mami, rief der erste Zwilling, du meinst doch bestimmt, es gibt auch eine Dame. Sie ist doch nicht tot, oder? Aber nein. Ich bin so froh, dass sie nicht tot ist, sagte Tootles. Bist du auch froh, John? Ja, natürlich. Bist du froh, Nips? Ziemlich. Seid ihr froh, Zwillinge? Wir sind froh. Du meine Güte, seufzte Wendy. Ein bisschen leiser bitte, ja, rief Peter und war fest entschlossen, Wendy eine Chance zu geben, ganz gleich, wie scheußlich die Geschichte in seinen Augen war. Der Gentleman, fuhr Wendy fort, he's Mr. Darling und sie hieß Mrs. Darling. Die hab ich mal gekannt, rief John, um die anderen zu ärgern. Ich glaube, ich habe sie auch mal gekannt, sagte Michael etwas unsicher. Sie waren verheiratet, wisst ihr, erklärte Wendy. Und was glaubt ihr, was sie hatten? Weiße Ratten, rief Nips ganz aufgeregt. Nein. Das ist furchtbar kompliziert, sagte Tootles, der die Geschichte auswendig kannte. Still, Tootles, sie hatten drei Nachkommen. Was sind Nachkommen? Na ja, du zum Beispiel, Zwilling. Hast du gehört, John? Ich bin ein Nachkomme. Nachkommen sind einfach nur Kinder, sagte John. Ach du liebe Zeit, säufzte Wendy. Also, diese drei Kinder hatten ein treues Kindermädchen, das hieß Nana. Aber Mrs. Darling war böse auf sie und legte sie im Hof an die Kette. Und da sind alle Kinder weggeflogen. Das ist eine schrecklich gute Geschichte, sagte Nips. Sie flogen weg ins Niemalsland, fuhr Wendy fort. Wo die verlorenen Kinder wohnen. Ich wusste, dass sie das tun würden, unterbrach Curly aufgeregt. Ich wusste nicht genau warum, aber ich wusste einfach, dass sie es tun würden. Oh, Wendy, rief Tootles. Hieß eins der verlorenen Kinder vielleicht Tootles? Ja, so war es. Ich bin in einer Geschichte. Hurra! Ich bin in einer Geschichte, Nips. Pssst. Jetzt möchte ich, dass ihr euch vorstellt, wie sich die traurigen Eltern mit all den fortgeflogenen Kindern fühlten. Oh, stöhnten alle, obwohl sie sich kein Stückchen vorstellten, wie sich die traurigen Eltern fühlten. Denkt an ihre leeren Betten. Oh, das ist furchtbar traurig, sagte der erste Zwilling fröhlich. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das noch gut ausgehen soll, sagte der zweite Zwilling. Du etwa, Nips? Ich habe ganz schrecklich Angst. Wenn ihr wüsstet, wie groß die Liebe einer Mutter ist, erklärte Wendy triumphierend, dann hättet ihr keine Angst. Sie war jetzt an der Stelle, die Peter so hasste. Ich mag die Liebe einer Mutter, sagte Tootles und schlug Nips mit einem Kissen. Magst du die Liebe einer Mutter, Nips? Gerade soeben, sagte Nips und schlug zurück. Seht ihr, sagte Wendy unbescheiden. Unsere Heldin wusste, dass die Mutter das Fenster immer offen lassen würde, damit ihre Kinder zurückkehren konnten. Also blieben sie viele Jahre fort und es ging ihnen gut. Sind sie je zurückgekehrt? Wir wollen jetzt, sagte Wendy und nahm alle Kräfte zusammen, um ihr Bestes zu geben, einen kurzen Blick in die Zukunft werfen. Und sie drehten sich alle in die Richtung, die kurze Blicke in die Zukunft leichter machte. Jahre sind vergangen und wer ist diese elegante Dame unbestimmten Alters, die am Londoner Bahnhof aus dem Zug steigt? Oh, Wendy, wer ist sie? rief Nips und war so aufgeregt, als hätte er nie davon gehört. Ist das vielleicht... Ja, nein, es ist die schöne Wendy. Oh! Und wer sind die beiden edlen, wirtevollen Gestalten an ihrer Seite, die nun ins Mannesalter eingetreten sind? Könnten das John und Michael sein? Sie sind es! Oh! Seht, liebe Brüder, sagte Wendy und zeigte nach oben. Da steht das Fenster immer noch offen. Ach, jetzt werden wir belohnt für unseren erhabenen Glauben an die Liebe einer Mutter. Und so flogen sie hinauf zu Mama und Papa und mir fehlen die Worte für das Glück dieser Szene, vor die nun der Vorhang fällt. Das war die Geschichte und sie gefiel ihnen allen so gut wie der schönen Erzählerin selbst und alles genau, wie es sein soll, nicht wahr? Wir machen uns aus dem Staub wie die herzlosesten Geschöpfe der Welt, was Kinder ja sind, bezaubernd, aber herzlos. Wir denken die ganze Zeit nur an uns selbst und dann, wenn wir besondere Zuwendung brauchen, kehren wir großmütig zurück und glauben fest, dass wir umarmt und nicht geohrfeigt werden. So grenzenlos war ihr Vertrauen in die Liebe einer Mutter, dass sie meinten, sie könnten es sich leisten, noch ein bisschen länger so gefühllos zu sein. Aber einer von ihnen wusste es besser und als Wendy fertig war, entfuhr ihm ein dumpfes Stöhnen. Peter, was hast du? rief sie und lief zu ihm, weil sie dachte, er sei krank. Voller Sorge befühlte sie ihn unterhalb der Brust. Wo tut es weh, Peter? Es ist nicht diese Art von Schmerz. antwortete Peter düster. Was ist es dann? Wendy, das stimmt doch nicht, was du über die Mütter sagst. Ganz erschrocken drängten sie sich um ihn, so beängstigend war sein Zustand und in großer Aufrichtigkeit erzählte er ihnen nun, was er bisher verschwiegen hatte. Vor langer Zeit, sagte er, dachte ich wie du, dass meine Mutter immer ein Fenster für mich offen lassen würde. Deshalb blieb ich viele, viele, viele Monate fort und dann flog ich zurück. Doch das Fenster war versperrt, denn meine Mutter hatte mich völlig vergessen und ein neuer kleiner Junge schlief in meinem Bett. Ich bin nicht sicher, ob das wahr ist, aber Peter dachte, es sei wahr und es machte ihn furchtbare Angst. Bist du sicher, dass Mütter so sind? Ja. Also war das die Wahrheit über Mütter, diese Kröten. Und doch ist es immer am besten, wenn man vorsichtig ist und keiner begreift so rasch wie ein Kind, wann man aufhören soll. Wendy, wir wollen nach Hause, riefen John und Michael gleichzeitig. Ja, sagte sie und nahm sie fest in die Arme. Aber nicht heute Nacht, fragten die verlorenen Jungs entsetzt. Tief in ihren sogenannten Herzen wussten sie, dass man auch ohne Mutter ziemlich gut zurechtkommt und dass es nur die Mütter sind, die glauben, dass man es nicht kann. Sofort, erwiderte Wendy entschlossen, denn ihr war der schreckliche Gedanke gekommen, vielleicht ist Mutter längst in Halbtrauer. Diese Furcht ließ sie vergessen, was Peter jetzt wahrscheinlich fühlte und sie sagte ziemlich schroff zu ihm, Peter, triffst du die nötigen Vorkehrungen? Wenn du willst, antwortete er so kühl, als hätte sie ihn nur gebeten, ihr die Nüsse zu reichen. Kein noch so kleines, tut mir leid, dass wir uns verlieren. Wenn ihr die Trennung nichts ausmachte, dann würde er ihr, würde Peter ihr zeigen, dass sie auch ihm egal war. Aber natürlich war es ihm alles andere als egal und er war so voller Zorn gegen die Erwachsenen, die wie immer alles kaputt machten, dass er, sobald er in seinem Baum war, absichtlich ganz schnell atmete. Und zwar ungefähr fünfmal pro Sekunde. Er tat es, weil es im Niemalsland ein Sprichwort gibt, das besagt, dass jedes Mal, wenn du atmest, ein Erwachsener stirbt. Und voller Rachsucht streckte Peter sie so rasch wie möglich nieder. Nachdem er den Rothäuten die nötigen Anweisungen gegeben hatte, kehrte er ins Haus zurück, wo sich in seiner Abwesenheit eine unwürdige Szene abgespielt hatte. Bei dem Gedanken, sie könnten Wendy verlieren, hatte panische Angst sie ergriffen und die verlorenen Jungs waren drohend gegen sie vorgerückt. Es wird schlimmer als vorher, riefen sie. Wir lassen sie nicht gehen. Wir nehmen sie gefangen. Ja, legt sie in Ketten. In dieser äußersten Not wusste sie instinktiv, an wen sie sich zu wenden hatte. Tutels, rief sie. Ich flehe dich an. War das nicht seltsam? Sie bat ausgerechnet Tutels um Hilfe, den dümmsten von allen. Tutels jedoch reagierte großartig. Für diesen einen Moment vergaß er seine Dummheit und sprach mit Würde. Ich bin bloß Tutels, sagte er und keiner scherzt sich um mich, aber der Erste, der sich Wendy gegenüber nicht wie ein englischer Gentleman benimmt, den lasse ich furchtbar dafür bluten. Er zog seinen Säbel und in diesem Augenblick stand seine Sonne im Zenit. Die anderen wichen nervös zurück. Dann kam Peter und sie sahen sofort, dass von ihm keinerlei Unterstützung zu erwarten war. Er würde niemals ein Mädchen gegen ihren Willen im Niemalsland festhalten. Wendy, sagte er und schritt im Zimmer auf und ab. Ich habe die Rothäute gebeten, dich durch den Wald zu führen, weil das Fliegen dich so ermüdet. Danke dir, Peter. Dann fuhr er in schroffem, scharfen Ton wie einer fort, der es gewohnt ist, dass man ihm gehorchte. Bring Tinkerbell dich übers Meer. Geh und weg sie, Nips. Nips musste zweimal klopfen, bevor er eine Antwort bekam, obwohl Tink in Wirklichkeit schon eine ganze Weile aufrecht im Bett saß und gelauscht hatte. Wer bist du? Was fällt dir ein? Geh weg! gräte sie. Du sollst aufstehen, Tink, rief Nips, und mit Wendy auf Reisen gehen. Natürlich war Tink entzückt, dass Wendy sie verlassen würde, aber sie war fix entschlossen, nicht ihr Reiseführer zu sein und sie sagte das laut und deutlich in noch viel ungehobelteren Worten. Dann tat sie so, als würde sie wieder schlafen. Sie sagt, sie macht es nicht, schrie Nips, entsetzt über so viel Aufsässigkeit, worauf Peter mit finsterer Miene auf das Zimmer der jungen Dame mit Zuschritt. Tink, donnerte er, wenn du nicht sofort aufstehst und dich anziehst, ziehe ich den Vorhang zur Seite und dann sehen dich alle im Negligé. Daraufhin sprang sie mit einem Satz auf den Boden. Wer hat gesagt, dass ich nicht aufstehe? rief sie. Währenddessen starrten die Jungs ganz verzweifelt auf Wendy, die jetzt mit John und Michael neben sich bereit zur Abreise war. Inzwischen waren sie nicht nur traurig, weil sie Wendy verlieren würden, sondern auch, weil sie das Gefühl hatten, dass etwas Schönes sie erwartete, zu dem sie selbst nicht eingeladen waren. Wie immer lockte sie auch jetzt das Neue. Wendy unterstellte ihnen edlere Gefühle und wurde weich. Meine Lieben, sagte sie, ich bin fast sicher, dass ich Vater und Mutter überreden kann, euch zu adoptieren, wenn ihr alle mitkommt. Diese Einladung galt vor allem Peter, aber natürlich dachte jeder nur an sich und augenblicklich sprangen sie alle vor Freude in die Luft. Aber sind wir nicht ein bisschen viele für sie? fragte Nips mitten im Sprung. Nein, gar nicht, sagte Wendy und dachte sich schnell etwas aus. Das heißt doch nur, dass ein paar Betten im Salon stehen müssen. Jeden ersten Donnerstag im Monat kann man sie hinter dem Wandschirm verstecken. Peter, dürfen wir mit? Begnieten sie ihn alle. Sie hielten es für selbstverständlich, dass er mitkommen würde, aber in Wirklichkeit kümmerte es sie herzlich wenig. Deshalb sind Kinder immer bereit, ihre besten Freunde zu verlassen, wenn das Neue lockt. Also gut, erwiderte Peter mit bitterem Lächeln und sie rannten sofort los, um ihre Sachen zu holen. Und jetzt, Peter? sagte Wendy, weil sie dachte, sie hätte nun alles geklärt. Gebe ich dir eine Medizin, bevor du gehst. Sie liebte es, ihnen ihre Medizin zu geben und bestimmt gab sie ihnen immer zu viel. Es war natürlich nur Wasser, aber aus einer Kalibasse und jedes Mal schüttelte sie die Kalibasse und zählte die Tropfen, was dem Ganzen etwas sehr Medizinisches verlieh. Dieses Mal aber gab sie Peter seinen Tropfen nicht, denn als sie gerade so weit war, bemerkte sie in seinem Gesicht einen Ausdruck, der ihr das Herz sinken ließ. Hohl deine Sachen, Peter, rief sie und zitterte. Nein, antwortete er mit vorgetäuschter Gleichgültigkeit. Ich komme nicht mit, Wendy. Doch, Peter. Nein. Um zu zeigen, dass ihre Abreise ihn ungerührt ließ, hüpfte er im Zimmer auf und ab und spielte fröhlich auf seiner herzlosen Flöte. Sie musste die ganze Zeit hinter ihm herlaufen, auch wenn das sehr erniedrähend war. Um deine Mutter zu finden, schmeichelte sie. Doch wenn Peter jemals wirklich eine Mutter gehabt hat, dann vermisste er sie nicht mehr. Er kam auch ohne sie sehr gut zurecht. Er hatte über alles nachgedacht und erinnerte sich nur an ihre schlechten Seiten. Nein, nein, entgegnete er streng. Dann sagt sie vielleicht nur, dass ich alt bin. Ich will aber immer ein kleiner Junge bleiben und vergnügt sein. Peter, nein. Schließlich musste man es den anderen sagen. Peter kommt nicht mit. Peter nicht mit. Sie starrten ihn entgeistert an, mit ihren Stöcken über der Schulter und an jedem Stock ein Bündel. Ihr erster Gedanke war, wenn Peter nicht geht, dann lässt er uns wahrscheinlich auch nicht gehen. Aber dafür war er viel zu stolz. Wenn ihr eure Mütter findet, sagte er düster, werden sie euch hoffentlich gefallen. Der grausame Zynismus dieser Worte hinterließ einen unangenehmen Eindruck und die meisten von ihnen schauten plötzlich ziemlich unsicher. Waren sie am Ende nicht Idioten, dass sie gehen wollten? Sagten ihre Gesichter. Also, rief Peter, kein Theater, kein Geflände. Lebe wohl, Wendy. Und er streckte fröhlich seine Hand aus, als müssten sie jetzt wirklich endlich gehen, weil er noch wichtige Sachen zu erledigen hatte. Sie musste seine Hand nehmen, denn nichts deutete darauf hin, dass ein Fingerhut ihm lieber wäre. Und du vergisst auch nicht, deine Unterhose zu wechseln, Peter? Sagte sie und ging nicht weg. Sie nahm es mit der Unterwäsche immer sehr genau. Ja. Und du nimmst auch deine Medizin? Ja. Das schien dann alles zu sein und es folgte eine peinliche Pause. Doch Peter war keiner von denen, die sich vor anderen eine Blöße gaben. Bist du fertig, Tinkerbell? rief er. Ei, ei. Dann zeig ihnen den Weg. Tink schoss durch den nächsten Baum nach oben. Aber niemand folgte ihr. Denn genau in diesem Moment führten die Piraten ihren fürchterlichen Angriff auf die Rothäute. Oben, wo alles so still gewesen war, wurde die Luft von gellenden Schreien und klirrendem Stahl zerrissen. Unten herrschte eine toten Stille. Kinnladen fielen herunter und die Münder blieben offen stehen. Wendy fiel auf die Knie, doch ihre Arme streckte sie Peter entgegen. Alle streckten Peter ihre Arme entgegen, als hätte ein Windstoß sie plötzlich in seine Richtung geblasen. Sie flehten ihn wortlos an, sie nicht im Stich zu lassen. Und was Peter betrifft, der zog sein Schwert. Dasselbe, von dem er glaubte, er habe Barbecue damit erschlagen. Und in seinen Augen blitzte Kampfeslust. Kapitel 12 Die Kinder werden entführt. Der Angriff der Piraten war völlig überraschend gekommen. Ein sicherer Beweis, dass der skrupellose Hook ihn unlauter geführt hatte. Denn Rothäute wirklich zu überraschen, davon versteht der weiße Mann rein gar nichts. Nach allen ungeschriebenen Gesetzen wilder Kriegskunst ist es immer die Rothaut, die angreift und der Hinterlist ihrer Rasse gemäß tut sie es kurz vor Morgengrauen, weil sie weiß, dass dann der Mut der Weißen seinen tiefsten Punkt erreicht hat. Die weißen Männer haben auf dem Kamm der hügeligen Landschaft inzwischen grobe Palisaden errichtet, dort, wo unten ein Fluss fließt. Denn zu weit vom Wasser entfernt zu sein, bedeutet das Ende. Dort erwarten sie den Angriff und die Grünlinge halten ihre Revolver fest umklammert und sie treten auf Zweige, während die alten Haudigen ruhig bis kurz vor Tagesanbruch schlafen. Die lange schwarze Nacht hindurch schleichen die wilden Späher schlangengleich durchs Gras, ohne dass ein Halm sich rührt. Das Dickicht schließt sich hinter ihnen so leise wie der Sand, in den ein Maulwurf sich gegraben hat. Es ist mocksmäuschenstill, außer wenn die wunderbare Nachahmung des einsamen Schreis der Kojoten ertönt. Andere Krieger antworten auf diesen Schrei und bei manchen klingt es sogar besser als bei den Kojoten, die es gar nicht besonders gut können. So schleppen sich die frostigen Stunden dahin und die lange Anspannung ist fürchterlich anstrengend für das Bleichgesicht, da sie zum ersten Mal durchlebt. Nur für den Erfahrenen sind diese grässlichen Schreie und die noch grässlichere Stille nichts weiter als Anzeichen für das Voranschreiten der Nacht. Dass dies das übliche Vorgehen war, wusste Hook so genau, dass seine Missachtung dessen keinesfalls mit dem Vorwand der Ignoranz entschuldigt werden konnte. Die Pickeninnis ihrerseits vertrauten bedingungslos auf seine Ehre und alles, was sie in dieser Nacht taten, steht im krassen Gegensatz zu seinem Verhalten. Sie unternahmen alles, was mit dem guten Ruf ihres Stammes vereinbar war. Und mit jener Wachsamkeit der Sinne, die die zivilisierten Völker zugleich bewundern und fürchten, wussten sie in dem Augenblick von der Ankunft der Piraten auf der Insel, als einer von ihnen zum ersten Mal auf einen trockenen Zweig trat. Nur wenige Augenblicke später begann das Geheul der Koyoten. Jeder Zentimeter Boden zwischen der Stelle, wo Hook mit seinen Männern gelandet war und dem Haus unter den Bäumen wurde von den Kriegern, die ihre Mokassens mit den Hacken nach vorne trugen, heimlich untersucht. Da sie nur einen einzigen kleinen Hügel mit einem Bach fanden, hatte Hook keine Wahl. Er musste sich hier verschanzen und bis kurz vor Morgengrauen ausharren. Somit war alles mit geradezu teuflischer List vorausgeplant und die Mehrzahl der Rothäute wickelte sich in ihre Decken und hockte sich mit jener unfassbaren Ruhe, die ihnen als Krone der Männlichkeit gilt über das Haus der Kinder und erwartete jenen frostigen Moment, wenn sie den fahlen Tod verteilen würden. An diesem Ort, von dem auserlesenen Torturen träumend, die sie ihm bei Tagesanbruch zufügen würden, aber dennoch hellwach, spürte der verräterische Hook die arglosen Rothäute auf. Den Berichten zur Folge, die anschließend von jenen Spähern geliefert wurden, die dem Gemetzel entkommen waren, scheint er an dem Hügel nicht einmal Halt gemacht zu haben, obwohl als sicher gelten kann, dass er ihn im Dämmerlicht gesehen haben muss. Doch wie es aussieht, hat der Gedanke zu erwarten, bis er angegriffen wird, von Anfang bis Ende sein feinfühliges Hirn nicht gekreuzt. Er hat ja nicht einmal gewartet, bis die Nacht vorüber war. Er polterte voran mit keiner Taktik, außer jener einfach loszuschlagen. Was hätten die verdutzten Späher denn tun sollen? Diese Meister jeder erdenklichen Kriegslist, nur nicht dieser. Außer hilflos hinter ihm herzutrotten, sich auf verhängnisvolle Weise seinen Blicken auszusetzen und derweil armselige Kojotenschreie auszustoßen. Die tapfere Tigerlilli war umringt von einem Dutzend ihrer tapfersten Krieger, die plötzlich gewahr wurden, wie sich die ruchlosen Piraten auf sie stürzten. Da lüftete sich der Schleier, durch den sie auf Sieg geblickt hatten. Nie wieder würden sie am Materpfahl jemanden quälen. Von nun an warteten auf sie die ewigen Jagdgründe, sie wussten es. Doch als Söhne ihrer Väter erfüllten sie ihre Schuld. Selbst jetzt noch hätten sie Zeit gehabt, sich in schwer zu durchbrechender, geschlossener Schlachtreihe aufzustellen, wenn sie sich schnell genug erhoben hätten. Doch eben das versagten ihnen die Gebräuche ihres Volkes. Es steht geschrieben, dass der edle Wilde in Gegenwart der Weißen niemals Überraschung zeigen darf. Deshalb verharrten sie, so furchtbar das plötzliche Auftauchen der Piraten für sie gewesen sein muss, für einen Moment vollkommen reglos und rührten keine Faser ihres Körpers. Als wenn sie den Feind selbst eingeladen hätten. Dann endlich, nachdem sie heldenhaft die Tradition gewahrt hatten, griffen sie zu den Waffen und die Luft wurde vom Kriegsgebrüll zerrissen. Doch jetzt war es zu spät. Es ist nicht unsere Aufgabe zu beschreiben, was kein Gefecht, sondern ein Massaker war. Auf diese Weise kamen viele der besten Krieger des Picanini-Stammes zu Tode. Nicht alle starben ungerecht, denn mit nagerer Wolf fiel Alf Mason, der die spanischen Gewässer jetzt nicht mehr in Angst und Schrecken versetzt. Und unter den anderen, die ins Gras beißen mussten, waren George Scurry, Charles Turley und der elsässische Fogarty. Turley fiel durch den Tomahawk des grausamen Panthers, der sich mit Tigerlily und einem kleinen Rest des Stamms schließlich Bahn durch die Piraten brach. Inwieweit Hooks seine Taktik in diesem Kampf zum Vorwurf gemacht werden muss, soll ein Historiker entscheiden. Wenn er bis zur festgesetzten Stunde auf dem Hügel ausgeharrt hätte, wären er und seine Männer vermutlich abgeschlachtet worden. Und wenn man sein Verhalten beurteilen will, ist es nur fair, sich das vor Augen zu halten. Was er vielleicht hätte tun sollen, war, seine Gegner wissen zu lassen, dass er vorhatte, einer neuen Taktik zu folgen. Auf der anderen Seite wäre damit das Moment der Überraschung ruiniert gewesen, was seine Strategie wiederum vollkommen nutzlos gemacht hätte. Die ganze Frage ist folglich mit Schwierigkeiten behaftet. Man kann zumindest eine zögerliche Bewunderung nicht zurückhalten für den Geist, der einen so verwegenen Plan erdacht hat und für die mörderische Genialität, mit der er ausgeführt wurde. Was hat er selbst in diesem triumphalen Augenblick gefühlt? Das hätten seine Hunde gern gewusst, wie sie da schwer atmend und ihre Enttermesser säubernd sich in respektvoller Entfernung von seinem Haken versammelten und mit frettchenhaften Augen zu diesem außergewöhnlichen Mann hinüberschielten. Stolz muss sein Herz erfüllt haben, denn keine Spur davon in seinem Gesicht. Immer ein düsteres und einsames Rätsel stand er in Geist und Körper abseits von seiner Gefolgschaft. Das Nachtwerk war noch nicht getan, denn er war nicht gekommen, um die Rothäute niederzuringen. Sie waren bloß die Bienen, die er ausräuchern musste, um an den Honig zu kommen. Es war Pan, den er wollte. Pan und Wendy und ihre Bande, aber vor allem Peter. Peter war so ein kleiner Junge, dass man geneigt ist, sich über den Hass dieses Mannes zu wundern. Natürlich hatte er dem Krokodil Hooks Arm zum Fraß vorgeworfen. Aber selbst das, gepaart mit der erhöhten Lebensgefahr, zu der es angesichts der Hartnäckigkeit des Krokodils führte, kann eine so unnachgiebige und boshafte Rachsucht eigentlich nicht erklären. Die Wahrheit ist, dass Peter irgendetwas an sich hatte, das den Käpt'n in den Wahnsinn trieb. Es war nicht sein Mut, es war nicht seine reizende Erscheinung, es war nicht Wir müssen nicht lange um den heißen Brei herumreden, denn wir wissen ganz genau, was es war und müssen es am Ende sagen. Es war Peters Großschneuzigkeit. Die war Hook auf die Nerven gegangen. Sie ließ seine eiserne Klaue zucken und fiel nachts wie ein Insekt über ihn her. Solange Peter lebte, hatte der gequälte Mann das Gefühl, er sei ein Löwe in einem Käfig, in den ein Spatz geflattert war. Die Frage war jetzt, wie er seine Hunde dort hinunter bekäme. Er musterte sie mit gierigen Augen und suchte nach den Dünsten. Sie wandten sich unruhig hin und her, denn sie wissen, er würde nicht zögern, sie mit Pfählen durch die Löcher zu rammen. Doch was war unterdessen mit den Jungs? Wir haben gesehen, wie sie beim ersten Gerassel der Waffen wie zu Stein erstarrten. Die Münder offen, die Arme flehend zu Peter hingestreckt. Wir kehren zu ihnen zurück, in dem Moment, wo ihre Münder sich schließen und die Arme herabsinken. Der Tumult über ihn hatte sich fast ebenso plötzlich wieder gelegt, wie er ausgebrochen war, wie eine grimmige Sturmböe über sie hinweg gefegt. Aber sie wussten, dass in dieser Zeit über ihr Schicksal entschieden worden war. Welche Seite hatte gewonnen? Die Piraten, die begierig an den Löchern in den Bäumen lauschten, hörten, wie jeder einzelne Junge diese Frage stellte und sie hörten, ach, auch Peters Antwort. Wenn die Jetzt hatte aber Smee das Tomtom gefunden und saß in diesem Augenblick darauf. Du wirst das Tomtom nie mehr hören, knurrte er, aber unbehörbar natürlich, denn absolute Ruhe war befohlen worden. Zu seinem Erstaunen machte Hook ihm ein Zeichen, das Tomtom zu schlagen und nach und nach wurde Smee die grauenvolle Niedertracht dieses Befehls bewusst. Wahrscheinlich hat dieser einfache Mann schadenfroh zu horchen. Das Tomtom hörten die Schurken Peter rufen, ein Sieg der Indianer. Die dem Untergang geweihten Kinder antworteten mit einem Jubelschrei, der in den schwarzen Herzen über ihnen widerhallte wie Musik und schon im nächsten Augenblick sagten sie Peter noch einmal Lebewohl. Das verwirrte die Piraten, doch alle anderen Gefühle wurden von der schnöden Freude geschluckt, dass der Feind jetzt gleich die Bäume heraufkommen würde. Sie grinsten sich an und rieben sich die Hände. Schnell und lautlos gab Huck seine Befehle, ein Mann an jeden Baum und der Rest in einer Reihe, je zwei Schritte voneinander entfernt. Kapitel 13 Glaubst du an Elfen? Je schneller wir dieses Grauen hinter uns bringen, desto besser. Als erster tauchte Curly Kekko in die Arme, der warf ihn zu Smee, der warf ihn zu Starkey, der warf ihn zu Bill Jukes, der warf ihn zu Nudler und so wurde er von einem zum nächsten geworfen, bis er dem schwarzen Piraten vor die Füße fiel. Alle Jungen wurden auf diese grausame Art aus ihren Bäumen gerissen und immer waren mehrere von ihnen gleichzeitig in der Luft und wurden wie Ballenware von Mann zu Mann geworfen. Ganz anders begegnete man Wendy, die als letzte herauskam. Mit übertriebener Höflichkeit zog Hook vor ihr den Hut, bot ihr den Arm und geleitete sie zu der Stelle, wo die anderen geknebelt wurden. Er tat es mit einer solchen Eleganz, es war so fürchterlich distinguiert, dass sie viel zu sehr im Bann gezogen war, als dass sie hätte schreien können. Sie war eben nur ein kleines Mädchen. Vielleicht bedeutete es Verrat preiszugeben, dass Hook sie für einen Augenblick in Begeisterung versetzte und wir verraten sie auch nur, weil ihr Fehler so sonderbare Folgen hatte. Hätte sie sich hochmütig von ihm abgewandt und wir hätten das so gern über sie geschrieben, wäre sie wie die anderen durch die Luft geschleudert worden und dann wäre Hook beim Fesseln der Kinder wahrscheinlich nicht dabei gewesen. Und wäre er beim Fesseln nicht dabei gewesen, hätte er Slightlys Geheimnis nicht entdeckt. Und ohne das Geheimnis hätte er diesen abscheulichen Mordanschlag auf Peter nicht sofort verübt. Sie waren gefesselt, damit sie nicht fliegen konnten, mit den Knien bis an den Ohren zusammengefaltet und um sie man entdeckte, dass er wie eines jener verrückten Pakete war, für die man beim Einwickeln die ganze Schnur verbraucht und dann kein Zipfelchen mehr übrig hat, um den Knoten zuzubinden. Die Piraten waren so wütend, dass sie ihn traten, so wie man das Paket tritt, obwohl man fairerweise eigentlich die Schnur treten sollte. Und das seltsame war, ausgerechnet Hook ihnen lief, weil sich der unglückliche Bursche jedes Mal, wenn sie ihn an einer Stelle fest zusammenbinden wollten, an einer anderen wieder ausbeulte, war Hooks überragender Geist tief unter die Oberfläche Slightlys vorgedrungen und hatte nicht nach Wirkungen, sondern nach den Ursachen geforscht. Und seine Begeisterung verriet, dass er sie gefunden hatte. Slightly blass bis an die Nasenspitze wusste, dass Hooks sein Geheimnis durchschaut hatte, nämlich dieses, dass kein so aufgeblähter Junge je einen Baum benutzen könnte, in dem ein normaler Mensch schon stecken bleiben musste. Armer Slightly und jetzt von allen Kindern das Unglücklichste, denn er hatte panische Angst um Peter und bereute bitterlich, was er getan hatte. Ganz verrückt in seiner Sucht nach Wasser, dass er an heißen Tagen trank, war er in Folge zu seinem jetzigen Umfang angeschwollen und anstatt wieder dünner zu werden, um in einen Baum zu passen, hatte er an seinem Baum, ohne dass die anderen davon wussten, so lange herumgeschnitzt, bis dieser breit genug für ihn war. Dessen ganz sicher glaubte Hook vermuten zu dürfen, dass Peter ihm endlich wehrlos ausgeliefert war. Aber kein Wort des düsteren Plans, der jetzt in dem Schiff gebracht werden sollten und dass er allein sein wollte. Aber wie sollte man sie transportieren? In ihren Seilen zusammengekrümmt, hätte man sie eigentlich wie Fässer den Berg hinunterrollen können. Aber die längste Zeit führte der Weg durch Morast. Und noch einmal überwand Hooks Genius die Schwierigkeiten. Er machte ihnen ein Zeichen, dass das kleine Haus als Transportmittel benutzt werden musste. Also warf auf und dann sangen sie den schaurigen Piratenchor und die sonderbare Prozession machte sich durch den Wald auf den Weg. Ich weiß nicht, ob irgendeines der Kinder geweint hat. Wenn ja, dann hat das Singen das Geräusch erstickt. Doch als das kleine Haus im Wald verschwand, stieg eine tapfere, wenn auch winzige kleine Rauchfahne aus seinem Schornstein, als wollte sie Huck Mitleid noch verdunsten, das in der grimmigen Brust des Piraten zurückgeblieben sein mochte. Als er in der rasch hereinbrechenden Nacht endlich allein war, schlich er als erstes auf Zehenspitzen zu Slydlys Baum und vergewisserte sich, dass dieser ihm tatsächlich Zugang verschaffte. Dann blieb er lange grübelnd dort sitzen, den unheil verkündenden Hut vor sich im Gras, sodass eine sanfte finster seine Gedanken auch waren, seine blauen Augen strahlten so weich wie großes Immergrün. Gespannt horchte er auf jedes Geräusch aus der Unterwelt, aber es war dort unten so still wie oben bei ihm. Das Haus unter der Erde schien nur eine weitere verlassene Behausung in der Leere zu sein. Schlief der Junge oder stand er mit dem Dolch in der Hand wartend am Fuß von Slydlys Baum. Es gab keinen anderen Weg, das herauszufinden, als hinunter zu gehen. Hook ließ seinen Mantel langsam zu Boden gleiten. Dann biss er sich auf die Lippen, bis niederes Blut auf ihnen stand und stieg in den Baum. Er war ein tapferer Mann, doch für einen Moment musste selbst er innehalten und sich die Stirn wischen, die wie eine Kerze tropfte. Dann ließ er sich leise ins Unbekannte hinab. Er kam unbehelligt am Fuß des Schachtes an, stand wieder still und schnappte nach Luft, die ihm fast ausgegangen war. Als sich seine Augen an das trübe Licht gewöhnten, nahmen verschiedene Gegenstände im Haus unter dem Baum Gestalt an. Doch das Einzige, an dem sein gieriger Blick hängen blieb, lange gesucht und endlich gefunden, war das große Bett. Auf dem noch eine kleine Weile, nachdem die Kinder gegangen waren, fröhlich auf seiner Flöte gespielt. Zweifellos ein ziemlich hoffnungsloser Versuch, sich selbst zu beweisen, dass ihm das alles nichts ausmachte. Dann entschied er sich, seine Medizin nicht zu nehmen, um Wendy Kummer zu machen. Dann legte er sich neben die Decke aufs Bett, um sie noch mehr zu ärgern, denn sie hatte sie immer gut darin eingewickelt, weil man ja nie weiß, ob eine mitten in der Nacht nicht fröstelig wird. Dann musste er fast weinen, aber dann fiel ihm ein, wie ungehalten sie wäre, wenn er stattdessen lachen würde, also lachte er ein stolzes Lachen und schlief mittendrin ein. Manchmal aber nicht oft hatte er Träume und sie waren schmerzvoller als die Träume der anderen mit dem Rätsel seiner Herkunft zu tun. Wenn er so träumte, hatte Wendy sich angewöhnt, ihn aus dem Bett zu holen und zu sich auf den Schoß zu nehmen, wo sie ihn auf liebevolle Weise, wie es ihr gerade einfiel, beruhigte. Und wenn er wieder ruhiger wurde, legte sie ihn zurück ins Bett, bevor er ganz erwachte, damit er von der Demütigung, die sie ihm zugefügt hatte, nichts merkte. In diesem Fall aber war er sofort in einen traumlosen Schlaf befallen. Ein Arm hing über der Bettkante, ein Bein war angewinkelt und der unheilvollenste Teil seines Lachens war auf seinen geöffneten Lippen gestrandet, auf denen man die kleinen Perlen sah. So wehrlos fand ihn Huck. Er stand schweigend am Fuß des Baumes und betrachtete quer durch den Raum seinen Feind. Durchströmte denn gar kein Gefühl des Mitleids seine düstere Brust? Der Mann war nicht durch und durch böse. Er liebte Blumen und sanfte Musik. Er selbst war kein schlechter Cembalo-Spieler. Und um es ganz offen zuzugeben, der idyllische Charakter dieser Szene berührte ihn zutiefst. Von seinem besseren Selbst überwältigt wäre er widerwillig den Baum wieder hinaufgekrochen, doch eine Sache war da noch. Was ihn zurückhielt, war Peters schamlose Haltung, während er schlief. Der offene Mund, der herunterhängende Arm, das angewinkelte Knie, sie alle bildeten eine solche Verkörperung von Respektlosigkeit, wie sie zusammengenommen hoffentlich nie wieder Augen erblickten, die so empfindlich gegen ihre Anstößigkeit sind. Sie ließen Hooks Herz erstarren und wenn seine Wut ihn in hundert Stücke gerissen hätte, jedes einzelne hätte dem Vorfall keinerlei Beachtung geschenkt und wäre über den Schläfer hergefallen. Obwohl das Licht der einen Lampe das Bett in sanftes Licht tauchte, stand Hook im Dunkeln und schon beim ersten heimlichen Schritt nach vorn stieß er auf ein Hindernis, die Tür von Slytlys Baum. Sie füllte den Rahmen nicht ganz aus und er hatte bisher oben drüber gesehen. Als er nach der Klinke langte, stellte er zornig fest, dass sie viel zu tief saß und er sie nicht zu fassen bekam. Da kam es seinem gestirrten Hirn so vor, als würde der empörende Ausdruck in Peters Gesicht und Körper sichtbar zunehmen und er rüttelte an der Tür und warf sich dagegen. Würde sein Feind ihm nun doch entwischen? Doch was war das? Aus den Augenwinkeln hatte er Peters Medizin entdeckt, die leicht erreichbar auf einem Sims stand. Er erkannte sofort, was er vor sich hatte und wusste auf der Stelle, dass der Schläfer an seiner Gewalt war. Für den Fall, dass man ihn lebendig gefangen nehmen sollte, trug er stets ein fürchterliches Mittel bei sich, das er selbst aus allen Todesringen zusammengerührt darunter gekocht, von der die Wissenschaft noch nie gehört hat und die wahrscheinlich das tödlichste Gift ist, das es je gab. Fünf Tropfen davon tat er nun in Peters Tasse. Seine Hand zitterte, aber mehr vor Begeisterung als vor Scham. Während er es tat, sah er den Schlafenden nicht an, aber nicht, weil ihm aus Mitgefühl der Mut sinken könnte, sondern nur, um nichts zu verschütten. Dann warf einen langen, schadenfrohen Blick auf sein Opfer, drehte sich um und schlängelte sich mühsam den Baum wieder hinauf. Als er oben herauskam, sah er aus wie der Geist des Bösen höchstpersönlich, der aus seinem Loch hervorbricht. Dann schob er sich den Hut im verwegensten Winkel auf den Kopf, warf sich den Mantel über die Schultern und hielt sich einen Ärmel vors Gesicht, wie um sich vor der Nacht zu verstecken, während er selbst doch deren davon. Peter schlief weiter. Die Kerze tropfte und ging aus und ließ die Behausung im Dunkeln zurück. Aber er schlief immer noch weiter. Es musste nach der Krokodilsuhr schon mindestens zehn Uhr gewesen sein, als er plötzlich senkrecht im Bett saß, ohne zu wissen, was ihn geweckt hatte. Es war ein leises, vorsichtiges Klopfen an der Tür seines Baumes. Leise und vorsichtig, doch in dieser Stille klang es bedrohlich. Peter tastete nach seinem Dolch, bis seine Hand ihn gepackt hatte. Dann sprach er, wer ist da? Es kam lange keine Antwort, dann wieder das Klopfen. Wer bist du? Keine Antwort. Ihn packte den Nervenkitzel und er liebte es, so gepackt zu werden. Mit zwei Schritten war er an der Tür. Anders als Lightlies Tür füllte sie den Rahmen vollständig aus, sodass weder er hinausschauen konnte, noch der Klopfende zu ihm hinein. Ich mache nicht auf, wenn du nichts sagst, rief Peter. Dann endlich sprach der Besucher mit bezaubernder gloppengleicher Stimme. Lass mich rein, Peter! Es war Tink und rasch entriegelte er die Tür. Sie flog aufgeregt herein mit glühendem Gesicht und schlamm verschmiertem Kleid. Was ist passiert? Och, du reizst es nie, rief sie und wollte ihn dreimal raten lassen. Raus damit, schrie er und in einem einzigen ungrammatischen Satz, so lang wie die Bänder die Zauberer aus ihren Mündern ziehen, erzählte sie von der Gefangennahme von Wendy und den Jungs. Peters Herz raste, als er das hörte. Wendy gefesselt und auf dem Piratenschiff sie, die immer alles am rechten Platz haben wollte. Ich werde sie retten, rief er und sprang zu den Waffen. Und während er sprang, überlegte er, was er tun könnte, um ihr zu gefallen. Er könnte seine Medizin nehmen. Seine Hand umschloss den tödlichen Trank. Nein, kreischte Tinkerbell, die Hook von seiner Schandtat hatte Murmeln hören, während er durch den Wald eilte. Warum nicht? Sie ist vergiftet. Vergiftet? Wer sollte sie vergiftet haben? Hook! Sei nicht albern, wie hätte Hook hier herunter kommen sollen? Oh weh, das konnte Tinkerbell nicht erklären, denn nicht einmal sie kannte das dunkle Geheimnis von Slytlys Baum. Dennoch erlaubten Hooks Worte keinen Zweifel. Die Tasse war vergiftet. Außerdem sagte Peter und war sich seiner Sache vollkommen sicher, bin ich überhaupt mit einer ihrer blitzartigen Bewegungen flog sie zwischen seine Lippen und den Trank und leerte ihn bis auf den letzten Tropfen. Hey Tink, wie kannst du es wagen meine Medizin zu trinken? Aber sie antwortete nicht. Sie taumelte bereits durch die Luft. Was ist los mit dir? rief Peter und hatte plötzlich Angst. Sie war vergiftet Peter, sagte sie leise und jetzt werde ich sterben. Warum Tink? Ihre Flügel trugen sie jetzt kaum noch, aber sie antwortete, indem sie sich auf seine Schultern setzte und ihm zärtlich ins Kinn biss. Du bescheuerter Esel, flüsterte sie ihm ins Ohr, dann wankte sie in ihre Kammer und legte sich aufs Bett. Sein Kopf füllte die vierte Wand ihres kleinen Zimmers fast vollständig aus, als er voller Sorge neben ihr kniete. Mit jedem Augenblick wurde ihr Licht schwächer und er wusste, wenn es ausging, wäre sie tot. Sie mochte seine Tränen so sehr, dass sie ihr wunderschönes Fingerchen ausstreckte und sie an ihm entlanglaufen ließ. Ihre Stimme war so kraftlos, dass er zuerst nicht verstand, was sie sagte, dann verstand er es. Sie sagte, dass sie dächte, sie könnte wieder gesund werden, wenn Kinder an Elfen glaubten. Peter warf die Arme in die Luft. Es waren keine Kinder da und es war mitten in der Nacht. Aber er richtete das Wort an alle, die vielleicht vom niemals Land träumten und die ihm deshalb näher waren, als ihr glaubt. Jungen und Mädchen in ihren Nachthemden und nackte Indianerkinder in ihren Körben, die in Bäumen hängen. Glaubt ihr an Elfen? rief er. Tink setzte sich fast beschwingt in ihrem Bett auf, um ihrem Schicksal zu lauschen. Ihr schien, sie würde Zustimmung vernehmen, aber dann war sie sich nicht mehr sicher. Was denkst du? fragte sie Peter. Wenn ihr an Elfen glaubt, rief er ihnen zu, dann klatscht in die Hände, lasst Tink nicht sterben. Viele klatschten, manche nicht. Ein paar kleine Biester zischelten. Das Klatschen hörte plötzlich auf, als wären unzählige Mütter in ihren Kinderzimmer gerannt, um zu sehen, was in aller Welt dort los war. Tink aber war bereits gerettet. Zuerst wurde ihre Stimme wieder kräftig, dann sprang sie aus dem Bett, dann fegte sie fröhlicher und verwegener durchs Zimmer als Tritt durch einen wolken verhangenen Himmel, als Peter aus seinem Baum stieg, mit Waffen umgürtet und sonst nicht viel an, um auszuziehen auf seine gefährliche Abenteuerfahrt. Es war keine Nacht, die er sich ausgesucht hätte. Er hatte gehofft, er könne fliegen, nicht allzu weit vom Boden entfernt, damit nichts ungewöhnliches seiner Aufmerksamkeit entging. Aber in diesem unruhigen Licht tief zu fliegen hätte bedeutet, seinen Schatten durch die Bäume flackern zu lassen, was wiederum die Vögel aufgescheucht und einem wachsamen Feind verraten hätte, dass er im Anmarsch war. Jetzt bereute er den Vögeln auf der Insel so seltsame Namen gegeben zu haben, dass sie ganz wild und unnahbar geblieben waren. Es gab keine andere Wahl, als nach Art der Rothäute voranzupirschen, worin er zum Glück ein Meister war. Aber in welche Richtung? Er konnte ja nicht sicher sein, dass die Kinder zum Schiff gebracht worden waren. Ein leichter Schneefall hatte alle Spuren verdeckt und tödliches Schweigen erfüllte die Insel, als stünde die Natur eine Zeit lang still vor lauter Entsetzen über das kürzliche Gemetzel. Er hatte den Kindern so manches über den Wald beigebracht, was er selbst von Tiger Lily und Tinkerbell gelernt hatte und er wusste, dass sie es in dieser Stunde der Not wahrscheinlich nicht vergessen würden. Slightly zum Beispiel würde die Bäume markieren, wenn er die Möglichkeit dazu hätte. Curly würde Samenkörner streuen und Wendy würde ihr Taschentuch an irgendeinem besonderen Ort zurücklassen. Aber um solche Zeichen zu finden, hätte er den Morgen gebraucht und er konnte nicht warten. Die Oberwelt hatte nach ihm gerufen, aber verweigerte jede Hilfe. Das Krokodil schlich an ihm vorüber, aber sonst kein Lebewesen, kein Laut und keine Bewegung. Dennoch wusste er genau, dass schon am nächsten Baum der rasche Tod über ihn herfallen oder sich von hinten anschleichen könnte. Er schwor diesen furchtbaren Eid. Diesmal Huck oder ich. Jetzt kroch er voran wie eine Schlange, dann wieder schoss er aufrecht über eine Lichtung, auf der das Mondlicht spielte. Einen Finger an den Lippen und den Dolch gezückt. Er war unfassbar glücklich. Kapitel 14 Das Piratenschiff Ein einzelnes grünes Licht blinzelte über die Käpfenkippbucht in der Nähe der Mündung des Piratenflusses und zeigte an, wo tief im Wasser die Brick lag, die Jolly Roger. Ein schnittig gebautes Schiff, aber hässlich bis in den Rumpf, jeder wahl in Abscheuerregend, wie ein mit zerfetzten Federn übersäter Boden. Sie war die Kannibalin der Meere und hatte das wachsame Auge kaum nötig, denn der Schrecken ihres Namens allein machte sie unangreifbar. Sie lag gehüllt in den Mantel der Nacht, durch den kein Laut ans Uferdrang. Es gab an Bord auch kaum Geräusche, vor allem keine angenehmen, außer dem Surren der Schiffsnähmaschine, an der Smee saß, immer fleißig und zuvorkommend, ein Muster an Gewöhnlichkeit, herzergreifender Smee. Ich weiß nicht, warum er so unendlich anrührend war, es sei denn, weil er auf so rührende Weise gar nicht wusste, dass er es war. Doch selbst starke Männer mussten den Blick rasch wieder abwenden und mehr als einmal hatte Smee an lauen Sommerabend den Hux Tränenquell berührt und ihn zum Fließen gebracht. Doch davon hatte Smee wie von fast allem anderen auch nicht die geringste Ahnung. Ein paar Piraten lehnten über dem Schanzkleid und tranken im Gifthauch der Nacht. Andere hingen bei den Fässern über Würfeln und Karten und die erschöpften vier, die das kleine Haus getragen hatten, lagen flach hingestreckt auf Deck, wo sie sogar am Schlaf geschickt zu dieser oder jener Seite rollten, nur um Huck nicht zu nahe zu kommen, falls er im Vorübergehen doch mechanisch nach ihnen greifen sollte. Huck schritt tief in Gedanken das Deck auf und ab. Was für ein undurchdringlicher Mann. Es war die Stunde seines Triumphes. Peter würde seinen Pfad nie wieder kreuzen und all die anderen Jungs waren auf der Brick und kurz davor über die Planke zu springen. Es war seine grausamste Tat, seit er sich Barbecue gefügig gemacht hatte und weil wir selbstverständlich wissen, was für ein eitles Wesen der Mensch ist, sollten wir überrascht sein, wenn er auf Deck jetzt unruhig hin und her ginge mit vom Aufwind seines Erfolgs geschwellter Brust? Doch es lag kein Freudent in seinem Gang, der Er war oft so, wenn er im Schweigen der Nacht an Bord seines Schiffes mit sich selbst zu Rate ging. Der Grund? Er war so furchtbar allein. Dieser unergründliche Mann fühlte sich nie einsamer, als wenn er von seinen Hunden umgeben war. Sie standen gesellschaftlich so viel tiefer als er. Hook war nicht sein richtiger Name. Zu enthüllen, wer er in Wirklichkeit war, wird dieses Land bis auf den heutigen Tag in helle Aufregung versetzen. Wie aber diejenigen, die zwischen den Zeilen lesen, sicher längst bemerkt haben, war er Schüler einer berühmten Privatschule gewesen, und deren Traditionen hingen an ihm wie Garderobe, womit sie in der Tat die meiste Zeit zu tun haben. Deshalb empfand er es noch heute als anstößig, ein Schiff in derselben Kleidung zu betreten, in der er es geändert hatte. Und er bewahrte bis heute die vornehme Lässigkeit jener Schule in seinem Gang. Vor allem aber brannte in ihm noch immer die Leidenschaft für gute Manieren. Gute Manieren, wie heruntergekommen er sonst auch sein mochte, er wusste, das war alles, worauf es wirklich ankam. Tief aus seinem Innern hörte er ein Knarren, wie von rostigen Portalen, und durch sie hindurch ertönte ein strenges Poch, 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 wie hämmern in der Nacht, wenn man nicht einschlafen kann. Hast du heute gute Manieren gezeigt, lautete die ewige Frage. Ruhm, Ruhm, dieser glänzende Tante, er gehört mir, rief er. Sind das wirklich gute Manieren, sich wegen irgendetwas zu rühmen, antwortete das Poch, Poch aus seiner Schule. Ich bin der Einzige, vor dem sich Barbecue gefürchtet hat, drängte er. Und sogar Flint hat sich vor Barbecue gefürchtet. Barbecue, Flint, welches College, kam die schneidende Antwort. Und der beunruhigendste Gedanke von allen, waren es nicht schlechte Manieren, über gute Manieren nachzudenken? Dieses Problem quälte ihn bis in die Eingeweide. Es war eine Klaue in seinem Innern, die war schärfer als die eiserne, und während sie ihn zerriss, troff ihm der Schweiß über das talgige Gesicht und äderte seinen Wams. Er rieb sich häufig mit dem Ärmel die Stirn, aber das Rinnsal war nicht aufzuhalten. Nein, Hook war nicht zu beneiden. Eine Vorahnung seines frühen Todes eilte ihn. Es war, als hätte Peters furchtbarer Schwur das Schiff betreten. Hook fühlte eine düstere Lust, seine letzten Worte zu sprechen, falls schon im nächsten Augenblick keine Zeit mehr dazu wäre. Es wäre besser für Hook, rief er, wenn er weniger Ehrgeiz gehabt hätte. Nur in seinen dunkelsten Stunden sprach er über sich selbst in der dritten Person. Mich liebt kein einziges kleines Kind. Seltsam, dass er jetzt an etwas dachte, das ihn nie zuvor bedrängt hatte. Vielleicht hat die Nähmaschine ihn daran erinnert. Lange murmelte er vor sich hin und warnte den Blick nicht von Smee, der gelassen weiternähte und fest davon überzeugt war, dass alle Kinder Angst vor ihm hatten. Angst vor ihm hatten. Angst vor Smee. Es gab in der Nacht an Bord der Brick kein Kind, das ihn nicht längst ins Herz geschlossen hätte. Er hatte fürchterliche Dinge zu ihnen gesagt und sie mit der offenen Hand geschlagen, weil er mit der Faust nicht schlagen konnte, aber sie hingen nur umso mehr an ihm. Michael hatte sogar seine Brille aufprobiert. Dem armen Smee zu verraten, dass sie ihn für liebenswert hielten, huck, juckte es, das zu tun, doch es schien ihm zu brutal. Stattdessen löste er in Gedanken folgendes Rätsel. Warum finden sie Smee liebenswert? Er folgte das Problem wie ein Spürhund, der er ja war. Wenn Smee liebenswert war, was hatte ihn dazu gemacht? Eine grauenvolle Antwort schoss ihm plötzlich durch den Kopf. Gute Manieren? Hatte der Bootsmann gute Manieren ohne es zu wissen? Also von allen Manieren auch noch die besten? Er erinnerte sich, dass man beweisen muss, dass man nicht weiß, dass man sie hat, bevor man in den Club gewählt werden kann. Mit einem Wutschrei hob er die eiserne Klaue übers Mies Kopf, aber schlug nicht zu. Folgende Überlegung hielt ihn davon ab. Einen Menschen zu zerreißen, nur weil er gute Manieren hat, würde was bedeuten? Schlechte Manieren. Der unglückliche Hook war so kraftlos, wie sein Gesicht verschwitzt und fiel vornüber wie eine Schnittblume. Seine Hunde dachten, sie hätten ihn damit für eine Weile vom Hals und sofort sank die Disziplin und sie fielen in einen bakantischen Tanz, der ihnen augenblicklich wieder auf die Beine brachte. Alle Anzeichen menschlicher Schwäche verflogen, als hätte man einen Eimer Wasser über ihm ausgeleert. Ruhe Fettsäcke, rief er, oder ich treibe euch den Haken zwischen die Ritten. Der Lanzer stumpfte sofort. Sind alle Kinder gefesselt, damit sie nicht wegfliegen können? Ei, ei, dann hieft sie auf Deck. Die armen Gefangenen wurden aus dem Laderaum gezerrt, alle außer Wendy und in gerader Linie vor ihm aufgereiht. Eine Zeit lang schien er ihre Gegenwart gar nicht wahrzunehmen. Hook rekelte sich entspannt, summte durchaus wohlklingend Bruchstücke eines derben Gassenhauers und fingerte mit einem Kartenspiel. Hin und wieder warf das Licht seiner Zigarre einen Hauch von Farbe in sein Gesicht. Also, ihr kleinen Tyrann, sagte er forscht, sechs von euch springen heute Nacht über die Planke, aber ich kann noch zwei Schiffsjungen gebrauchen. Wer von euch soll das sein? Ihr dürft ihn nicht unnötig reizen, hatte Wendy sie im Laderaum belehrt. Deshalb trat Tootles höflich vor. Tootles hasste die Vorstellung, Verantwortung auf jemanden zu schieben, der nicht da ist. Und obwohl er ein bisschen dumm war, wusste er, dass ausschließlich Mütter immer bereit sind, den Prellbock zu spielen. Alle Kinder wissen das über Mütter und verachten sie dafür, aber machen ständig Gebrauch davon. Also erklärte er ganz gescheit, Seh sie, Sir, ich glaube nicht, dass meine Mutter will, dass ich Pirat werde. Will deine Mutter, dass du Pirat wirst, Slightly? Er zwinkerte Slightly zu und der sagte wehmütig, als wünschte er, es wäre anders. Will deine Mutter, dass du Pirat wirst, Zwilling? Ich glaube nicht, sagte der erste Zwilling genauso gescheit wie die anderen. Nipps will deine Schluss mit dem Gequatsche, donnerte Hook und die Redner wurden zurück in die Reihe gezogen. Duda, sagte er zu John. Siehst aus, als hättest du immer ein bisschen Mumm. Wolltest du nicht immer schon Pirat werden, mein Junge? Tatsächlich hatte John diese Sehnsucht bei den Mathe-Hausaufgaben schon mehrfach was spürt und er war beeindruckt, dass Hook ihn auswählte. Ich habe mal überlegt, ich würde mich Jack Rothand nennen, sagte er schüchtern. Und was das für ein Name ist, so werden wir dich ja auch nennen, Kerl, wenn du mitmachst. Was meinst du Michael? fragte John. Und wenn ich auch mitmache, wie würdest du mich nennen? Wollte Michael wissen. Joe Schwarzwart. Michael war natürlich beeindruckt. Was meinst du John? Er wollte, dass John entscheidet und John wollte, dass Michael entscheidet. Sind wir dann immer noch ergebene Untertanen des Königs? erkundigte sich John. Hook zischte seine Antwort durch die Zähne. Nieder mit dem König! Müsst ihr schwören! Vielleicht hatte John sich bisher nicht allzu gut geschlagen, aber jetzt begann er zu glänzen. Dann weigere ich mich, schrie er und trat dröhnend gegen das Fass, das genau vor Hook stand. Und ich mich auch! rief Michael. Es lebe der König! schrie Curly. Die wütenden Piraten schlugen sich auf den Mund und Hook brüllte, das besiegelt euer Schicksal, holt ihre Mutter auf Deck, macht die Planke fertig. Sie waren nur kleine Jungs und wurden blass, als sie sahen, wie Jukes und Kekko die verhängnisvolle Planke herrichteten. Doch sie versuchten tapfer auszusehen, als Wendy heraufgeholt wurde. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr Wendy diese Piraten verachtete. Für die Jungs lag wenigstens noch ein Zauber über den Beruf des Piraten. Sie aber sah nichts weiter, als dass das Schiff seit Jahren nicht geschrubbt worden war. Es gab kein einziges Bullauge, auf dessen verdreckte Scheibe man nicht mit dem Finger Schwein hätte schreiben können und sie hatte es bereits auf mehrere geschrieben. Doch als die Jungs sich um sie drängten, dachte sie natürlich an nichts anderes als an sie. So, meine Schöne, sagte Huckton süßlich im Ton. Gleich siehst du, wie deine Kinder über die Planke springen. Obwohl er so ein feiner Gentleman war, hatte die Angestrengtheit seiner Selbstgespräche seinen Kragen besudelt und plötzlich wusste er, dass ihr bohrender Blick darauf lag. Mit einer hastigen Geste versuchte er den Makel zu verstecken, aber es war zu spät. Werden wir sterben? fragte Wendy mit einer so fürchterlichen Verachtung im Blick, dass er fast in Ohnmacht fiel. Werden sie, knurrte er. Ruhe für die letzten Worte einer Mutter an ihre Kinder. In diesem Moment war Wendy großartig. Dies sind meine letzten Worte, beste Jungs, sagte sie entschlossen. Ich spüre, dass ich eine Nachricht von euren echten Müttern für euch habe und sie lautet, wir hoffen, dass unsere Söhne die englische Gentleman sterben werden. Sogar die Piraten waren von Ehrfurcht ergriffen und Tutels schrie hysterisch, ich werde tun, was meine Mutter sich erhofft, was wirst du tun, Nips. Was meine Mutter sich erhofft, was wirst du tun, Zwilling. Was meine Mutter sich erhofft, John, was... Doch da hatte Hook seine Stimme schon wieder. Fesseln sie, brüllte er. Es war Smee, der sie an den Mast band. Pass auf, Kleine, flüsterte er, ich rette dich, wenn du versprichst, meine Mutter zu werden. Aber nicht einmal Smee wollte sie ein solches Versprechen geben. Lieber hätte ich dann fast gar keine Kinder, sagte sie verächtlich. Traurig zu wissen, dass keiner der Jungen sie ansah, als Smee sie an den Mast band. Alle Augen waren auf die Planke gerichtet, dieses letzte kleine Wegstück, das sie gleich gehen würden. Sie konnten nicht einmal mehr hoffen, als mannhaft zu gehen, denn die Fähigkeit zu denken hatte sie verlassen. Sie konnten nur noch starren und zittern. Hook lächelte sie mit zusammengebissenen Zähnen an und trat einen Schritt auf Wendy zu. Sein Plan war, ihr Gesicht so zu drehen, dass sie mit ansehen musste, wie die Jungen einer nach dem anderen über die Planke sprangen. Aber er kam nie bei ihr an und hörte nie den qualvollen Schrei, den er ihr zu entreißen gehofft hatte. Er hörte stattdessen etwas anderes. Es war das grauenvolle Tick-Tack des Krokodils. Alle hörten es. Die Piraten, die Jungs, Wendy und im selben Augenblick wirbelten alle Köpfe in eine Richtung. Nicht zum Wasser, woher das Geräusch kam, sondern zu Hook. Alle wussten, was nun passieren würde, ging nur ihnen allein etwas an. Und sie wussten auch, dass sie von Darstellern plötzlich zu Zuschauern geworden waren. Ausgesprochen fürchterlich war es, seiner Verwandlung beizuwohnen. Es war, als hätte man jedem seiner Gelenke einen Schlag verpasst. Er fiel einfach in sich zusammen. Das Geräusch kam stetig näher und ein entsetzlicher Gedanke eilte ihm voraus. Gleich kommt das Krokodil an Bord. Sogar die eiserne Klaue hing schlaff herunter, als wäre ihr klar, dass sie keinesfalls Teil dessen war, worauf es der Angräfer abgesehen hatte. So grauenvoll allein gelassen, wäre jeder andere mit geschlossenen Augen liegen geblieben, wo er zusammengebrochen war. Doch Hooks gewaltiges Gehirn arbeitete noch immer und unter dessen Führung kroch er auf Knien über Deck, so weit von diesem Geräusch fort, wie er konnte. Die Piraten traten respektvoll zur Seite und erst als er am Schanzkleid ankam, sprach er »Versteckt mich!« rief er heiser. Sie drängten sich um ihn, sämtliche Augen abgewendet von dem Ding, das jetzt an Bord kroch. Sie dachten nicht einmal darüber nachzukämpfen. Es war Schicksal. Erst als Hook nicht mehr zu sehen war, befreite die Neugier die Jungs aus ihrer Erstarrung und sie konnten an die Reling laufen, um zu sehen, wie das Krokodil hinaufkroch. Dann erlebten sie die allerseltsamste Überraschung dieser Nacht der Nächte. Denn es war kein Krokodil, das ihnen zu Hilfe kam. Es war Peter! Er machte ihnen Zeichen, ihr Erstaunen nicht herauszuschreien, weil es Verdacht erregen könnte. Dann tickte er weiter. Kapitel 15 Diesmal Hook oder ich Uns allen passieren auf unserem Lebensweg merkwürdige Dinge, ohne dass wir eine Zeit lang überhaupt merken, dass sie passiert sind. So stellen wir zum Beispiel plötzlich fest, dass wir auf einem Ohr taub sind. Wir wissen nicht seit wann, aber sagen wir seit einer halben Stunde. Eine eben solche Erfahrung hatte Peter in dieser Nacht gemacht. Als wir ihn zuletzt gesehen haben, schlich er mit einem Finger an den Lippen und gezücktem Dolch über die Insel. Er hatte das Krokodil vorbeikriechen sehen, ohne dass ihm etwas Besonderes an ihm aufgefallen wäre. Doch nach einer Weide dämmerte ihm, dass es nicht getickt hatte. Zuerst kam ihm das unheimlich vor, doch dann kam er ganz richtig zu dem Schluss, dass die Uhr abgelaufen war. Ohne einen einzigen Gedanken an die Gefühle einer Mitkreatur zu verschwenden, die so plötzlich ihres engsten Gefährten beraubt worden war, überlegte Peter sofort, wie er die Katastrophe zu seinem eigenen Vorteil nutzen konnte. Und er beschloss zu ticken, damit die wilden Tiere glaubten, es sei das Krokodil und ihn unbehelligt vorbeiziehen ließen. Er tickte fantastisch, jedoch mit einem unerwarteten Ergebnis. Auch das Krokodil hörte das Geräusch und folgte ihm. Ob nun mit dem Ziel, zurückzubekommen, was es verloren hatte, oder einfach nur als Freund im Glauben, dass es selbst wieder tickte, werden wir nie genau erfahren. Denn wie alle Sklaven einer fixen Idee, war das Krokodil ein blödes Vieh. Peter erreichte den Strand ohne Zwischenfälle und machte gar nicht erst Halt. Seine Beine begegneten dem Wasser, als wenn sie überhaupt nicht bemerkt hätten, dass sie ein neues Element betreten hatten. Viele Tiere überschreiten so die Grenze zwischen Land und Wasser, aber ich weiß von keinem anderen Menschen. Während er schwamm, beherrschte ihn nur ein Gedanke. Diesmal Huck oder ich. Er hatte so lange getickt, dass er jetzt einfach weiter tickte, ohne zu wissen, dass er es tat. Wenn es ihm bewusst gewesen wäre, hätte er damit aufgehört, denn die Brick mit Hilfe des Tickens zu entern, war ihm, obwohl ein genialer Gedanke, nicht in den Sinn gekommen. Im Gegenteil, er glaubte, er hätte die Bordwand mucksmäuschenstill erklommen und war ganz verdutzt, die Piraten sich vor ihm ducken zu sehen, mit Huck in so erbärmlichem Zustand in ihrer Mitte, als hätte er das Krokodil gehört. Das Krokodil! Kaum erinnerte sich Peter an das Tier, hörte er das Ticken. Erst meinte er, das Geräusch käme wirklich von dem Krokodil und blickte sich rasch um. Dann fiel ihm ein, dass er es selbst war und blitzartig begriff er die Lage. Wie schlau von mir, dachte er sofort und machte den Jungs ein Zeichen, nicht in Jubel auszubrechen. In diesem Augenblick erschien Ed Taint, der Quartiermeister auf dem Vordeck und kam auf sie zu. Jetzt, lieber Leser, miss auf deiner Uhr die Zeit. Peter stieß gezielt und ernsthaft zu. John schlug dem unglücklichen Piraten die Hände vor den Mund, um das Todesstöhnen zu ersticken. Vier Jungs fingen ihn auf, um ein lautes Aufschlagen zu verhindern. Peter gab das Zeichen und das Ars flog über Bord. Man hörte ein Platschen dann Stille. Wie lange hat er das gedauert? Nummer eins. Slightly hatte zu zählen begonnen und nicht einen Augenblick zu früh war Peter jede Faser sprungbereit in der Kajüte verschwunden. Denn inzwischen hatte mehr als ein Pirat den Mut gefunden, sich wenigstens mal umzusehen. Plötzlich konnten sie ihren eigenen bangen Atem wieder hören, was sie begreifen ließ, dass das grauenhafte Geräusch verschwunden war. Es ist weg, Käpt'n, rief Smee und putzte sich die Brille. Alles wieder ruhig. Langsam ließ Hook den Kopf aus seinem Kragen wieder auftauchen und heuchte so angespannt hin, dass er sogar das Echo eines Tickens noch gehört hätte. Es herrschte vollkommene Stille und entschlossen richtete er sich zu voller Größe auf. Dann also hierzu Johnnies Planke, schrie er gewissenlos und hasste die Jungs jetzt mehr denn je, weil sie gesehen hatten, wie er schwach geworden war. Er grüllte das schurkische Liedchen. Heiho, heiho, die heitere Plank, so heiter gehst du sie entlang, bis sie sich biegt und du dann fällst nach dort, wo Davy Jones dich hält. Um den Gefangenen noch mehr Angst einzujagen, wenn auch verbunden mit einem gewissen Verlust von Würde, tanzte er dabei auf einer vorgestellten Planke hin und her und schnitt Grimassen, während er sang. Und als er fertig war, schrie er, Wollt ihr noch einen Gruß von der neunschwänzigen Katze, bevor ihr über die Planke geht? Kurz darauf fielen sie vor ihm auf die Knie. Nein, nein, bettelten sie so jämmerlich, dass alle Piraten grinsten. Hol die Peitsche, Jungs, sagte Hook. Sie ist in der Kajüte. Die Kajüte. Peter war in der Kajüte. Die Kinder starrten sich an. Ei, ei, sagte Jungs vergnügt und stolzierte in die Kajüte. Sie folgten ihm mit den Augen und merkten kaum, dass Hook sein Liedchen wieder aufgenommen hatte und seine Hunde sich ihm anschlossen. Ei, ho, ei, ho, die Kratzekatz. Sie hat mein Schwänz, du weißt es ja, und wenn die in dein Fleisch sich graben. Wie die letzte Zeile lautete, werden wir nie erfahren. Denn plötzlich wurde das Lied von einem fürchterlichen Kreischen aus der Kajüte unterbrochen. Es wimmerte durchs ganze Schiff und verhallte. Dann war ein jubelndes Krähen zu hören, das die Jungs natürlich verstanden, doch für die Piraten fast noch unheimlicher, als das Kreischen war. Was war das? schrie Hook. Nummer zwei, sagte Slytli feierlich. Kekko, der Italiener, zögerte einen Augenblick, dann schwang er sich in die Kajüte. Mit wildem Blick wankte er wieder heraus. Was ist mit Biljuks passiert, und? zischte Hook und baute sich turmhoch über ihm auf. Ihm ist es passiert, dass er tot ist. Erstrochen, antwortete Kekko mit hohler Stimme. Biljuks tot, riefen die aufgeschreckten Piraten. Die Kajüte ist schwarz wie eine Grube, sagte Kekko und war fast nicht zu verstehen. Aber da ist irgendwas Schreckliches drin, das Ding, das ihr Krähen gehört habt. Die Begeisterung der Jungs, die beklommene Blicke der Piraten. Hook sah beides. Kekko, sagte Hook mit stehlerner Stimme. Du gehst zurück und holst mir dieses Federvieh. Kekko, der tapferste Tapferin, machte sich vor seinem Käpt'n klein und schrie, nein, nein! Doch Hook murrte nur etwas zu seinem Haken. Sagtest du nicht, du wolltest gehen, Kekko? fragte er leicht versonnen. Kekko ging. Aber zuerst warf er verzweifelt die Arme in die Luft. Niemand sang mehr, alle horchten. Und wieder ertönte ein Todesschrei und wieder dieses jubelnde Krähen. Keiner sprach, nur Slightly sagte, Nummer drei. Mit einer Handbewegung sammelte Hook seine Hunde. Potzblitz und Henkersbraut, donnerte er. Wer bringt mir dieses Federvieh? Warte, bis Kekko wieder herauskommt, knurrte Starkey und die anderen stimmten ein. Habe ich mich verhört oder hast du dich gerade freiwillig gemeldet, Starkey? sagte Hook und schnurrte wieder. Nein, beim Donner! schrie Starkey. Mein Haken sagte ja, sagte Hook und ging zu ihm hinüber. Ich frage mich, ob es nicht ratsam wäre, Starkey dem Haken seinen Willen zu lassen. Ich will lieber baumeln, bevor ich da reingehe, antwortete Starkey verbissen und wieder war die Crew auf seiner Seite. Ist es Meuterei? fragte Hook freundlicher als je zuvor. Starkey, der Raidersführer? Gnade, Käpt'n! winselte Starkey und zitterte am ganzen Körper. Gib mir deine Hand, Starkey, sagte Hook und streckte ihm die Klaue entgegen. Starkey blickte sich nach Hilfe um, aber keiner hielt zu ihm. Als er zurückwich, ging Hook vor und jetzt stand dieser rote Funke in seinem Auge. Mit einem verzweifelten Schrei sprang der Pirat auf die große Deckkanone und stürzte sich ins Meer. Nummer vier, sagte Slytli. Und nun? fragte Hook höflich. Hat noch irgendein anderer Gentleman etwas von Meuterei gesagt? Er griff nach einer Laterne und hob seine Klaue mit drohender Geste. Dann hole ich mir das Federvier eben selbst, sagte er und rannte in die Kajüte. Nummer fünf. Wie gern Slytli das gesagt hätte. Er befeuchtete sich die Lippen, um bereit zu sein. Da torkelte Hook ohne die Laterne wieder heraus. Irgendetwas hat das Licht ausgeblasen, sagte er etwas unsicher. Irgendwas, heilte es von Mullins wieder. Was ist mit Kekko? wollte Nudler wissen. Mausetot wie Jux, sagte Hook barsch. Sein Zögern, zurück in die Kajüte zu gehen, machte auf sie alle einen sehr unvorteilhaften Eindruck und wieder brachen meuterische Töne hervor. Alle Piraten sind abergläubisch und Kuxen rief. Man sagt, das sicherste Zeichen dafür, dass ein Schiff verflucht ist, sei, wenn einer mehr an Bord ist, als man sich erklären kann. Ich habe gehört, murmelte Mullins, dass er das Piratenschiff immer zuletzt betritt. Hat er einen Schwanz, Käpt'n? Man sagt auch, sagte ein anderer und sah Hook dabei bissig an, wenn er kommt dann in Gestalt des verruchtesten Mannes an Bord. Hat er einen Haken, Käpt'n? fragte Kuxenbrech und einer nach dem anderen stimmte in den Schlachtruf ein. Das Schiff ist verdammt! An dieser Stelle konnten die Kinder einen Jubeln nicht länger unterdrücken. Hook hatte seine Gefangenen fast vergessen. Doch als er sich jetzt zu ihnen umdrehte, kehrte in sein Gesicht ein Strahlen zurück. Kerle, rief er seiner Mannschaft zu, ich habe eine Idee. Öffne die Kajütentür und treib sie hinein. Lassen wir sie doch mit dem Fiedervieh um ihr Leben kämpfen. Wenn sie es töten, dann umso besser für uns. Wenn das Fiedervieh sie tötet, dann sind wir immerhin nicht schlechter dran als vorher. Zum letzten Mal wurde Hook von seinen Hunden bewundert und untertänig taten sie, was er von ihnen verlangte. Die Jungen, die so taten, als würden sie sich wehren, wurden in die Kajüte geschoben und die Tür fiel hinter ihnen ins Schloss. Jetzt horcht, rief Hook und alle horchten. Aber kein einziger wagte es, den Blick zur Tür zu wenden. Doch, eine, Wendy, die die ganze Zeit an den Mast gefesselt war. Sie wartete weder auf einen Schrei noch auf ein Krähen, sondern darauf, dass Peter wieder herauskam. Lange musste sie nicht warten. In der Kajüte hatte er gefunden, wonach er gesucht hatte, den Schlüssel, der die Kinder von ihren Handfesseln befreien würde. Und jetzt schlichen sie hinaus, bewaffnet mit allem, was sie finden konnten. Erst machte Peter ihnen ein Zeichen, sich zu verstecken, damit er Wendys Fesseln zerschneiden konnte. Dann wäre für sie alle nichts leichter gewesen, als einfach gemeinsam davon zu fliegen, außer dass eine Sache ihnen den Weg versperrte, nämlich ein Schwur. Diesmal Hook oder ich. Nachdem er Wendy befreit hatte, flüsterte er ihr deshalb zu, sich mit den anderen zu verstecken. Und er selbst stellte sich an den Mast und zog ihren Mantel über, damit er aussah wie sie. Dann holte er tief Luft und Kräte. Für die Piraten war das der Schrei, der ihnen sagte, dass alle Jungen tot in der Kajüte liegen. Und sie wurden von panischer Angst ergriffen. Hook versuchte ihnen Mut zu machen, doch wie die Hunde, zu denen er sie gemacht hatte, fletschten sie die Zähne und er wusste, wenn er jetzt den Blick von ihnen nähme, würden sie über ihn herfallen. Jungs, rief er, bereit zu schmeicheln oder zuzuschlagen, was immer nötig wäre, aber nicht einen Augenblick verzagend. Ich weiß, was passiert ist. Wir haben einen Unglücksbringer an Bord. Ei, knurrten sie, ein Mann mit Haken. Nein, Jungs, nein, es ist das Mädchen. Mit einer Frau an Bord hat sich auf einem Piratenschiff noch nie das Glück gehalten. Wenn sie weg ist, richten wir das Schiff wieder auf. Manche von ihnen erinnerten sich, dass Flint das immer gesagt hatte. Ein Versuch ist's wert, sagten sie unschlüssig. Werft das Mädchen über Bord, rief Hook, und sie stürzten sich auf die Gestalt im Mantel. Es gibt keinen, der dich jetzt noch retten kann, Fräulein, zischte Mal ins Hönisch. Doch, einen, erwiderte die Gestalt. Wen? Peter Pan, der Rächer, ertönte die grausame Antwort und während er das sagte, riss sich Peter den Mantel von den Schultern. Da wussten alle, wer in der Kajüte Verderben über sie gebracht hatte. Zweimal versuchte Hook zu sprechen, zweimal ging es daneben. Ich glaube, in diesem entsetzlichen Moment brach sein grümmiges Herz. Endlich schrie er, spaltet ihm den Schädel, aber ohne Überzeugung. Kommt raus, Jungs, und Attacke, erscholl Peters Stimme, und im nächsten Augenblick war das Schiff erfüllt vom Waffengeklärr. Wären die Piraten zusammengeblieben, dann hätten sie mit Sicherheit gewonnen. Aber der Angriff traf sie alle völlig zerrüttet, und sie rannten hierhin und dorthin, schlugen wild um sich, und jeder dachte, er sei der letzte Überlebende der ganzen Crew. Im Gefecht von Mann zu Mann waren sie die Stärkeren, aber sie wehrten ja immer nur ab, wer es die Jungs befähigte, zu zweit auf Jagd zu gehen und sich ihre Opfer auszusuchen. Ein paar von den Schurken sprangen ins Meer, andere versteckten sich in dunklen Ritzen, wo sie von Slightly aufgestöbert wurden, der nicht kämpfte, sondern mit einer Laterne herumlief, die er den Piraten ins Gesicht hielt, so dass sie halb geblendet leichte Beute für die dampfenden Schwerter der anderen Jungs waren. Außer dem Klang der Waffen war kaum ein Ton zu hören, nur dann und wann ein Kreischen oder Klatschen und natürlich Slightly, der gleichförmig weiter zählte. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. Ich glaube, es war keiner mehr übrig, als eine Horde wilder Jungs Huck umstellte, dem ein Schutzzauberbeid zu stehen schien, denn er hielt sie in diesem Feuerkreis alle in Schach. Sie hatten seine Hunde erledigt, doch dieser Mann war ihnen offenbar einer gegen alle gewachsen. Wieder und wieder arbeiteten sie sich dicht an ihn heran, wieder und wieder verschaffte er sich Freiraum. Eben erst hatte er einen Jungen auf seinen Haken geladen und nutzte ihn als Schild, als ein anderer, der kurz vorher Mullins mit seinem Schwert durchbohrt hatte, sich ins Kampfgetümmel stürzte. Steckt eure Schwerter weg, Jungs, rief der Neuankömmling. Dieser Mann gehört mir. So standen sich Huck und Peter plötzlich von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Die anderen wichen zurück und bildeten einen Kreis um sie. Lange sahen sich die beiden Feinde an, Huck mit einem leichten Schaudern, Peter mit einem sonderbaren Lächeln im Gesicht. Also, Pan, sagte Huck schließlich, ist das alles dein Werk. Ei, James Huck, halte die finstere Antwort wieder. Das ist alles mein Werk. Stolzer, selbstgefälliger Jüngling, sagte Huck, bereite dich auf deinen Untergang vor. Düsterer, unglückseliger Mann, antwortete Peter, sieh dich vor. Ohne ein weiteres Wort fielen sie übereinander her und eine Zeit lang war keine der beiden Klingen im Vorteil. Peter war ein herausragender Fechter und parierte mit atemberaubender Geschwindigkeit. Hin und wieder stieß er eine Finte mit einem Ausfall nach, der die Deckung seines Feindes durchbrach, doch seine kürzere Reichweite kam ihm schlecht zu Pass und er konnte den Stahl nicht ins Ziel führen. Huck an Virtuosität Peter wohl kaum unterlegen, aber im Handgelenk nicht ganz so flink, zwang ihn durch die schiere Gewalt seines Angriffs zurück und hoffte, alles auf einmal zu beenden, und zwar mit einem besonderen Stoß, den er vor langer Zeit in Rio vom Barbecue gelernt hatte. Doch zu seinem Erstaunen wurde dieser Stoß immer wieder abgewehrt. Dann wollte er mit dem Haken, mit dem er die ganze Zeit wild in der Luft herumgefuchtelt hatte, dem Kampf und seinem Rivalen ein Ende machen, doch Peter tauchte darunter hinweg, vollführte einen wilden Ausfall und durchbohrte ihm die Rippen. Beim Anblick seines eigenen Blutes, dessen eigentümliche Farbe, ihr erinnert euch, ihn ekelte, viel Huck das Schwert aus der Hand und er war Peter ausgeliefert. Jetzt, riefen die Jungen, doch mit großer Geste forderte Peter seinen Gegner auf, sein Schwert wieder aufzuheben. Gefühl, dass Peter damit gute Manieren bewies. Bislang hatte er geglaubt, dass irgendein Teufel mit ihm kämpfte, doch jetzt überkam ihn ein dunklerer Verdacht. Pan, wer und was bist du? rief er mit rauer Stimme. Ich bin Jugend, ich bin Freude, antwortete Peter auf gut Glück. Ich bin ein kleiner Vogel, der gerade aus dem Ei geschlüpft ist. Das war natürlich Unsinn, aber für den unglücklichen Huck beweist, dass Peter nicht die geringste Ahnung hatte, wer oder was er war, was wiederum der Gipfel guter Manieren ist. Weiter, schrie er verzweifelnd. Jetzt kämpfte er wie ein menschlicher Dreschflegel und jeder Hieb dieses grausamen Schwertes hätte jeden Mann oder Jungen, der sich ihm in den Weg stellte, in zwei Teile gehauen. Nur Peter flatterte um ihn herum, als bliese der Wind, den das Schwert selber machte, ihn aus der Gefahrenzone hinaus. Und immer wieder schoss er hervor und stach zu. Jetzt kämpfte Huck ohne Hoffnung. Diese hitzige Brust fragte nicht länger nach Leben, sondern bettelte nur noch um eine letzte Gunst, bevor sie für immer erkaltete. Zu sehen, wie Peter schlechte Manieren bewies. Er brach den Kampf ab, rannte ins Pulvermagazin und steckte es in Brand. In zwei Minuten, schrie er, wird das Schiff in Fetzen gerissen. Jetzt endlich, dachte er, werden wahre Manieren sich zeigen. Doch da kam Peter mit dem Pulverfass im Arm schon aus dem Magazin und warf es seelenruhig über Bord. Und was für Manieren zeigte Huck selbst? Wie weit er vom rechten Weg auch abgekommen war, wir dürfen froh sein, ohne uns auf seine Seite zu um ihn herum spotteten und höhnten und während er quer über Deck stolperte und kraftlos zu ihnen hinauf schlug, war sein Geist schon nicht mehr bei ihnen, sondern lümmelte auf den Spielwiesen längst vergangener Tage herum oder wurde für ein Lob nach oben geschickt oder sah sich das Mauerspiel vom besten Platz aus an und seine Schuhe waren in Ordnung und seine Weste war in Ordnung und seine Krawatte war in Ordnung und seine Socken waren in Ordnung James Hook du nicht ganz unheroische Figur leb wohl denn wir haben seinen letzten Augenblick erreicht als er sah wie Peter langsam mit vorgestrecktem Dolch durch die Luft auf ihn zuflog sprang er auf das Schanzkleid um sich in die Fluten zu stürzen er wusste nicht dass das Krokodil ihn dort erwartete denn wir haben die Uhr mit Absicht angehalten damit ihm diese Nachricht erspart blieb hier zum Schluss ein kleines Zeichen unseres Respekts ihm blieb ein letzter Triumph den wir ihm denke ich nicht verübeln wollen als er auf dem Schanzkleid stand und über die Schulter zu Peter schaute wie er durch die Luft flog machte er ihm ein Zeichen seinen Fuß zu benutzen da gab ihm Peter einen Tritt statt ihn zu erdolchen endlich bekam Hook wonach er sich so sehr gesehnt hatte schlechte Manieren rief er höhnisch und viel zufrieden ins Krokodil das war das Ende von James Hook 17 kreischte Slightly aber er hatte nicht so ganz genau gerechnet 15 Büsten in dieser Nacht für ihre Verbrechen mit dem Tod 2 erreichten das Ufer Starkey der von den Rothäuten gefangen genommen und zum Kindermädchen aller Indianer Babys gemacht wurde ein trauriger Abstieg für einen Piraten und Smee der fortan mit seiner Brille durch die Welt zog und sich einen etwas fragwürdigen Lebensunterhalt mit der Behauptung verdiente er sei der einzige Mann den James Hook gefürchtet habe Wendy hatte natürlich nur daneben gestanden und am Kampf nicht teilgenommen dabei aber Peter mit Jetzt allerdings wo alles vorbei war gab sie den Ton wieder an sie lobte sie alle gleichermaßen und schauderte entzückt zusammen als Michael ihr die Stelle zeigte wo er einen getötet hatte dann führte sie sie in Hooks Kajüte und zeigte auf dessen Uhr die dort an einem Nagel hing es war halb zwei das es schon so spät war darum machte sie sich fast die größten Sorgen sie brachte sie in den Piraten kohlen ziemlich schnell zu Bett das könnt ihr mir glauben alle außer Peter der erhobenen Haupt des an Deck auf und abstolzierte bis er schließlich neben Long Tom einschlief er hatte einen seiner Träume in dieser Nacht und weinte ganz lange im Schlaf und Wendy hielt ihn fest im Arm Kapitel 16 Rückkehr nach Hause Als die Glocke zweimal schlug waren an diesem Morgen alle wieder mächtig auf den Beinen denn die See war rau und Tootles der Bootsmann lief mit einem Seilstück in der Hand zwischen ihnen herum und kaute Tabak sie schlüpften in Piratenkleider mit abgeschnittenen Knien rasierten sich flink und stolperten nach oben machten den echten Seemannsgang und zogen sich die Hosen hoch Es muss nicht extra gesagt werden wer der Käpten war Nipps und John waren erster und zweiter Mat Es war eine Frau an Bord Alle anderen waren gewöhnliche Matrosen und lebten unter dem Vordeck Peter hatte sich bereits am Steuerrad fest gesorgt tippt aber seine Mannschaft noch einmal zusammen und hielt eine kurze Rede aber sie seien der Abschaum von Rio und der Goldkiste und wenn sie sich an ihm vergriffen würde er sie in Stücke reißen Seine schroffen derben aber herzlichen Worte trafen den Ton den Seemänner verstehen und sie jubelten ihm kräftig zu Dann wurden noch ein paar scharfe Befehle gegeben und sie wendeten das Schiff und nahmen Kurs aufs Festland Käpt'n Pan berechnete mithilfe der Seekarte dass sie um den 21. Juni die Azoren erreichen würden wenn das Wetter so blieb danach wäre es besser zu fliegen um Zeit zu sparen manche wollten aus dem Schiff ein ehrliches machen andere waren dafür dass es ein Piratenschiff blieb doch der Käpt'n behandelte sie wie Hunde und sie wagten es nicht ihre Wünsche zu äußern nicht einmal in einem Bitt schreiben sofortiger Gehorsam war das sicherste was man tun konnte Slightly fing sich ein Dutzend Peitschen hiebe weil er blöd guckte als man ihnen sagte er solle das Lot werfen der allgemeine Eindruck war dass Peter sich eigentlich nur noch ehrenhaft gab um Wendys Argwohn zu zerstreuen dass sich das aber ändern würde sobald Peter wurde untereinander getuschelt dass er in der ersten Nacht in der er diesen aufputz trug lange mit Hooks Zigarrenhalter im Mund in der Kajüte saß und die Finger einer Hand zur Faust geballt hielt alle außer den Zeigefinger den er krümmte und wie einen Haken drohend in die Höhe streckte aber statt weiter beim Schiff zu verweilen müssen wir nun in das einsame Haus zurückkehren aus den drei unserer Helden vor so langer Zeit so herzlos geflohen waren es ist fast eine Schande die Nummer 14 die ganze Zeit außer acht gelassen zu haben aber wir dürfen darauf bauen dass Mrs. Darling uns das nicht verübelt wenn wir früher zurückgekommen wären um mit sorgenvoller Anteilnahme nach ihr zu sehen hätte sie uns wahrscheinlich zugerufen ach seid nicht albern ich spiele doch keine Rolle geh lieber zurück und pass auf die Kinder auf solange Mütter so sind werden ihre Kinder sie ausnutzen darauf können sie wetten selbst jetzt wagen wir uns in das vertraute Kinderzimmer ja nur weil dessen rechtmäßige Bewohner auf dem Weg nach Hause sind wir eilen ihnen nur ein bisschen voraus um dafür zu sorgen dass man ihre Betten ordentlich gelüftet hat und dass Mr. und Mrs. Darling an diesem Abend nicht ausgehen wir sind nichts weiter als Diener warum in aller Welt sollten ihre Betten ordentlich gelüftet sein wenn man bedenkt dass die Kinder ihnen in so undankbarer Eile den Rücken gekehrt haben geschehe es ihnen nicht ganz recht wenn sie zurück kämen und feststellten dass ihre Eltern das Wochenende auf dem Land verbringen das wäre die Lektionen die sie schon die ganze Zeit verdienten seit wir sie getroffen haben doch wenn wir die Dinge so angingen würde uns Mrs. Darling nie verzeihen eine Sache aber würde ich furchtbar gerne tun nämlich ihr sagen und zwar auf eine Art wie nur Autoren das können dass ihre Kinder zurückkommen und dass sie tatsächlich nächste Woche Donnerstag hier sind das würde die Überraschung auf die sich Wendy John und Michael freuen so ganz und gar verderben sie haben sich auf dem Schiff schon alles genau überlegt mutters entzücken vaters freudenschrei nanas luftsprung um sie als erste zu umarmen während sie sich doch lieber auf eine ordentliche tracht prügel gefasst machen sollten wie herrlich das alles zu verderben indem man die Neuigkeit schon vorher verrät so dass wenn sie glanzvoll eintreten Mrs. Darling Wendy womöglich nicht einmal küsst und Mr. Darling womöglich unwisch ausruft oh verdammt da sind ja schon wieder diese Jungs allerdings würde man uns auch das nicht danken wir fangen inzwischen an Mrs. Darling zu verstehen und können sicher sein dass sie uns tadeln würde wenn wir die Kinder ihrer kleinen Freude beraubten aber bitte gute Frau es sind noch zehn Tage bis nächste Woche Donnerstag wenn wir ihnen also eröffnen wie die Dinge liegen können wir ihnen zehn Tage Unglück ersparen ja natürlich aber um welchen Preis indem sie den Kindern zehn Minuten Freude nehmen ah wenn sie das so sehen wie soll man das denn anders sehen wisst ihr diese Frau hatte einfach nicht die richtige Einstellung ich wollte unglaublich nette Dinge über sie sagen aber ich verachte sie und ich werde jetzt nichts davon erzählen es muss eher nicht mal jemand sagen dass sie alles fertig haben sind gelüftet und sie verlässt niemals das Haus und schaut dass das Fenster offen steht bei aller Hilfe die wir ihr sind könnten wir getrost wieder verschwinden zurück aufs Schiff aber wenn wir schon einmal hier sind können wir genauso gut bleiben und weiter zuschauen denn das ist schließlich alles was wir sind Zuschauer niemand will uns hier wirklich haben also schauen wir zu und sagen hässliche Dinge die sich nachts im Kinderzimmer zuträgt ist die dass zwischen neun und sechs die Hundehütte nicht mehr da ist als die Kinder davon flogen spürte Mr. Darling tief in den Knochen dass er an allem schuld sei weil er Nana angekettet hatte und dass sie von Anfang bis Ende klüger gewesen war als er natürlich war er wie wir gesehen haben ein ziemlich einfacher Mann und tatsächlich hatte er fast wieder als Junge durchgehen können wenn er es geschafft hätte seine Glatze zu verbergen aber er hatte auch einen edlen Sinn für Gerechtigkeit und den Mut eines Löwen zu tun was er für richtig hielt und nachdem er die Sache nach dem Ausfliegen der Kinder mit äußerster Sorgfalt durchdacht hatte hockte er sich auf alle Viere und kroch in die Hütte egal wie liebevoll Mrs. Darling ihn bat er möge wieder herauskommen er antwortete nur traurig aber entschlossen nein mein ein und alles das hier ist der Ort an den ich gehöre seine Reue war so tief und bitter dass er schwor die Hundehütte nicht eher zu verlassen bis die Kinder zurück kämen das war natürlich sehr schade andererseits musste Mr. Darling in allem was er tat übertreiben sonst ließ er es wenn er abends in der Hütte saß und mit seiner Frau über die Kinder sprach und über all ihre wunderbaren Eigenarten sehr rührend war seine Achtung von Nana sie durfte auf keinen Fall zu ihm in die Hütte aber in allen anderen Dingen folgte er bedingungslos ihren Wünschen jeden Morgen wurde die Hundehütte samt Mr. Darling in eine Droschke getragen die ihn ins Büro brachte und auf dem selben Weg kam er um sechs Uhr wieder nach Hause eine leise Ahnung von der Charakterstärke dieses Mannes gewinnt man wenn wir uns erinnern wie empfindlich er sonst immer auf die Meinung der Nachbarn reagiert hatte dieser Mann der jetzt keinen Schritt tat ohne verwundert Aufmerksamkeit zu erregen innerlich muss er Qualen erlitten haben aber nach außen blieb er gelassen sogar wenn die Jüngeren an seinem kleinen Haus herummäkelten und er zog immer höflich den Hut vor jeder Dame die ihren Kopf zu ihm hineinsteckte es war vielleicht ein bisschen don quixote aber es war großartig bald schon sprach sich die tiefere Bedeutung herum und das weite Herz der Öffentlichkeit war berührt Menschenmengen folgten der Kutsche und jubelten ihr kräftig zu bezaubernde Mädchen kletterten hinauf und wollten sein Autogramm in den anspruchsvolleren Zeitungen erschienen Interviews und die bessere Gesellschaft lud ihn zum Dinner und fügte hinzu und bitte kommen sie in der Hundehütte an diesem ereignisreichen Donnerstag in einer Woche saß Mrs. Darling im Kinderschlafzimmer und wartete dass George nach Hause käme eine Frau mit sehr traurigen Augen jetzt wo wir sie aus der Nähe betrachten und uns an ihre ausgelassene Fröhlichkeit in alten Zeiten erinnern von der jetzt nichts mehr übrig ist weil sie ihre Kinder verloren hat stelle ich fest dass ich am Ende gar nicht in der Lage sein werde hässliche Dinge über sie zu sagen wenn sie mit ihren Rotzbalgen allzu nachsichtig war was konnte sie dafür schaut sie euch an in ihrem Stuhl in dem sie eingeschlafen ist ihr Mundwinkel auf den man zuerst schaut ist fast ausgedörrt ihre Hand manche mögen Peter am liebsten manche mögen Peter am liebsten manche mögen Wendy am liebsten aber ich mag sie am liebsten stellt euch vor um sie glücklich zu machen flüstern wie ihr im Schlaf ins Ohr dass ihre Belger zurückkommen sie sind jetzt tatsächlich nur noch zwei Meilen vom Fenster entfernt und fliegen schnell aber wir brauchen ja nur zu flüstern dass sie unterwegs sind ich mach's es ist ein Jammer dass wir es getan haben denn jetzt ist sie aufgeschreckt und hat ihren Namen gerufen und außer Nana ist keiner im Zimmer Nana ich habe geträumt dass meine Lieben zurück sind Nana hatte tränenverschleierte Augen doch alles was sie tun konnte war ihrer Herren sanft die Pfote auf den Schoß zu legen und so saßen sie beieinander als die Hundehütte zurückgebracht wurde während Mr. Darling den Kopf heraussteckte um seine Frau zu küssen sehen wir dass sein Gesicht erschöpfter wirkt als ehedem aber auch weicher und milder er gab Lisa seinen Hut die ihn spöttisch entgegen nahm denn sie hatte keinerlei Vorstellungsvermögen und war vollkommen unfähig die Beweggründe eines solchen Mannes zu verstehen draußen jubelte die Menge die die Kutsche nach Hause begleitet hatte noch immer und natürlich ließ ihn das nicht ungerührt hör nur sagte er das ist ganz erfreulich ne Menge kleiner Jungs hörte Lisa ein paar Erwachsene waren heute auch dabei versicherte er ihr und wurde ein bisschen rot doch als sie den Kopf zurück warf entfuhr ihm kein Wort des Tadels der gesellschaftliche Erfolg hatte ihn nicht verdorben er hatte ihn friedlicher gemacht für eine Weile saß er halb vor der Hütte und sprach mit Mrs. Darling über diesen Erfolg und drückte ihr beruhigend die Hand als sie sagte sie hoffe dass ihm das nicht den Kopf verdrehe nur wenn ich ein schwacher Mensch gewesen wäre sagte er gütiger Himmel wenn ich trafe ich lebe in einer Hunde Hütte aber es ist doch eine Strafe oder George du bist sicher dass es dir nicht auch gefällt meine Liebe und ihr dürft sicher sein dass sie ihn um Verzeihung bat und dann fühlte er sich schläfrig und rollte sich in der Hütte zusammen willst du mich ein Schlaflied spielen fragte er auf dem Klavier im Kinderzimmer und während sie hinüber ins Spielzimmer ging fügte er gedankenlos hinzu und schließt das Fenster es zieht oh George darum darfst du mich niemals bitten das Fenster muss für immer offen stehen bleiben immer immer nun war es an ihm sich zu entschuldigen und sie ging ins andere Zimmer und spielte und er war bald schon eingeschlafen und während er schlief flogen Wendy John und Michael ins Zimmer oh nein jetzt habe ich das so hingeschrieben weil eben das die reizende verabredung war die sie getroffen hatten bevor sie das Schiff verließen aber irgendetwas musste seitdem passiert sein denn nicht sie kamen herein geflogen sondern Peter und Tinkerbell Peters erste Worte verraten alles schnell Tink flüsterte er mach das Fenster zu verriegel es so ist es gut jetzt müssen wir beide durch die Tür verschwinden und wenn Wendy kommt wird sie denken dass ihre Mutter sie ausgeschlossen hat und dann muss sie mit mir zurück kommen jetzt verstehe ich was mich bislang verwirrt hat warum Peter nachdem er die Piraten erledigt hatte nicht zur Insel zurückkehrte und es nicht einfach Tink überließ die Kinder aufs Festland zu begleiten dieser Trick war schon die ganze Zeit sein Plan anstatt zu ahnen dass er sich schlecht benahm tanzte er vor Freude dann lugte er ins andere Zimmer um zu sehen wer das spielte es ist Wendy's Mutter flüsterte er Tink zu sie ist eine schöne Frau aber nicht so schön wie meine Mutter ihr Mund ist voller Fingerhüte aber nicht so voll wie der von meiner Mutter natürlich wusste er rein gar nichts von seiner Mutter aber manchmal gab er mit ihr an er kannte auch das Lied nicht es war home sweet home aber er wusste was es bedeutete komm zurück Wendy komm zurück und er jauchzte du wirst Wendy niemals wiedersehen junge Frau denn das Fenster ist verriegelt er lugte noch einmal hinein um zu schauen warum die Musik nicht mehr spielte und jetzt sah er dass Mrs. Darling ihren Kopf auf die Kissen gelegt hatte und dass ihr zwei Tränen in den Augen lagen sie will dass ich das Fenster aufriegle dachte Peter aber das mache ich nicht ich nicht er lugte noch einmal und die Tränen waren immer noch da oder zwei neue waren an ihre Stelle getreten sie liebt Wendy wirklich sehr sagte er zu sich selbst er war jetzt böse auf sie weil sie nicht verstand warum sie aber die Dame wollte sich nicht damit abfinden und er war unglücklich er hörte auf sie anzusehen aber sie ließ ihn einfach nicht in Frieden er hüpfte herum und schnitt Grimassen aber sobald er innehielt war es als steckte sie in seiner Haut und klopfte an ja ist gut sagte er schließlich und schluckte dann schob er das Fenster wieder auf komm mit Tink rief er und spottete damit den Gesetzen der Natur ganz fürchterlich wir wollen diese doofen Mütter nicht und flog davon so kam es dass für Wendy John und Michael das Fenster schließlich doch offen stand was selbstverständlich mehr war als sie verdienten sie landeten auf dem Fußboden und schämten sich überhaupt nicht und der Jüngste hatte sein Zuhause bereits vergessen John sagte er und sah sich unsicher natürlich der Dummkopf da steht dein altes Bett stimmt sagte Michael aber so ganz überzeugt war er nicht schau dir das an rief John die Hundehütte und er stürzte hinüber um hinein zu sehen vielleicht liegt Nana drin sagte Wendy aber John pfiff durch die Zähne hallo sagte er da liegt ein Mann drin das ist Vater schrie Wendy ich will auch Vater sehen bettelte Michael aufgeregt und sah sich die Sache genauer an er ist nicht so groß wie der Pirat den ich getötet habe sagte er mit so offenkundiger Enttäuschung dass ich froh bin dass Mr. Darling schlief es wäre traurig gewesen wenn das die ersten Worte gewesen wären die er von seinem kleinen Michael hörte Wendy und John waren ein wenig bestürzt ihren Vater in der Hundehütte liegen zu sehen aber sagte John wie einer der das Vertrauen in seine Erinnerung verloren hat er hat doch bestimmt nicht immer in der Hundehütte geschlafen oder John sagte Wendy stoppend vielleicht erinnern wir uns an das alte Leben einfach nicht mehr so gut wie wir dachten ein ein eisiger schauer überfiel sie und es geschah ihnen recht das ist aber alles nachlässig von Mutter sagte John dieser kleine halunke dass sie nicht hier ist wenn wir zurückkommen in diesem Augenblick fing mrs. darling wieder an zu spielen das ist Mutter rief Wendy und lukte um die Ecke tatsächlich sagte John dann bist du also gar nicht wirklich unsere Mutter Wendy fragte John der bestimmt schon müde war oje rief Wendy und hatte zum ersten mal ein schlechtes gewissen es wurde höchste Zeit dass wir zurückkommen wir schleichen uns hinein schlug John vor und halten ihr die Hände vor die Augen aber Wendy die begriff dass sie die freudige Nachricht etwas sanfter überbringen mussten hatte einen besseren Plan wir legen uns alle in unsere Betten und sind einfach da wenn sie reinkommt als wenn wir niemals weg gewesen wären und als mrs. darling zurück ins kinderschlafzimmer ging um zu schauen ob ihr man schon schlief waren alle Betten belegt die kinder warteten auf ihren freudschrei aber er kam nicht sie sah sie aber sie konnte nicht glauben dass sie das wirklich waren wisst ihr sie hatte sie im Traum so oft in ihren Betten gesehen dass sie sie setzte sich in den Sessel beim Kamin wo sie früher gestillt hatte sie konnten es nicht verstehen und es packte sie alle drei die kalte Angst Mutter rief Wendy das ist Wendy sagte sie aber war sich immer noch sicher es sei ein Traum Mutter das ist John sagte sie Mutter rief Michael jetzt wusste er wer sie war das ist Michael sagte sie und streckte ihre Arme nach den drei kleinen selbstsüchtigen Kindern aus die sie nie wieder umarmen würden doch sie taten es und ihre Arme umschlangen Wendy John und Michael die aus ihren Betten gekrochen waren und auf sie zugerannt kamen George George rief sie als sie widersprechen konnte und Mr. Darling wachte auf um ihr Glück zu teilen und Nana stürzte ins Zimmer der Anblick hätte schöner nicht sein können doch es war keiner da es zu sehen außer einem fremden Jungen der zum Fenster hinein starrte er erlebte unzählige Wunder die andere Kinder nie erleben werden aber er starrte durch das Fenster auf die eine Freude die ihm für immer verwehrt bleiben würde Kapitel 17 als Wendy erwachsen wurde ich hoffe ihr wollt wissen was aus den anderen Jungs geworden ist sie warteten unten um Wendy Zeit zu geben zu erklären wer sie waren und als sie bis 500 gezählt hatten gingen sie nach oben sie gingen über die Treppe weil sie dachten das würde einen besseren Eindruck machen in einer Reihe standen sie vor Mrs. Darling hatten den Hut in der Hand und wünschten sie hätten keine Piratensachen an sie sagten kein Wort doch ihre Augen baten Mrs. Darling sie aufzunehmen sie hätten auch Mr. Darling anschauen sollen aber den hatten sie ganz vergessen natürlich sagte Mrs. Darling sofort dass sie sie aufnehmen würde aber Mr. Darling war seltsam bedrückt und sie sahen dass er sechs für eine ziemlich große Zahl hielt ich muss schon sagen wandte er sich an Wendy du machst keine halben Sachen eine mürrische Bemerkung und die Zwillinge dachten gleich sie wäre gegen sie gerichtet der erste Zwilling war der selbstbewusste und er fragte mit rotem Kopf meinen sie etwa wir würden ihn auf die nerven gehen sir wenn ja dann können wir nämlich auch wieder gehen vater rief wendy empört doch er war immer noch verstimmt er wusste dass er sich schlecht benahm aber er konnte nicht anders wir können alle in einem geliebter man von einer so unvorteilhaften seite zeigte dann brach er in tränen aus und die wahrheit kam ans licht er würde sie genauso gerne bei sich aufnehmen wie sie sagte er aber er finde sie hätten auch ihn um sein ein verständnis bitten müssen statt ihn in seinem eigenen Haus wie eine Nummer zu behandeln ich finde nicht dass er nur eine Nummer ist rief Toodle sofort findest du dass er eine Nummer ist Curly nein tu ich nicht findest du dass er eine Nummer ist Slightly eigentlich gar nicht Zwillinge wie findest du das da stellte sich heraus dass keiner ihn für eine Nummer hielt und er war schrecklich froh darüber und sagte wenn sie hinein passten könnten sie alle im Salon schlafen wir passen hinein Sir versicherten sie ihm dann alle hinter mir her rief er fröhlich allerdings bin ich mir nicht ganz sicher ob wir überhaupt einen Salon haben aber wir tun immer so und das ist fast dasselbe hoppla hopp dann tanzte er durchs Haus und alle riefen hoppla hopp und tanzten hinter ihm her und suchten den Salon ich weiß nicht mehr ob sie ihn fanden auf jeden Fall fanden noch ein letztes Mal er kam nicht extra ans Fenster sondern berührte es nur im Vorbeiflug so dass sie es öffnen und nach ihm rufen konnte wenn sie wollte und es tat sie hallo wendy lebt wohl rief er oh nein gehst du schon fort ja und du hast nicht das gefühl peter sagte sie zögernd dass du meinen eltern etwas sagen möchtest über jemanden der dir sehr nah ist nein über mich peter nein mrs darling kam ans fenster weil sie wendy gerade sehr genau im auge behielt sie erzählte peter dass sie alle anderen jungs adoptiert hätten und auch ihn gerne adoptieren würden schicken sie mich dann in die schule fragte er gerissen ja und dann in ein büro wahrscheinlich und dann wäre ich bald ein man sehr bald ich will nicht in die schule gehen und ernste dinge lernen rief er ihr aufbrausend zu ich will kein Mann sein oh wendys mutter wenn ich jemals aufwache und merke dass ich einen bart habe peter sagte wendy die ewige trösterin ich würde dich lieben mit bart und mrs darling streckte ihre arme nach ihm aus aber er wies sie zurück hände weg gute frau niemand fängt mich und macht aus mir einen Mann aber wo willst du leben mit tink in dem haus das wir für wendy gebaut haben die elfen sollen es bis hoch in die baumkronen tragen wo sie nachts schlafen wie schön rief wendy so voller sehnsucht dass mrs darling sie noch ein bisschen fester hielt ich dachte alle elfen seien tot sagte mrs darling es gibt immer ganz viele junge erklärte wendy die sich jetzt bestens auskannte dann immer wenn ein neues baby zum ersten mal lacht verstehst du wird eine neue elf geboren und weil es immer neue babies gibt gibt es auch immer neue elfen sie leben in nestern oben in den bäumen und die malven farbigen sind jungs und die weizen sind mädchen und die blauen sind die kleinen dumm die nicht wissen was sie sind ich werde so viel spaß haben sagte peter und schielte mit einem auge zu wendy hinüber es wird ziemlich einsam sein sagte sie wenn du abends allein im feuer sitzt ich habe tink tink schafft ja nicht mal den zwanzigsten teil von all der arbeit erinnerte sie ihn etwas schwitz gemeine petze rief tink von irgendwo her dazwischen das ist egal sagte aus darf ich mami ganz bestimmt nicht endlich bist du wieder zu hause jetzt gebe ich dich nicht wieder her aber er braucht noch eine mutter du auch mein kind ach so na dann sagte peter als hätte er sie aus bloßer höflichkeit gefragt aber mrs. starling sah wie seine mundwinkel zuckten und sie machte ihm dieses großzügige angebot wendy sollte jedes jahr für eine woche zu ihm dürfen um seinen frühjahrsputz zu machen wendy hätte eine etwas dauerhaftere vereinbarung vorgezogen außerdem war das nächste frühjahr noch so lange hin doch peters glück war mit diesem versprechen wiederhergestellt er hatte kein gefühl für zeit und steckte so voller abenteuer dass alles was ich euch von ihm erzählt habe nur ein klitzekleiner teil davon ist ich vermute dass wendy das wusste mich doch bis zum nächsten frühjahrsputz nicht vergessen oder peter peter versprach es natürlich und dann flog er davon er nahm mrs darlings kuss mit den kuss den niemand haben durfte den nahm peter einfach mit seltsam aber sie schienen damit zufrieden natürlich gingen alle jungs zur schule und die meisten kamen in die dritte klasse nur slightly kam erst in die vierte und noch vor ende der ersten woche wurde ihnen klar was für esel sie gewesen waren nicht auf der insel zu bleiben aber jetzt war es zu spät und schon bald gewöhnten sie sich daran so normal wie du und ich und Jenkins Junior zu sein es macht mich traurig sagen zu müssen dass ihre Fähigkeit zu fliegen sie allmählich verließ zuerst band Nana ihre Füße noch am Bettpfosten fest sodass sie nachts nicht wegfliegen konnten und tagsüber hatten sie zum Beispiel Spaß daran so zu tun als fielen sie vom Bus doch nach und nach hörten sie auf im Bett an ihren Fesseln zu ziehen und stellten fest dass es wehtat wenn sie sich am Bus nicht festhielten mit der Zeit konnten sie nicht mal mehr ihren Hüten hinterher fliegen Mangel an Übung nannten sie das aber in Wahrheit bedeutete es dass sie nicht mehr glaubten Michael glaubte noch länger als die anderen Jungs obwohl sie ihn dafür auslachten und deshalb war er bei Wendy als Peter am Ende des ersten Jahres kam um sie abzuholen sie flog mit ihm davon in dem Kleid das sie im niemals Land aus Blättern und Beeren gewoben hatte und ihre einzige Sorge war dass er merken könnte wie kurz es geworden war doch Peter ist nichts aufgefallen und er hatte so viel von sich zu erzählen Wendy hatte sich auf packende Gespräche über alte Zeiten gefreut aber neue Abenteuer hatten die alten aus seinem Kopf verdrängt Wer ist Captain Hook fragte er interessiert als sie von seinem Erzfeind erzählte Erinnerst du dich denn nicht fragte sie erstaunt wie du ihn getötet und uns allen das Leben gerettet hast ich vergesse sie nachdem ich sie getötet habe antwortete er gleichgültig als sie die zweifelhafte Hoffnung äußerte dass Tinkerbell sich freuen würde sie wieder zu sehen fragte er wer ist Tinkerbell oh Peter sagte sie erschüttert doch selbst als sie es ihm erklärte konnte er sich nicht erinnern es gibt so viele von ihn sagte er ich vermute sie ist tot und ich vermute er hatte recht denn Elfen leben nicht lange sie sind nur so klein dass ihnen wenig Zeit wie viel erscheint außerdem tat Wendy weh dass Peter das vergangene Jahr vorkam als wäre es gestern gewesen während es ihr wie ein ewig langes Jahr des Wartens erschienen war aber er war genauso fasziniert wie immer und sie verbrachten einen wunderbaren Frühjahrsputz im kleinen Haus in den Baumkronen im nächsten Jahr kam Peter nicht um sie abzuholen sie wartete in einem neuen Kleid weil das alte einfach nicht mehr passte aber er kam nicht vielleicht ist er krank sagte Michael du weißt dass er nie krank wird Michael kam ganz nah an sie heran und flüsterte mit zitternder Stimme vielleicht gibt es ihn gar nicht Michael schon geweint hätte Peter kam zum nächsten Frühjahrsputz und das merkwürdige war dass er gar nicht wusste dass er ein Jahr ausgelassen hatte das war das letzte Mal dass das Mädchen Wendy ihn sah eine Weine noch versuchte sie um seinet Willen keine Wachstumsschmerzen zu haben und sie hatte das Gefühl ihn zu betrügen als sie einen Preis für Allgemeinbildung bekam doch die Jahre kamen und gingen ohne dass der sorglose Junge zurückgekommen wäre und als sie sich das nächste Mal begegneten war Wendy eine verheiratete Frau und Peter war für sie nichts mehr als ein bisschen Staub in einer Kiste in der sie ihre Spielsachen aufbewahrt hatte Wendy war erwachsen sie musste euch nicht leid tun sie war eine von denen die gerne erwachsen werden am Ende wurde sie sogar aus freien Stücken einen Tag früher erwachsen als die anderen Mädchen auch die Jungs waren inzwischen erwachsen und erledigt es lohnt sich also kaum noch irgendetwas über sie zu sagen ihr könnt die Zwillinge und Nips und Curly jeden Tag in ein Büro gehen sehen jeder mit einer kleinen Tasche und einem Regenschirm in der Hand Michael ist Lokomotiv Führer Slightly hat eine Lady von Stand geheiratet und ist deshalb Lord geworden und seht ihr den Richter mit der Perücke der aus der eisernen Tür dort tritt das war einmal Tootles und der bärtige Mann der keine einzige Geschichte kennt die er seinen Kindern erzählen könnte der war einmal John Wendy heiratete in weiß mit rosa Scherpe seltsam wenn man sich vorstellt dass Peter keinen Fuß in die Kirche setzte um Einspruch gegen diese Ich sollte das nicht mit Tinte schreiben sondern mit einem Spritzer Gold Sie hieß Jane und hatte immer einen merkwürdig fragenden Blick als wollte sie von dem Moment an Fragen stellen wo sie das Festland erreichte Als sie alt genug war sie tatsächlich zu stellen drehten sie sich meist um Peter Pan Sie liebte es von ihm zu hören und Wendy erzählte ihr alles was sie noch wusste und zwar in dem selben Kinderzimmer von dem aus der berühmte Flug seinen Ausgang genommen hatte Es war jetzt Janes Kinderzimmer denn ihr Vater hatte es mit 3% Zinsen von Wendys Vater gekauft der keine Treppen mehr steigen mochte Mrs. Darling war inzwischen tot und vergessen Es gab jetzt nur noch zwei Betten in diesem Zimmer das von Jane und das von ihrem Kindermädchen und eine Hundehütte gab es nicht mehr denn Nana hatte ebenfalls das Zeitliche gesegnet sie war einfach alt gewesen und leicht war es am Ende nicht mehr mit ihr auszukommen denn sie war felsenfest davon überzeugt dass außer ihr niemand wusste wie man sich um Kinder kümmert einmal in der Woche hatte Janes Kindermädchen ihren freien Abend und dann musste Wendy Jane zu Bett bringen das war die Zeit für Geschichten es war Janes Erfindung dafür sich und ihrer Mutter das Laken wie ein Zelt über den Kopf zu ziehen und in der grauenvollen Dunkelheit zu flüstern und was sehen wir jetzt ich glaube ich sehe heute Abend gar nichts sagte Wendy denn sie hatte das vage Gefühl dass Nana wenn sie hier wäre gegen jedes weitere Geflüster Widerspruch einlegen würde doch tust Mädchen warst das ist lange her mein Schatz sagte Wendy du meine Güte wie die Zeit verfliegt fliegt sie fragte das aufgeweckte Kind so weit wie du geflogen bist als du ein kleines Mädchen warst so wie ich geflogen bin weißt du Jane manchmal frage ich mich ob ich jemals richtig geflogen bin ja bist du die gute alte Zeit als ich noch fliegen konnte warum kannst du jetzt nicht mehr fliegen Mutter weil ich erwachsen bin liebste wenn die menschen erwachsen werden vergessen sie wie das geht warum vergessen sie wie das geht weil sie dann nicht mehr fröhlich und unschuldig und herzlos sind nur die fröhlichen und die unschuldigen und die herzlosen können fliegen was bedeutet fröhlich und unschuldig und herzlos ich wünschte ich wäre fröhlich und unschuldig und herzlos oder wendy gibt zu dass sie doch etwas sieht ich glaube sagte sie wir sind in diesem kinderzimmer das glaube ich auch sagte jane weiter weiter dann begaben sie sich auf große abenteuer fahrt durch jene nacht als peter herein geflogen kam und nach seinem schatten suchte der dumme kerl sagte wendy versuchte ihn mit seife wieder anzukleben und als das schief ging weinte er und davon bin ich aufgewacht und ich habe ihm den schatten wieder angenäht du hast etwas vergessen unterbricht sie jane die die geschichte inzwischen besser kennt als ihre mutter als du gesehen hast wie er auf dem boden saß und weinte was hast du da gesagt ich habe mich aufgesetzt und gesagt junge warum weinst du ja so war es sagte jane und holte einmal ganz tief luft und dann hat er uns alle fort ins niemals land geflogen zu den elfen und den piraten und den rothäuten und der nixenlagune und dem haus unter der erde und zum kleinen haus ja welches hat dir am besten gefallen ich glaube ich mochte das haus unter der erde von allen am liebsten ja ich auch was war das letzte was peter zu dir gesagt hat das letzte was er zu mir gesagt hat war du musst nur immer auf mich warten dann hörst du mich eines nachts jubelnd krähen ja aber er hat mich ja längst vergessen wendy sagte das mit einem lächeln dazu war sie erwachsen genug wie hat sein krähen sich angehört fragte jane eines abends ungefähr so sagte wendy und versuchte peters krähen nachzumachen nein so nicht sagte jane ernst es ging so und sie machte es viel viel besser als ihre mutter wendy war etwas erschrocken meine liebe woher weißt du das ich höre es oft im schlaf sagte jane oh ja viele mädchen hören das im schlaf aber ich war die einzige die es hörte als ich wach war du glückliche sagte jane und dann ereignete sich eines nachts die tragödie es war im frühling und die gute nacht geschichte war erzählt und jane schlief jetzt in ihrem bett wendy saß auf dem boden ganz nahe am kamin damit sie beim stopfen besser sehen konnte denn im kinderzimmer gab es kein anderes licht und während sie so da saß und stopfte hörte sie ein krähen dann flog das fenster auf wie ehedem und Peter fiel auf den Boden er war genauso wie immer und Wendy sah so fort dass er immer noch alle Milchzähne hatte er war ein kleiner Junge und sie war erwachsen sie kauerte sich am Feuer zusammen und wagte nicht sich zu bewegen hilflos und schuldbewusst eine große Frau hallo Wendy sagte er und bemerkte gar keinen Unterschied weil er in erster Linie an sich selbst dachte und im Hals dunkel hätte ihr weißes Kleid genauso gut als Nachthemd sein können indem er sie zum ersten Mal gesehen hatte hallo Peter antwortete sie zaghaft und machte sich so klein wie möglich und in ihr schrie eine Stimme Frau Frau lass mich gehen Nanu wo ist John fragte er und vermisste plötzlich das dritte Bett John ist nicht mehr hier keuchte sie und Michael schläft fragte er mit einem flüchtigen Blick auf Jane ja erwiderte sie und merkte plötzlich dass sie damit Jane und Peter gleichermaßen Unrecht tat das ist nicht Michael fügte sie rasch hinzu aus Furcht ein göttliches Gericht könne über sie kommen Peter sah sie an Nanu ist es ein neues ja Mädchen oder Junge Mädchen jetzt würde er es bestimmt verstehen aber nein kein Stück Peter sagte sie stockend denkst du dass ich mit dir fortfliege natürlich deshalb bin ich ja gekommen und fügte etwas streng hinzu hast du vergessen dass es Zeit für den Frühjahrsputz ist sie wusste dass es zwecklos war ihm zu sagen wie häufig er die Zeiten für den Frühjahrsputz hatte verstreichen lassen ich kann nicht mitkommen sagte sie entschuldigend ich habe vergessen wie man fliegt das bringe ich dir schnell wieder bei ach Peter du darfst den Elfenstaub an mir nicht verschwenden sie war aufgestanden und jetzt packte ihn endlich die Furcht was ist passiert rief er und wich zurück ich mache das Licht an sagte sie dann siehst du es selbst soweit ich weiß war dies das einzige Mal in seinem Leben das Peter Angst bekam lass das Licht aus rief er ihre Hände spielten im Haar des tragischen Jungen sie war kein kleines Mädchen mehr dem er das Herz gebrochen hatte sie war eine erwachsene Frau die all dem ein Lächeln schenkte aber das Lächeln war tränenfeucht sie machte das Licht an und Peter sah er stieß einen Schmerzensschrei aus als die große schöne Gestalt sich bückte um ihn in den Arm zu nehmen er wich je zurück was ist passiert rief er noch einmal sie musste es ihm sagen ich bin alt Peter ich bin schon weit über 20 und vor langer Zeit erwachsen geworden du hast versprochen dass du es nicht wirst ich konnte nichts dagegen tun ich bin eine verheiratete Frau Peter nein bist du nicht doch und das kleine Mädchen im Bett ist mein Kind nein ist sie nicht aber vermutlich war sie es doch und er ging mit erhobenem Dolch einen Schritt auf das schlafende Kind zu natürlich stieß er nicht zu stattdessen setzte er sich auf den Boden und weinte und Wendy wusste nicht wie sie ihn trösten sollte obwohl es ihr einst so leicht gefallen war sie war jetzt nur noch eine erwachsene Frau und sie rannte aus dem Zimmer weil sie nachdenken wollte Peter weinte noch immer und bald wurde Jane von seinem Schluchzern wach sie setzte sich auf und war sofort ganz bei der Sache Junge sagte sie warum weinst du Peter stand auf und verbeugte sich und sie verbeugte sich vom Bett zurück Hallo sagte er Hallo sagte Jane Ich heiße Peter Pan sagte er Ja ich sagte Jane Ich habe auf dich gewartet Als Wendy beklommen zurück ins Zimmer trat saß Peter auf dem Bett Pfosten und krähte gebieterisch während Jane in ihrem Nachthemd in feierlichem Rausch durchs Zimmer flog Sie ist meine Mutter erklärte Peter und Jane landete und stand neben ihm und machte ein Gesicht wie er es mochte wenn eine Dame ihn ansah Er braucht so sehr eine Mutter Ja ich weiß gab Wendy hilflos zu keiner weiß das so gut wie ich leb wohl sagte Peter zu Wendy und erhob sich in die Luft und mit ihm erhob sich die freche Jane nichts fiel ihr inzwischen leichter als das Wendy stürzte zum Fenster nein nein rief sie es ist doch nur zum Frühjahrsputz sagte Jane er will dass ich immer den Frühjahrsputz für ihn mache wenn ich nur mitkommen könnte seufzte Wendy ja aber du kannst nicht fliegen sagte Jane natürlich ließ Wendy sie am Ende gemeinsam fortfliegen wir sehen sie zuletzt wie sie am Fenster steht und ihnen nachschaut wie sie in den Himmel schweben bis sie so klein wie Sterne sind und wenn ihr ganz genau hinschaut könnt ihr sehen wie Wendy's Haare langsam weiß werden und sie selbst wieder kleiner denn all dies geschah vor langer Zeit Jane ist jetzt eine gewöhnliche Erwachsene und sie hat eine Tochter die Margaret heißt und jedes Jahr wenn es Zeit für den Frühjahrsputz ist es sei denn er vergisst es kommt Peter um Margaret ins Niemalsland zu holen wo sie ihm Geschichten über ihn erzählt denen er begierig lauscht wenn Margaret groß ist wird sie eine Tochter haben die dann ihrerseits Peters Mutter ist und so geht es immer weiter solange Kinder fröhlich und unschuldig und herzlos sind